Ach ist doch alles scheiße. So ich, ich geh jetzt online ne? Ja, geh mal online. Ja, ja. Ja, ja, online. Ja, 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 online. Geh mal online und dann gib mal den Linker, posten wir den alle nochmal in unser, per Twitter und dann ist gut. Ich hab kein Twitter. Einfügen und zack. Guck mal, der Mav ist online, das heißt wir sind online Trainer. Live. Ganz seriös wirken. Aber Kommentare sind deaktiviert. Ja, das tut mir leid, Leute, wenn ihr jetzt chatten wollt, da sind wir noch zu... Zu nubig. Zu nubig, ja. Warum es nicht funktioniert, wissen wir nicht. Genau. So, jetzt muss ich noch kurz gucken, das kann hier raus und dann nehm ich deinen Link und verlinke mich. So, Fatjeburg. Also, das sind alles noch die komischen Vorbereitungen. Ah, hier Livestream beginnt jeden Moment, ist ja krass. Hat der Mav bei Facebook geschrieben. Ja, sehr nett, aber sehr. Geht er nicht drauf, den traue ich nicht. Nee, auch Google will. Google will auch nicht selber. Google will das auch überhaupt nicht, dass man bei Facebook das teilt. Du musst das bei Google Plus teilen. Das ist doch sonst fernab. Das ist so, als ob du mit dem Apple Phone Android drauf spielst. Das geht doch nicht. Total. Fern von der... Egal. Da wird die Weltordnung zersprechen. Ja. Ja. So. Ich hab's... Ich hab's... Ich hab's geteilt. Wunderbar. Ich teile zwar nicht viel, aber einen Link kriege ich hin. Du konntest noch nie teilen. Naja. Kekse. Auch nicht. Nee, auch nicht. Das war voll gelogen gerade. Ich hab's selber gemerkt. So. Da wir aber nicht sehen... Also wir können gleich sehen, wie viele Zuschauer wir haben, aber da wir leider nicht sehen, was ihr schreibt, ist eigentlich ein Livestream echt kacke ohne Kommentare, ne? Das ist so... Schade. Ja, ich versteh's auch nicht. Äh... Wetten... Ja. Aber jetzt nochmal zu gucken ist auch irgendwie... Nee, jetzt ist Quatsch. Jetzt ist Quatsch. Jetzt machen wir einfach und... Wenn die Leute irgendwas wollen, dann können sie uns eine Chat-Nachricht oder Link hier eingehen. Schreibt hinterher. Wenn ihr euch das anguckt, schaut hier auf YouTube in die Kommentare rein. Es gibt ja hier einen Gruppenschat. Gibt's dazu keinen Link, dass die Leute hier einfach einen Gruppenschat können? In... In... Hangout? Ja. Das weiß ich nicht. Das ist grad so eine Idee. Oder gibt es eine App, die wir noch nicht gesehen haben? Ähm... Was steht denn da im Chat? Eine Liste dafür brauchen wir viele. Kannst du aufrufen? Dann nimmst du mit dem Gruppenschat. Rina, du... Okay. Ich guck mal links. Wir sind immer noch am probieren, wie's aussieht. Hangout. On Air. Chat. Das wird nur Podcast. Du musst einfach den Kiti dann ändern mit, ähm, nicht Marvel Hangout, sondern Hangout. Wie funktioniert's? Aber das macht doch vielleicht auch Spaß, Leute. Das war doch unser Plan, oder nicht? War das nicht das, was wir wollten? Ja. Aber das Problem ist ja... Die Leute verwirren. Wenn die Zuschauer das jetzt gewusst hätten, dann hätten sie ja vielleicht Kommentare geschrieben und wir kämen weiter. Aber das geht ja nicht. Hier. Google Hangouts lässt Chats mit 150 Teilnehmern zu. Das ist natürlich noch nicht der YouTube Chat. Hangout on Air. YouTube Chat. YouTube Chat. So. How to stream live Google Hangouts on Air. Da können wir alle uns ein YouTube Video angucken zu. Hehehehe. 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 Ich poste den nochmal hier. Die sind ja alle zusammen in den Video gucken können. Ja, da musst du, da musst du das, das, ähm, die YouTube App wieder zulassen, ne? Okay. Guck mal. Watch together. Ding. Öffnet sich. Zur App wechseln. Ja. Äh, Videos zu place hinzufügen, ne? Ja, musst du machen, musst du machen. Und dann schick doch mal den Link hier in die, in den Chat, dass ich den da rein posten kann. Das Witzige ist, ich gehe drauf, ja, brauche Zustimmung. Stimmst du mal zu? Gibt es nicht. Wo steht er denn hier? Ich gehe auf YouTube. Äh, das weiß ich nicht. Ich gehe auf YouTube, dann kommt, ja, mit welcher Adresse, wenn das Homebase. So, zum Starten, warten sie auf Neff. Ey, weißt du was? Fick die Henne, lass uns anfangen. So? Es ist ja auch Latte. Das ist ja auch Ingleser. Okay. Es ist ja auch keine Demokratie, wo die Zuschauer was zu sagen hätten. So Trine, watsch, Zuschauer. Trine, fang an. Hi. Ja. Ich meine Trine. Herzlich willkommen, ne? Äh, zum Podcast, zu Marvel. Film ist unser erster Podcast. Tun uns live, wenn jetzt alles ganz rund läuft, wie zum Beispiel mit dem Chat. Ihr könnt hinterher posten, wenn das YouTube-Video online geht, hierzu. Das könnt ihr natürlich auch jederzeit euch angucken. Das wird damit sicher auch auf Alex, seinem Kanal, der dabei ist. Das ist meiner. Gepostet. Bei mir nehm ich an. Ja, Trinchen hat leider keinen. Und, äh, das Thema heute ist halt, wie gesagt, Marvel, Film und Comics. Ich weiß ja, bei Comics hab ich nicht so die Erfahrung. Äh, und, ähm, ich bin darauf, wissen wir, sind alle darauf gekommen, ne? Weil ich hab mich mit dem Alex unterhalten. Und, äh, wir haben uns über, äh, Captain America unterhalten und den dritten Teil, der bald kommt. Und da gibt's ja dieses Marvel Universe, wie heißt das? Cinematic Universe? Oder wie heißt das? Ich weiß grad nicht. Entschuldigung, ich, ich, ich sorg grad dafür, dass wir ein Geschlecht kriegen. Äh, Geschlecht. Hier steht, wählen sie ihr Geschlecht aus, dass wir ein Chat kriegen. Ach so. Ja, vielleicht sollten wir das einfach mal jetzt, Alex, ich weiß ja nicht. Ja, komm, damit wir ein Chat haben. Okay. Ja, dann warte ich einfach noch ein bisschen. Ich muss ja auch, weißt du, die Leute müssen ja auch dann, ne? Äh, ich bin jetzt auf, äh, willkommen in deinem Chat. Und in meinem Chat sind auf einmal ganz andere Leute drin, ne? Das, 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 in der Lobby. Ja, und wie mach ich jetzt einen eigenen Raum? An alle Räume? Wie kann ich denn jetzt einen Raum starten? Warte mal. Nachricht versenden? Smilies auswählen? Wir kriegen das noch hin. Ich bin separat mit dir, das wird widerlich. Weitere Chatfunktion. Ich brauch eine andere Lobby. Die Räume und User. Ah, ich hab hier eine Nachricht. Warte mal, ich hab hier einen. Der kann mir helfen. Wen hast du denn? Äh, den, äh, Storm, der sagt mir, er braucht einen Google-Plus-Link, damit er schreiben kann. Wir fragen einfach, wie das geht. Oder wo bekomm ich den denn her? Ja, dann können die ja mal hier, Leute, ja, hier, hier, Chat-Nachricht, hier so. Hallo, Penis. So, guck, hab ich geschrieben. Hallo, Penis. Hat sich dadurch jetzt was bei den Kommentaren verändert auf der YouTube-Seite? Hallo, Penis. Siehste, dass es damit nicht zusammenhängt. Ja. Es klappt schon noch, Leute. Also, wir sind ja noch dran und wir kriegen das auch jedenfalls. Also, spätestens um 21 Uhr legen wir richtig los. Ich bin schon von einem schwitzen hier. Das geht doch gar nicht. Was ist denn hier? Chat-City. 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 Ey, damit kenn ich mich aus. Ja. Ja, oder wir machen es einfach. Wir treffen uns einfach, genau, in einem Chat-Room auf Chat-City. Ja, oder wir machen… Ich war ab der Früh einmal in der Schule als ich da… Ja, das ist mir auch. Ja, wir auch. Ja? Wir sind ganz heimlich. Wisst ihr, was ich super nervig finde? ich höre die ganze zeit von oben so krasses gestampfen so mega krasses gestampfe ich kann gar nicht auf nein der kleine ist das der springt immer aus einem bett und randaliert in seinem zimmer rum und das um 21 uhr der ist seit zwei stunden in seinem verpisten zimmer und das ist da die ganze zeit immer wieder rum und ich höre auch meine frau wie sie immer wieder rein ist und sagt du legst dich jetzt hin das höre ich immer wieder sein bibeltiv gelassen was sagt denn das du sagst du sagst ich habe die reingesprokt habe ich meine wir brauchen in google plus link ja der muss ja jede veranstaltungsseite vielleicht ja das hier weil er mal den den normalen link aber er kann er doch in den ins gespräch mit reinkommen sollte noch im teamsblick näher hier im chat so hallo er wird mal den link aus und guckt mal was das ist Minuten Ma-Kuchen schreib ein kommentar ich werde es tun nee warte mal das ist hier Sie hat ja immer posting ich da jetzt drauf gehört was passiert dann kommt der youtube dingetera war krass warum habe ich denn hier laser warum ist das warum ist das so von laser laser soll man mal laser ich schreibe mal einfach laser teilen ich teile mal die veranstaltung kommt das hier rein nein eine liste aller verfügbaren befehle kannst du aufrufen indem du jetzt kommt schrägstrich man jetzt da hier kommen shortcuts help ich habe gerade kommentar geschrieben ich habe gerade geschrieben laser aber das hat damit nichts zu tun es ist nicht unter dem unter dem dicken hier alle alles kacke veranstaltungen aber bei dem google plus ding ist es jetzt darunter und das google plus der google plus ist ja auch ein youtube video ihr kommt mal fliehen mensch bist es trin-zentraler bumm ja hier das ist der link der hier im chat ist im gruppen schritt nein nicht jetzt ihr müsst ihr müsst ihr noch mal eurer facebook und sowas aktualisieren und nicht den youtube link posten sondern diesen google plus link posten danke dir ist das denn der link der hier im gruppen schätzt ist das der richtige trinchen ja ja aber wir kriegen dann natürlich keine infos hier direkt den chat rein das heißt wir müssten die andere seite die ganze zeit mal aktualisieren oder was dieses weiß ich nicht der laser der ist einfach so reingekommen als du geschrieben das ist einfach so reingekommen der laser doch alles noch mal alex ja ok puller alarm wahrscheinlich wird es mit dem mit der zeitverzögerung sowie mit dem video einfach ist jetzt abgegangen also ich habe ihn jetzt schon geschrieben aber ich sehe ihn selber auch noch nicht vielleicht kommt er erst dann als wir hier gesagt haben also das meine ich ja mit der verzögerung des youtube-videos ich habe alle anderen drin jetzt automatisch ich noch nicht ich auch noch nicht aber muss ich dafür das video laufen haben ne ich habe es auch nicht laufen tschu ist voll geil mit dem sound ich habe jetzt star wars wenn ich an mache kommt also weil ich habe mich irgendwann die tage hier steht nur laser bei mir bei mir steht auch nur laser aktualise ich mal die seite pull alarm da steht es okay als du aktualisiert das ist es bei mir reingekommen ist ja witzig okay es funktioniert auf jeden fall gut da müssen wir halt die seite nochmal teilen oh man 20.54 wir schaffen das heute noch wenn ihr kommentieren wollt schreibe ich noch unter hier wenn ihr kommentieren wollt geht auf die google plus ja ja pull alarm marvel hangout google plus alter da ist es das funktioniert kommen dann die kommentare jetzt vor jetzt meter eben kommen die dann auch bei youtube an kann ich aber dann erst wenn das abgeschafft ist kompliziert also ich finde das trotzdem ja irgendwas machen wir falsch ich weiß nicht was aber ich lasse das einfach mal nebenbei auf dann sehe ich ja ob irgendjemand noch was polar alarmiges dazu schreibt oder nicht so dann haben wir das hier in vollbild so und dann werde ich gerade gefragt ob ich eine neue unterhaltung starten möchte nein möchte ich nicht so gut dann hat sich jetzt das shitfenster hoffen reicht ja auch und jetzt muss ich pinkeln deswegen pull alarm nein also ist jetzt nicht so als ob die blase nicht drückt aber die tasse ist gleich leer also wir können alles das noch vier minuten die ist doch noch nicht leer oder das ist jetzt gerade frisch neu ist warm lecker eigenurin therapie so sehr scheißegal kommen wollen wir die vier minuten warten oder soll ich ein bisschen unter druck arbeiten gemacht was du willst immer ich weiß ich weiß ich weiß ich weiß dass das schreibt doch mal einen schritt ob wir noch warten sollen offen alex ob er noch mal eine runde puttern kann und ob jetzt weitermachen genau wofür seid ihr soll ja nichts von der frage ist natürlich sehen wir das nur das dann erst wenn es um 21 uhr ist ja storm wir können das lesen oder kommt was naben ja perfekt storm darf ich bin kein quatsch komm wir 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 gehen jetzt scharf das problem ist halt dass ich über die hangout seite nicht die zuschauerzahl sehe oder sehe ich das wenn ich das video dann laufen ich kann das bei mir sich ganz zwei schaue steht da unten rechts ja was wo kannst du denn da stehen und bei mir unten rechts im hangout wie viel wie viel über marvel aber ist ja ja ich kann das nicht sehen egal wenn du das siehst du sagst du mal wenn einer dazukommt dann begrüßen wir den und sagen was drei zuschauer alter was geht so kommen das anfang ist scheißegal ich gehe dann einfach zwischendurch weg ihr werdet das kaum mitkriegen wenn auf einmal gut man kann ja sehen wie es läuft jetzt ist doping wie man kann es auch mit dabei wie man kann es sehen wie es läuft ich nehme noch die kamera nicht mit auf toilette alex ist einfach laufen lassen das trocknet eh wieder jawohl es funktioniert hier kommen auf einmal rein sobald die wahrscheinlich das aktualisieren kann es bei uns rein krass weiß was ich jetzt noch mache ich verkleinere noch das bild dann habe ich gleich noch mehr kommentare passen wir reden über über siehst du das nicht wir reden über marvel captain pisse ist unser erster wird immer sprechen eine der bestseller von marvel ich frage mir kannst du warum du das so gut siehst und so schnell bei mir aktualisiert er den scheißdreck ja ich drücke auch ab und zu aktualisieren einfach so soll man den weise auf aktualisieren wir müssen das noch perfektionieren oder wir schwören euch hoch und feierlich und herrlich und es wird viel viel besser wir werden daran arbeiten ja so dann wollen wir mal 250 wir legen einfach mal los marvel wir haben uns für für das thema marvel für den ersten podcast entschieden weil marvel klingt wie mehr genau deswegen ja wir haben uns unterhalten und und alex ist schon aufgefallen dass mein name so heißt und ich war das schon ein bisschen verlegen aber der alex wollte mich halt da sein auf youtube und hinkau hat er kommt reden wir mal über marvel nein lies bitte was gerade geschrieben hat super wir fangen an und das mikro wird nicht mehr erkannt ja das war es dann auch mit trinchen hat vielen dank fürs zuschauen das war der erste podcast von mx 84 oder besser gesagt mehr einfach mehr einfach mx 84 einfach mehr oder ja ich sag nur noch ich sag nur noch einfach mehr du sagst du bist nur noch einfach mehr einfach mehr einfach mehr aber einfach trine weg komisch trine bist du jetzt was es kann da löser sich das später im stream hörst du das nicht direkt was ist denn hier los ja habe ich auch gerade ich soll das mikro immer noch beim plätschern daneben halten ja pass auf trine mikrofon raus mikrofon rein mikrofon raus mikrofon rein vielleicht kommt das trinchen ja auch gleich noch mal wieder was ist denn dein erster marvel wenn du guck das alter wie kommst du sofort dahin alter du pass auf ich habe gestern ganz stark drüber nachgedacht nein wir müssen nein 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 wir können auch nicht so sofort ins thema reinspringen ich bin von vorne an ja aber wir müssen auch trotzdem darüber sprechen wie wir hingekommen sind nämlich über den captain america civil war 3 also captain america 3 civil war den trailer haben wir gesehen haben uns darüber unterhalten und du hast gesagt dass ich kenne die comics sehr leider nicht ich habe ja nur die filme geguckt und ich fand ich habe das dann hinterher gelesen und gesehen ich habe den film geguckt und da prallen 5 gegen 5 aufeinander in diesem film nur eigentlich ist es ja so dass in civil war in einem comic ja sämtliche universen von marvel also ich weiß nicht ob sie viele auf jeden Fall ganz viele marvel helden aufeinander prallen und das eigentlich im film gar nicht so rüber kommt ich ja schade trin ist wieder da und dann kamen wir auf marvel und zu den comics kann ich leider nicht sagen richtig ich habe das comic civil war selber ja auch nicht gelesen das hatte ich dir ja gesagt aber ich weiß halt auch dass da was weiß ich die die x-men teilweise glaube ich fehlen die fantastischen vier spiderman aber der wurde ja auch schon gezeigt und so weiter und so fort das trinchen kommt immer mal wieder und geht wieder weg also wundert euch nicht tut uns leid ja aber die qualität ist viel geiler wenn wir jetzt reden ohne dass trinchen dazwischen ist ja tut mir leid trin muss gehen ist egal trin bringt auch die weibliche note rein jedenfalls wir haben darüber gesprochen und da kam raus dass wir eigentlich ja wir haben relativ lange darüber gesprochen und haben gedacht eigentlich hätte man darüber mal sprechen können rahmen eines podcasts und da ich derzeit tierisch auf ein auf ein radionukular medienkuh rumblepack sind alle verkraften die ich jeden abend höre ja also jeden abend habe ich irgendein podcast in mir rein pfeife haben wir gesagt wir würden auch gerne mal wieder podcasts aufnehmen wir machen das jetzt hier im rahmen eines video podcast wollen dann aber auch möglicherweise die mp3 dann online stellen und wollen einfach mal gucken wie das so läuft das so funktioniert ob das gut ankommt ob ihr das überhaupt wollt ob ihr mitmachen möchtet im städt wenn das dann mal ordentlich funktioniert ja wenn wir das endlich mal hinkriegen mit mit youtube richtig und vielleicht dann im wechsel messkanal mein kanal keine ahnung kanal gronks kanal unterstützt uns hat auch immer sehr sehr regel ja der stelle zwiebeln und kleine radieschen ja und dann wollen wir halt auch weitere themen besprechen so jetzt sind wir bei marvel genau weil das war das eigentlich immer gut auf den punkt kommen der merksideal aber das ist aber auch vollkommen egal ich könnte auch fragen wie geht's dir es geht mir gut also mal kurz gestern wir haben uns auch gut unterhalten haben wir unterhalten uns über über weihnachten zum beispiel was wir uns zu weihnachten schenken und pipapo der war um 23 uhr ist er nach hause gefahren beziehungsweise zu meinem onkel der ist ja noch weitergeblieben und er hat mich gefreut endlich mal wieder mein cousin zu sehen das fand ich sehr schön ja wir hören dich hallo wir wir hören diese herzerreißende geschichte soll ich einfach weiterreden das ist heute das ist heute wirklich so verflut und das ist es nicht unsere qualität aber eigentlich ist schon witzig ich hoffe ihr habt einfach spaß egal ja eben dein mikrofon springt zwischen monos stereo und her gerade eben aber nicht mega geil aber das liegt auch daran dass ich meiner kindheit viele marvel comics geschaut habe also die marvel comics serien da kommen wir dann auch später noch zu weil wir haben eigentlich heute für den podcast ich schuldigung dass ich jetzt gerade abbrechen mit deinem cousin aber ich springe gerade dazu und es ist auch so witzig mit trine die mal raus und rein hüpft und dass es ging jetzt eine stunde lang alles gut und dann dann sagen wir jetzt legen wir los und auf einmal spinnt das hier rum es funktioniert jetzt mit dem chat es ist zum kotzen es einfach zum kotzen und es tut mir echt unsagbar leid wie gesagt das ganze video gibt es dann noch mal bei youtube zu sehen ja was machen wir jetzt mit trine was machen wir jetzt überhaupt wir müssen jetzt strukturieren geht's gut und dann war weg und dann hast du mich gefragt was der erste marvel film war den ich gesehen habe vielleicht können wir damit ja anfangen das sollten wir auch und zwar ich habe gestern halt ganz stark darüber nachgedacht was wirklich der erste film war konnte es nicht aus dem kopf sagen weil ich überhaupt auch gar nicht wusste was zu marvel gehört und was nicht und habe dann einfach die wikipedia seite von marvel aufgerufen wo alle filme untereinander stehen die habe ich dir auch zukommen lassen und wenn ich mir die liste so angucke dann kann ich den 1 2 3 4 5 6 da ist sie wieder könnte ich die ersten sechs filme könnte ich komplett ignorieren weil die habe ich alle nicht gesehen also nicht als erstes sondern ich würde sagen von diesen ganzen marvel film die hier stehen ist der allererste marvel film blade gewesen 1998 ich glaube das war der erste film den ich von von marvel gesehen habe ich habe mir jetzt gar nicht dass er von marvel ist ich habe da überhaupt blade habe ich nie mit marvel in verbindung gebracht habe ich auch erst als ich das computerspiel dazu auf playstation gespielt habe weil da war irgendwo das marvel logo abgebildet und jetzt kommen wir wieder zur serie hier was lp storm da geschrieben hat mit marvel comics geschaut also zeichentrickfilme geschaut habe ich nämlich auch nämlich sind new spider-man oder the amazing spider-man diese diese krtl serie wo ganz am anfang so ein netz aufgesponnen wird und dann ist er so durch die durch die durch die soll ich so eine 3d animierte in stadt aber ganz schlecht 3d animiertes und da kann ich mich halt entsinnen dass blade der panischer den ich auch vorher nie zu marvel gezählt habe blade panischer und noch eine figur die kommen auch in der serie vor also ich kannte blade aus dieser aus dieser zeichentrickserie habe es aber nicht mit dem blade aus dem film in verbindung gebracht das ist das verrückte an dieser ganzen geschichte aber blade 1998 erster marvel film den ich gesehen habe und der erste film bei dem mir richtig aufgefallen ist dass es filme gibt die geschnitten sind und die nicht geschnitten sind weil ich habe den so generell unabhängig von marvel ich glaube ja ich glaube unabhängig von marvel allgemein ich müsste noch mal scharf darüber nachdenken mortal kombat ah trinchen ist wieder da aber schön dass du sagst mortal kombat trine was was gab es denn trine kommt da man dich eh nicht sieht kannst du wie eine blöde immer an der tastatur rumhackern die anfangsszene blutbar für das wurde ja weggeschnitten oder in der 16er fassung ist am allerschlimmsten der endkampf geschnitten wo blade da rein kommt und den dieses serum rein drückt und ich habe selber genau wo wo die leute platzen also der endgegner frost heißt er wo der platzt und wo wo er gegen diese zwei tussis kämpft und dann haut er den das so an der seite rein und siehst du nur so blutfontänen und wie sie so lang spritzen und in der 16er fassung hörst du siehst du nur so ein so ein wasserfall und dann hörst du wie das motorrad von blade irgendwie kommt und dann ist dieser kampf schon vorbei also du siehst gar nicht wie er die fertig macht wie bitte ist komplett übersprungen die ab diese zähne ja sehr schade war oft geht dadurch ja dann auch irgendwie der der fluss der filmfluss ist auch hierbei bei dem sonnenaufgang und eine so verbrennt und so was ist glaube ich auch detail geschnitten ja er kniet sich doch dahin glaube ich ne und wartet dann quasi ab oder was oder er wird ja gezwungen sich teilzusetzen oder was und dann ist er ja also erstmal für diejenigen da draußen die blät nicht kennen blade ist halb mensch halb vampir und er ist der daywalker und kann am tage in der sonne langlaufen hat halt die kräfte der vampire ohne dessen negativen eigenschaften außer ein er hat blutdurst das ist glaube ich sein sein einziger nachteil der wird aber gestillt mit durch ein serum das von seinem ja mentor könnte man sagen scheiße sie vater ist das doch auch ich hab den film schon ewig nicht mehr gesehen ja das ist weiß ich jetzt auch nicht also am schlechtesten wo wir gerade bei blades und diesen film mit der jessica wie ist das glaube ich ne ich fand den so schlecht ich fand den so schlecht und ich finde auch wieder gespielt hat die jessica wie also mir gefällt die nicht also da hätten sie ruhig niemanden können wie weiß ich jetzt nicht aber mir hat der film dadurch hat ich fand das echt ich verstehe auch nicht warum wir da auf einmal dann jemanden reinnehmen müssen der quasi dann irgendwie was ein zuschauer ziehen soll vielleicht keine ahnung warum das gemacht werde aber mir als die zeitspanne dazu groß zwischen dem zweiten und dem dritten teil der dritte wenn ich jetzt richtig sehe war 2004 das heißt es sind sechs jahre der zweite kam 2002 also eigentlich kam ja einmal nach vier jahren und dann einmal noch mal zwei jahre später kam einer blade 1 2 ich mag blade trinity muss ich ganz ehrlich sagen ich mag den hier wie heißt er denn der jetzt deadpool spielt und rein rein reynolds heißt also rein rein reynolds genau ich mag den ich mag den unheimlich gerne den schauspieler und der hat für mich das ding total gerettet wo er so einfach so so fick dich also diese waffe wo irgendwie so fuck you nur steht und dieses baby was da reingeschmissen wird diese puppe mit mit gas drinnen und so finde ich super geil also ich weiß dass der sehr umstritten ist aber ich mochte blade trinity ich habe ihn aber auch nicht gesehen Was bei triniti hast du nicht gesehen? Nein Ich hab den ersten und zweiten habe ich gesehen, den triniti habe ich nicht gesehen Ich weiß nicht, der hat mich nicht so angesprochen Also ich fand blade trinity super während ich den zweiten nicht so geil finde Ich glaube deswegen habe ich der erste den finde ich auch super aber den zweiten fand ich auch nicht so prickelt und deswegen habe ich mich dann für den dritten gar nicht mehr interessiert Den zweiten habe ich gar nicht auf dem schirm Der zweite ist in russland du siehst ja am ende also wir müssen erst noch mal blade 1 abschließen damit damit wir hier eine chronologie reinkriegen ja das ganze chronologisch aufbauen blade 1 jedenfalls Daywalker Ja was ich schon sagte kann gegen Kann gegen gegen vampire kämpfen und sonnenlicht ist scheißegal so und Hat halt das serum von dem fucking ich weiß den namen nicht ich weiß nur dass er in wirklichkeit country sänger ist Also der 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 schauspieler Soll ich das mal eben auch guck mal eben im hintergrund Ja guck mal bitte nach das das lässt mir gerade mich keine ruhe Geilste szene übrigens in in blade 1 wo er sich zum auto hin krüppelt der 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 mentor und eine kippe im mund hat und nimmt dann so den tank zapfen und will so dass das auto halt tanken und überall ist benzin und er steckt sich eine kippe an Whistler Whistler Das ist chris christopherson chris christopherson ne ist country sänger steht das da Ja ist ist sieht man auch ja ist ein bild wo er da mit der gitarre steht Meine mutter immer ne immer wenn dieser film lieb hey das ist chris christopherson der macht gute mucke Scheiße Ja habe ich gesagt nein er ist der ist der mentor er ist der zielvater von blade Ähm jedenfalls äh ach hast du gerade hier ein bild gepostet oder was Ne Trinchen hat er gefragt ob wir nochmal den linken Aber sie ist doch schon da Ne ich brauche den link für äh weil das ist alles weg weil ich muss alles neu starten Für für google plus so jedenfalls also blade kämpft gegen diese scheiß ganzen vampire und da ist auch udo kia das ist nämlich übrigens der der da Ähm für äh auf diese hier auf die sonne wartet und ähm dann gegrillt wird Und ähm da gibt es halt diesen deacon frost das ist so einer der die vampire so neu aufziehen will Und der sagt ja genau der gegenspieler der sagt vampire müssen sich nicht verstecken sondern vampire müssen wie äh Einfach so die die menschen unter jochen und müssen diese welt regieren Der würde die vorantreiben würde dann genau richtig nach oben kommen und äh raus Ich sehe gerade in der liste so also wir können vielleicht weiterspringen weil Hey ich bin noch nicht fertig mit blade digga Okay digga Das ist kein podcast von 20 minuten mein freund Eine stunde gedauert digga ich habe seit einer woche seit einer woche Ja und ich war wieder voll im marvel universum drin ich hatte nicht viel zeit aber Kaum saß ich auf toilette wo ich gerne wieder hin möchte Da habe ich mir das handy geschnappt und hab wieder noch mal ein bisschen gelesen um um wieder reinzukommen in diese ganze thematik weil Ähm war mir gar nicht bewusst also blade ich will noch die geschichte zu ende bringen digga Ja mach ich doch mal Jedenfalls ende vom lied ist dieser deacon frost der die vampire halt äh zur zur Ähm Jetzt hast du mich rausgebracht ich war voll im flow Also doch weiter zu x mit Ähm Der die vampire äh so so richtig pushen möchte der will nämlich auch wieder daywalker gegen sonnenlicht anstinken Und dafür braucht er das blut vom daywalker also wird blade gefangen genommen es gibt so ein ritual Er kriegt das blut ist super stark blade kann ja aber bekämpfen ist dann tot und am ende Wenn dieser ganze film zu ende ist dann sieht man wie blade Einen russischen vampir jagt und dadurch gibt leid zwei dann da weiter deswegen wollte ich gerade den über den 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 sprung zu blade 2 schaffen aber Trina hat es ja gerade schon gesagt nach blade Kam erst mal in der marvel history im jahr 2000 x-men der erste teil Ja genau er fantastik vor da habe ich vorher auch noch nicht geguckt also ich kann mich nicht erinnern dass ich da irgendwelche filme Gut da kennt ihr den trailer mit von 94 Ne Ne Das ist eine ganz schlimme kleine puppe die nicht größer ist als normaler mensch hier der also das ding Ja hier der 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 stein typ Das ist ganz schlimm guckt euch irgendwann mal den trailer einen tipp bei youtube also auch für die zuschauer tipp bei youtube mal ein Fantastic vor 1994 ja es ist ganz grausam und ich glaube zu recht ist es auch nicht bekannt Die filme noch davor captain america und the punisher habe ich nur irgendwie im hinterkopf sind so dolf lundgren Filme und how it's a duck habe ich vielleicht mal teilweise irgendwie gesehen hätte es aber niemals zu marvel gezählt Aber ich glaube der kommt jedes jahr auf rtl 2 Ja irgendwie also mir kommt das ist vor als wenn ich das jedes jahr irgendwie mal so durchsetzen sehe Und äh klassisch so auf rtl 2 Mal am wochenende vormittags oder nachmittags wenn wenn auch jetzt heutzutage hier eis am stil und was alles dann gesendet wird Jetzt zu weihnachten kommt ja auch wieder alles mögliche Du willst how it's a duck doch nicht mit den schönen weihnachtssilmen hier vergleichen Doch in einer reihe mit kevin allein zu haus stirbt langsam der kleine lord und how it's a duck das sind so die vier weihnachtsfilme die ich mir jedes jahr reinziehe Nein Aber der kleine lord stimmt den haben wir uns früher mal egal Der kam gestern und meine schwester hat es mir gesagt und ich so Ne also ich habe mir noch nie der kleine lord angeguckt ich weiß das ist so ein blondes verzogenes dreckskind und da denke ich so an so Das ist ein herzensguter junge der seinen opa wieder erwärmt Oh alex Oh alex Ich habe gestern noch gesagt ich weiß nicht wie man diesen film nicht mögen kann Also ich habe den das letzte mal geguckt da war ich auch jung also richtig jung Da schaltet die mama immer irgendwie erst ein und dann wird weihnachten der junge vor die klotze gesetzt und guck mal So hast du unterhaltung und dann kommt ja auch immer die ganzen märchen noch aber ist ja egal Ist der Film genauso cool wie Hat ja nichts genau X-Men ne? Also ja X-Men Nein stopp in dieser Liste davor eine Sache gibt es noch die wir wahrscheinlich alle geguckt haben aber die wir jetzt gerade gar nicht erwähnt haben Nämlich The Incredible Hulk die Fernsehserie die noch zu Marvel zählt Diese alte Serie wo Lou Ferrigno der Typ der bei King of Queens King of Queens ist er der Nachbar war genau und das witzige ist ich glaube dass der Lou Ferrigno nicht der komplette Hulk war Sondern nur der verwandelte Hulk weil der war so Bodybuilder Typ der Lou Ferrigno Hat der sich nicht nur angemalt und dann war er der Hulk? Ja und der war auch nicht groß und er hat sich halt nur das Hemd ausgerissen und er war halt ja vielleicht dann 1,90 anstatt vorher 1,70 So weil das waren auch zwei unterschiedliche Schauspieler Okay ja ich kann mich nicht erinnern aber der hat ja auch die Filme gemacht also die frühen Hulk-Filme Ja es gibt drei Stück glaube ich soweit ich weiß und ähm auch ganz witzig ist dass äh dass damals nicht Bruce Banner war sondern David oder Dave Brenner ich hab das jetzt nicht mehr ganz auf dem Schirm also es ist nur so angelehnt an die Hulk-Geschichte aber auch komplett anders es ist nicht ein Unfall sondern es war ein Selbsttest und Lief früher auf RTL 2 Nein ich meine gehört zu haben dass dieser Lou Ferrigno auch ziemlich Taub ist oder stumm Ich weiß es nicht genau dass er einfach also die Filme gedreht hat obwohl er gar nicht genau mitgekriegt hat was er da Machen sollte beziehungsweise er hatte nicht so ich guck mal nach wo ich jetzt die scheiße laber oder ihr könnt ihr auch mal kommentieren aber das wäre ja dann ähnlich wie mit mit Gina Lisa Lohfink die muss ja auch taub sein sonst also ich verstehe sonst nicht wie man seine eigene stimme so ertragen kann Aber weil du deine eigene stimme nicht richtig hörst ja aber ich finde das schon beeindruckend wenn man sowas Darstellen kann oder ein Schauspieler sein kann aber wo man dann irgendwie ich sag mal ein Handicap hat Nimm Beethoven oder oder Er hat 80% des Hörverwagens verloren steht hier also während der während der Serie oder allgemein Mit drei Jahren wurde mit drei Jahren Also Infos die müsste der Paco jetzt wahrscheinlich eher ja das ist das Problem das könnten wir auch noch mal kurz sagen dass der Paco ähm der eigentlich heute auch hier sein sollte sich leider nicht gemeldet hat und ähm Irgendwie hat er keine Zeit Der hätte sowas auch zum FF bestimmt auf dem am Start und äh Nächstes Mal vielleicht Ja der Paco der Paco ist so richtig Wisst ihr also Hintergrundwissen der kann sofort mit Budgets mit Regisseuren mit ähm Axel Haare also ob Axel behaart oder nicht Das kann er alles sagen das können wir leider nicht Wir wissen nur dass das Mav rasiert ist unter den Axeln ja aber nur links nur links hier aber nicht ja sag ich ja ich sag ja Ah ne nur rechts sowas nur rechts Nur rechts rasiert links nicht das ist wichtig So okay und der erste Captain America von 1944 das war halt Propagandakram Ähm das ist aber gar nicht in Deutschland erschienen das ist halt wirklich das woraus Captain America entstanden ist nämlich ein ein Superheld gegen Nazis Das ist ja der Grundgedanke hinter Captain America der sich dann immer weiterentwickelt hat zu einer Comicfigur So und jetzt Trine X-Man und der der Alex der raucht jetzt eine wenn er schon nicht pissen darf Ja geh doch einmal kurz hermach Na ich will ich auch hier seine Und warum Trine? Ja Trine wollte was zu X-Man erzählen du hast als allererstes gesagt ja geh mal vom Late, geh mal zu X-Man Nein weil Mav hat ja so gedreht Ich hab das aber auch schon angesprochen also Okay Mav dann du X-Man Ich bin raus Ja ich bin raus Ist ein toller Film Ja mach mal Ist ein toller Film Hat mir gut gefallen Ähm Ich muss dazu sagen dass die ersten Filme mir ziemlich viel von Marvel mitgegeben haben und ich dadurch erst Marvel kennengelernt hab richtig Also Late hab ich ja vorher nie gewusst dass das wirklich zu Marvel gehört Und ähm Da hab ich erst richtig Spaß dran gehabt und Hinterher mit äh mit dem Alter Und irgendwann jetzt die neuen Filme kamen ja erst relativ spät So diese ähm Iron Man Filme zum Beispiel da hab ich den erst wieder angefangen richtig Und X-Man halt Ähm Wobei ich sagen muss X-Man war das einzige Schauspieler der mir wirklich gefallen hat war der Wolverine Oh Ja also weiß ich die anderen Ich fand den cool damals Ich mein ist jetzt auch schon ein bisschen her ne Ich bin ja Wobei als ich jetzt wieder den ersten X-Man gesehen habe Scheiße war der jung da noch Ja ist unglaublich ist ja 15 Jahre her schon Er passt jetzt besser in die Rolle so mit dem Markanteren und sowas Passt er besser jetzt in die Filme rein als beim ersten X-Man Das hab ich jetzt so gedacht Der hat sich aber finde ich gut gehalten ne Wenn man es vergleicht finde ich also ich weiß nicht Ja passt schon ne Aber ich mein nur so beim beim ersten Da hat er noch so dieses rubihafte eher Ja äh ich glaub der hatte die Haare auch länger Das hat mir jetzt wenn ich jetzt den letzten Teil geguckt Da gefällt er mir nicht so wirklich Also zumindest frisurentechnisch Aber das ist ja jetzt auch nur nebenbei so eine Randinfo Weil ähm Darum geht's ja gar nicht Was ich immer schade bei X-Man Dass es dann einfach viel mehr Helden Es ist viel mehr Helden gibt und die man halt nicht im Film sieht So in Comics gibt's ja glaub ich Viel viel mehr Ja In der Schuhe da Da ist das große Problem Wenn du diese ganzen X-Man Filme mal nimmst Ist ein ganz ganz großes Problem Dass auf einmal im Ich sag mal im dritten Teil Ich glaub das war der letzte Widerstand Ähm Auf einmal Helden sind Die vorher gar nicht erklärt werden Die tauchen einfach auf Ja genau Und die gehen davon aus Die Zuschauer müssen die kennen Ja genau Aber ich war zum Beispiel nie Und das auch heute nicht Also es gibt ein paar X-Men äh Oder Min Eigentlich müsste es ja Min heißen oder? M-E-N ist doch Min Ja aber man sagt ja auch X-Men Ja man sagt so X-Men Ja Ein halbes Ehen halt irgendwie Ja aber man sagt ja auch X-Men Und nicht X-Men Ne Das ist wie das deutsche Man sagt ja auch nicht X-Box Sondern X-Box Das ist total doof Egal darauf wollte ich gerade nicht hinaus Also es kommen da auf einmal ähm Neue Figuren die man vorher nicht kannte Und man geht davon aus Ja die Zuschauer müssen die jetzt halt einfach akzeptieren Ja genau Und das finde ich halt doof Das Problem hatte ich aber auch hier bei dem Wolverine X-Men Film Wo auf einmal hier der mit den Karten Ja der wird überhaupt nicht erklärt Der wird überhaupt nicht erklärt Ähm Wenn der Film vorher dran Ähm Gamble 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 Ja Wir haben übrigens fünf Zuschauer Leute Yay Sieben davon sind wir Ähm Ja aber gehen wir nochmal zu X-Men Ähm X-Men muss ich auch sagen War so der erste Superheldenfilm den ich richtig gefeiert habe Und etwas was ich mir immer gewünscht habe Ähm Obwohl ich mit den X-Men wie gesagt nie richtig warm war Und die eigentlich gar nicht mochte So auch schon halt als Zeichentrick nicht Und auch nicht in den ähm Comic-Heften Also ich habe Comic-Hefte gelesen Aber war immer schon so der Spider-Man Typ Ähm Ich habe auch die alten Spider-Man Filme irgendwie Es gibt den japanischen Spider-Man und so Ja Ähm Aber ich glaube die sind nicht direkt von Marvel Deswegen tauchen die glaube ich auch nicht in dieser Liste auf Ähm Ähm Wie ist das denn da eigentlich mit der Lizenz? Keine Ahnung aber die Lizenz von Marvel ist so oft gesprungen Ja wirklich? Ich dachte das ist irgendwie so eine unoffiziell Gut ich meine der ist ja rausgekommen Also gibt es manchmal auch auf DVD und äh Bluwe vielleicht irgendwie Da muss es ja irgendwelche rechtlichen Ich kann es gar nicht genau sagen Aber das sind so richtig schlechte Filme gewesen Ja gut ich meine japanische Filme sind halt ne Ein japanischer Also ich weiß ich weiß dass da irgendwie einer mit japanischen Gegnern war Und du hast halt richtig gesehen dass die Ähm Auf dem Boden Also ne der ist so auf dem Boden gekrabbelt Und nicht halt wirklich ne Wand hoch und so Achso Okay Ähm Ich hab mal nen Schluck Wasser Anstatt Kaffee das hilft vielleicht auch Äh Ich guck gerade Und die X-Men Ja 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 Also vor und weg was hab ich mir erzählt dass mit der ähm Ach ich hab mein Gedächtnis auch Ich war nie weg ich war schon immer hier Ja Ja Und deswegen fand ich es so richtig geil dass er halt einen einzelnen Film bekommen hat Mit der Zeit und ähm Sein Kollege da der ja auch diese Krallen hat Aber also an den Fingernägeln der wird ja ja gezeigt Sein Bruder da Sein Bruder ich weiß ja Ja das ist ja jetzt bei dem Wolverine Direktfilm Ja genau Ja genau Das ist bei äh Wolverine Origin hier X-Men Origins ähm Genau Und ich find das so geil dass da auch zum ersten Mal hier Deadpool zum Beispiel drankommt ne Und dass sie halt einfach so ein Crossover probiert haben Jetzt springst du aber ganz krass Digga Ja tut mir mein Ja Aber dazu wollte ich was sagen Ähm wie heißt der denn Ja weil du das gerade angesprochen hast mit dem Bruder Der Bruder ähm ist nämlich gar nicht sein Bruder ähm In den Comics auf jeden Fall nicht der heißt Das ist Sabertooth Und Sabertooth das ist ja das Verrückte Jetzt kommen wir in dieses ganze Kranke Ähm Sabertooth gibt's im ersten Teil glaube ich Das ist der ähm äh ja so ein weißes Monster da Wenn Logen ähm auf dieser Straße wo Schnee ist irgendwie langfährt Und dann fällt auf einmal ein Baum um Da gibt's doch diesen Sabertooth Ach dieser komische langhaarige Affe da Ja 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 Der aussieht wie der Yeti Ja genau Und das ist Sabertooth So und Sabertooth ist bei X-Men Origins auf einmal sein Bruder Ja So da haben wir schon eine Verschiebung irgendwie der Realität Der sieht aber ganz anders aus Ja das ist es ja das ist total bescheuert Der älteren Das sieht komplett Ich meine die könnten zwar einen anderen Schauspieler nehmen Aber der ist ja komplett anders dargestellt im ersten X-Men Film Richtig Richtig Als großer bulliger Typ der irgendwie ziemlich rau daherkommt Ja und auch gar nicht so die richtigen Augen hat Sondern der hat doch immer so eine schwarzen Augen so komplett Ja aber das ist trotzdem Sabertooth Also da hatten sie Sehr cringe Nimmt mit dem Charakter was anderes vor Als dann bei Origin dabei rauskam Da war's ja dann auf einmal sein Bruder Ich meine bei X-Men beim ersten Teil Also den ganz normalen X-Men Ja Heißt es ja auch seine Krallen kam erst mit dem Alamantium Ja Bei Origin sind's auf einmal seine Knochen Wobei ich das ja auch logisch finde ne Woher sollte er sonst auf einmal das rausschieben können ne Es wird im ersten X-Men damit erklärt Dass Logan Selbstheilungskräfte hat Und dadurch kann er dieses Alamantium rausschieben Irgendwie sowas Genau Diese Verletzungen sind dann ja auch durch diese Wenn die da aus der Forst kommen Sieht man das wenn die hier rauskommen Es müsste hier auch so Ich meine das schließt sich ja total schnell die Wunde wieder Ja ja Ich meine das wird dann ja darauf mit Sicherheit zurückzuführen sein Aber halt bei X-Men Origins ist es halt Dass er von jeher Oder schon wahrscheinlich dann als Kind Die Fähigkeit hatte Diese Knochen rauszuschieben Und man sieht ja dann auch Dass er im Laufe der ganzen Menschheitsgeschichte Bei jedem großen Krieg dabei war Und Pipa Ja beide Ja beide Genau Ja stimmt Krieg ja wo sie da in einem Vietnamkrieg und allem Beispiel ne Genau Ja Also das ist schon mal eine Verschiebung der Universen Und da sie ja diese Civil War Reihe Beziehungsweise die Avengers Reihe Jetzt spring ich nämlich mal Plan und da ja die X-Men irgendwann mal reinkommen sollen Ja Gibt es ja den neuesten X-Men Das ist hier dieses Jetzt weiß ich den Namen grad nicht von dem Scheiß Ding Zukunft ist Vergangenheit Damit machen die grad ein Paralleluniversum auf In dem halt dann auch die Geschichte zu den Avengers passt Was ähm Wie heißt sie Aber Zukunft ist Vergangenheit Das ist doch das wo Logan zurückspringt Also ne durch die eine Genau Er liegt ja auf dieser Bank Und die andere Hältchen dann Also die eine Hältchen dann quasi Durch mentale Stärken quasi in der Vergangenheit fest Genau Und spring doch dann immer durch die Orte durch und äh In der Zeit damit die den Leuten wieder entkommen können Ja aber guck mal das spielt ja nach X-Men Teil 3 ne Also Zukunft ist Vergangenheit spielt nach Teil 3 Ja Aber in Teil 3 stirbt äh äh Doktor X Also Doktor Xavier Der stirbt in Teil 3 Aber da ist er wieder da Ja aber das äh das ist am Ende von Teil 3 Den hab ich nämlich jetzt erst neulich wieder gesehen Ja nach dem Abspann Was? Genau Nach dem Abspann ist er vom Flughafen Sind sie auf einmal wieder beide da Und äh da fragt ja äh Logan auch Wie? Und er so ähm Ich weiß gar nicht mehr was er da sagt Aber dass er auch irgendwie ähm mehr Möglichkeiten hat einfach Ja und das ist durch die universelle Verschiebung dieser Universen Durch äh Wie heißt der Film nochmal? Ich hab's schon wieder vergessen Zukunft ist Vergangenheit Zukunft ist Vergangenheit Danke Also das hat mich total gestört Weil es wird einfach nicht erklärt Sondern es wird als gegeben Es ist so gegeben Nimmt das so hin Aber das ist ja der Grundgedanke von X-Men Wie du ja vorhin schon erklärt hast Dass die Charaktere ja auch nicht wirklich erklärt werden Ja was ich kacke finde Ja aber ich glaub generell das Problem an so einer Sache ist Dass diese Filme halt über wahnsinnig viele Jahre laufen Der erste X-Men kam äh Pfff 2000 wann? 2000 2000 Und der letzte ist jetzt aktuell Das sind also 15 Jahre Das sind immer neue Regisseure Und immer neue Schriften Die da aufgesetzt werden Also Drehbücher Und ich glaub einfach Dass das ziemlich problematisch ist Da so einen Konsens zu finden Dass alle du sind Und dass sich jeder so den Film hin bastelt Wie er das dann so möchte Aber wenn du jetzt Iron Man nimmst von 2008 Das sind jetzt sieben Jahre Aber da ist seit Iron Man Ist da eine durchweg äh Konstante Geschichte hinter Ja das haben sie besser geschafft Das stimmt ja Ne Ist es aber vielleicht auch immer der gleiche Regisseur? Nein 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 Das sind alles unterschiedliche Regisseure Bis auf jetzt Avengers Das war Joss Whedon Was man aber auch sehr stark merkt Und das ich glaub Da könnte ich jetzt scheiße labern Aber ich glaub auch bei Winter Soldier Hatte Joss Whedon irgendwie seine Finger mit im Spiel Ich guck mal kurz Ich hab's nicht auf dem Schirm Ich kann das nicht so aus dem Kopf Wobei prinzipiell Wobei prinzipiell muss ich sagen Ähm klar Dass die X-Men Filme immer ein bisschen konfus sind Aber prinzipiell sind sie eigentlich alle ziemlich gut gemacht Ich find auch die gefallen auch Also wenn man sie losgelöst von den anderen Teilen sich einfach anschaut Ähm finde ich es eigentlich gar nicht so schlecht Klar so diese paar Fragen bestimmter Charaktere oder sowas Aber so einfach dieses Gesamtspiel von dem Film Ähm mit den Fähigkeiten und allem drum und dran ist schon Hat schon was Ich meine man kann ja auch so einen Film sehen als das was es ist Und einfach nur als ähm Film Genau und Spaß dran haben Einfach sich davor setzen, abschalten, sich das angucken Spaß haben an den Effekten zum Beispiel Je nachdem wo drauf man steht Und äh das dann genießen Wir gehen jetzt ein bisschen tiefer rein in die Materie Aber äh dafür machen wir das ja auch Ja und wir haben nie gesagt, dass wir vor morgen früh nicht fertig sind Genau Übrigens meine absolute Lieblingsszene Im ersten X-Men Teil Ähm war die Slow Mo Fahrt Wenn Logan bei der Freiheitsstatue so mit seinen Krallen Um diesen einen Stachel von der Krone So rum Und dann irgendwie so Bäm Das war so geil Ich weiß gar nicht wie oft ich mir das angeguckt habe Das war ja 2000 war noch VHS Zeit Ähm da haben wir Ich weiß nicht, ich hab das Band kaputt genudelt glaube ich an dieser Stelle Was ich vorher nur aus Pornofilmen kannte Aber dabei finde ich, dass die Effekte bei den Marvel Filmen immer schon gut waren Ja auch wenn man den X-Men nimmt Der von 2000 ist die Effekte mit diesen Feuer Händen Mit diesen Feuerhänden und den Eishänden Da in der Schule Wo er da diese diesen Eisklumpen dann fallen lässt Wie hast du aufgebaut? Das sieht alles top aus Auch wenn es schon ziemlich früh ist Ja mit Rogue und Iceman und Fire Wie heißt das denn? Prinzipiell die Filme sind eigentlich wirklich gut gemacht Auch für ihre Zeit damals Ähm dann Warte was wollte ich gerade Super geiler Effekt auch Wenn die ganzen Bullen da stehen und Magneto da Diese ganzen Waffen hoch und die sich alle umdrehen Und nachgeladen wird Hammer stehe ich total drauf Ich mochte den ersten X-Men sehr Aber er ist halt für Leute die Ähm Also erstmal Leute die die Comic-Vorlage kannten Und die kannte ich halt teilweise über die Spider-Man-Comics War es schwer, weil es alles ein bisschen anders war Und ähm Aber es war ich sag mal der Ähm ähm Einstieg von diesen ganzen Superhelden-Filmen Die dann alle danach irgendwann kamen Also nimm jetzt mal sowas raus wie Wie hier Batman Returns Und und Ne Das ist anders Das war alles so auf spaßig Diese anderen Batman-Filme Die waren spaßig Und mit dem Pau und Bäm Ne, 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 ne Das war ja noch früher Was ich jetzt wirklich meine Ja Aber so ein bisschen in die Richtung geht das schon Also womit Man sieht zwar keinen Pau und kann Pam mehr Aber trotzdem ist äh Sehr gespielt Sehr sehr lustig wie die Vitrine schon sagt Aber ihr wisst was ich meine die wurden auf einmal ernsthafter Also ab ab 2000 würde ich sagen wenn ich mir diese ganze Liste angucke Das sind alles ernsthafte Filme Oh habt ihr mal gesehen wer da geschrieben hat Ja Virus schreibt mal Hallo Sagt irgendjemand der heißt Impulshillbilly Keine Ahnung wer das sein könnte Okay Aber ich muss auch ehrlich sagen ähm ich Ich bin eigentlich auch so der Meinung dass X-Men mir so dieses dieses Marvel-Universum interessant gemacht hat Weil die gut gemacht waren Mhm Also ähm Da war es dann so wenn man gehört hat ein neuer Marvel-Film kommt Oh schaust du dir vielleicht an äh schon das Interesse einfach da weil die gut gemacht waren Man kann auch davon ausgehen dass in dem jetzt alle Marvel-Filme auch immer gut sein werden glaube ich Also die liefern einfach immer gut ab habe ich das Gefühl Also ich hab da jetzt kein gut ich mag Fantastic Four nicht ne Der kam ja sogar schon äh vor X-Men und die mit dem kann ich einfach überhaupt nichts anfangen Ja aber es ist einfach glaube ich themtechnisch da kann ich einfach die bringen wir nichts Da müssen wir gleich mal drüber sprechen Fantastic Four weil die spielen ja für die Avengers-Reihe auch eine ganz große Rolle Kommen die auch noch mit rein? Wie heißt denn dieser äh äh Dritte Teil der heißt doch äh nicht Civil War sondern Blablabla War Von Avengers Ja Ich weiß gar nicht wie der dritte Teil heißen soll Avengers Age of Ultron Ne das war der zweite Nein das ist 2015 das jetzt aktuell Ja und es soll noch ein dritter Teil kommen Und im dritten Teil wird dann alles zusammengefasst aus dem Spiderman Universum X-Men soll mit rein soweit ich weiß Fantastic Four sollen mit rein Also da soll es so richtig richtig fett werden Ich guck mal eben nach Ja und das ist glaube ich für einen Regisseur aber auch das Schwierige ähm jeder da draußen der irgendwie was mit diesen ganzen Filmen wir kommen ja noch zu weiteren Teil äh anfangen kann der hat irgendwo seinen Liebling sei es äh Captain America sei es Thor sei es Hulk sei es Spider-Man sei es vielleicht auch halt einer von den Fantastic Four so und denen alle genug Screentime zu geben für so ein großes Projekt das ist schwierig äh das glaube ich auch das ist richtig schwierig ich fand halt im ersten Avengers war das gut gelöst also obwohl immer noch sehr sehr stark hier ähm Iron Man war ja auch sehr gut gelöst Ich glaube ich polarisiert Ja der ist aber auch immer ziemlich im Vordergrund glaube ich Der ist auch dem sein Charakter einfach darf man ja auch nicht vergessen Ja der ist ein bisschen frohlich ne Aber den habe ich nie gemocht in den Zeichentrickfilmen oder in den Comicheften aber ich mag den unheimlich gerne in seinen Filmen und äh Ja ich auch aber äh ich glaube das macht auch viel ähm der Tony Stark Robert Downey Junior Der was? Der Robert Downey Junior Robert Downey Junior Robert Downey Junior ja Der der äh spielt den also ich finde den in der Rolle echt super Übrigens kurz äh Avengers heißt äh Civil War Habe ich doch gesagt Ah ah ne äh ne Wo war das denn jetzt gerade? Ne Civil War ist der nächste Captain America Ne 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 Ja Das stand doch hier gerade eben noch bin ich jetzt Moment Äh red mal kurz weiter ich guck mal eben nochmal nach Gut ähm dann sollten wir jetzt einfach mal hier X-Men erster Teil Jahr 2000 abgeschlossen Im Jahr 2001 kam nichts raus wenn ich das hier richtig sehe Ja Ähm und dann kam im Jahr 2002 Blade 2 raus ähm hatten wir ja kurz angesprochen du hast den gar nicht mehr auf dem Schirm Trine Ne ähm 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 äh Mess hatte ich nicht auf dem Schirm Und du hast den noch auf dem Schirm? Irgendwas mit Russland Irgendwas mit Russland Irgendwas mit Russland Und das ist nämlich auch gerade mein Problem Es war irgendwas mit Russland Es war irgendwas mit runtergekommenen Vampiren die irgendwie nicht mehr so die Power haben Äh mit mit irgendwelchen Blutbanken und ich ach ich Ich krieg den zweiten Teil nicht mehr zusammen Und ich war also ich ich weiß dass ich ihn immer nicht mochte Naja ja 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 Also äh ne war das nicht auch so dass das hier der Wissler hat weil das mochte ich nicht Ich mochte den Wissler einfach im ersten Teil so geil und der war dann im zweiten war der ja irgendwie nicht mehr dabei oder? Doch Im zweiten ist er noch dabei Im dritten auch noch dabei? Der der wird pass auf nein der wird im zweiten Teil wird der geheilt Im ersten Teil denkst du der ist tot Genau Frost den irgendwie doch so auf diesem Stuhl so und Tuch drüber und mit einer Kamera das gefilmt hat und im zweiten Teil ähm fängt er damit an deswegen ist er auch in Russland um um Wissler da irgendwie glaube ich zu holen und ähm ihn zu heilen von diesem Vampir Ding und dann ist er auch in so einer Kammer und er sagt in zwei Tagen oder so lass ich die Jalousien hoch und ob du es dann geschafft hast oder nicht Jedenfalls sowas habe ich ihn ähm Ja Jedenfalls spielt ein paar Jahre danach und misshandelt obwohl er sich im ersten Teil erschoss Ja siehst du das schon wieder Jedenfalls Jedenfalls auch Vampire das war nämlich das krasse die schließlich ebenfalls sogenannten Reapers mutieren so muss sich Blade mit den Vampiren zusammenschließen um diese Bedrohung abzuwehren bla 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 Er bildet das sogenannte Blutpack ein blutsaugendes Elite-Kampfeinheit aus diese Einheit wurde geschaffen um den Daywalker als Blade zu vernichten Blablabla brauchen wir nicht weiter darüber reden ich mochte den nicht echt ich kann es ich kann es nicht erklären ich mag den Film nicht Ja äh Infinity War heißt der Infinity War Nur kurz und da habe ich nochmal kurze Frage zu nur kurz müssen wir jetzt nicht nochmal aufreißen ähm kommt das in den Comics drin vor weißt du das Alex? Also ähm was ich weiß ist dass dieser Civil War der ja jetzt mit mit ähm Scheiße Fuck der jetzt mit Captain America startet Captain America rein genau Das ist im Endeffekt so dass das die Superhelden ähm bei irgendeiner Hilfeaktion und ich weiß nicht ob das schon dieses Age of äh Ultron war wo wo diese Stadt kaputt geht und so weiter Ja genau Da sterben 600 Menschen ich habe irgendwie diese Zahl 600 im Kopf 600 Menschen krepieren und ähm daraufhin beschließt die Regierung dass sich alle Superhelden registrieren lassen müssen und da wehren sich aber Das ist ja dieser Konsens den sie da nicht haben ne also diese Wo sie da aufeinander abprallen die einen sagen wir haben keine Lust mehr so für die zu arbeiten und die anderen sagen komm wir sind quasi noch im Staatsdienst oder was Richtig richtig Das ist glaube ich Captain America der da jetzt äh für da ist und der dann sagt dann wir müssen da noch hinter stehen und äh den Menschen helfen Und äh dann gehts halt weiter und dann prallen sie aufeinander und haben den Riesen Stress Aber ich kann jetzt nicht unterscheiden zwischen zwischen Civil War und und Infinity War ich weiß nicht Es kann natürlich sein dass der Infinity War durch den ähm die Infinity Steine nein das sind die Infinity Steine jetzt habe ich es Fünf verschiedenen die kommen ja schon vor die werden ja auch schon im äh Zweiten Avengers glaube ich oder ne? Nein in je äh pass auf bei Thor gibt es den das ist der äh Doch in Age of Ultron habe ich das doch auch noch gezogen Ja das ist der Tesmarag ne in Age of Ultron Ne nennen die nicht Doch der Tesmarag ist einer von den Infinity Steinen Achso ähm Guardians of the Galaxy kommt auch in Avengers 3 vor habe ich gerade vergessen die Guardians kommen da auch noch Die haben den ähm Infinity Steinen hier diesen diesen lilanen Und dann gibt es noch einen gelben roten grünen ich weiß nicht wo die noch überall vertreten sind Aber die gibt es in jedem verfickten ähm Film geht es auch teilweise um diese Steine Ja aber dann wird ja eine Infinity War bedeuten wahrscheinlich dass sie dann irgendwie mit dem Space auch noch interagieren Ja dieser Typ den du bei Thor 2 glaube ich am Ende gesehen hast der auch bei bei Guardians of the Galaxy glaube ich kurz gesehen wurde Auf das ist so ne so ne Plattform mit nem All der sitzt auf so nem Stuhl der sich so umdreht Der kann Handschuhe tragen ähm das weiß ich aus den Avengers Comics Ja äh ich weiß seinen Namen grad nicht mehr so ne Scheiße ist auch egal Ja kommst du den Avengers weg ne? Ja aber der hat halt nen Handschuhe Und in diesen Handschuhe können all diese 5 Steine ähm äh verbunden werden und damit hast du die stärkste Macht im Universum Und ich weiß dass zum Beispiel auch Ah wie heißt sie Black Widow hier gespielt von Scarlett Johansson die geile Sau Das ist wirklich das ist wirklich eine Schnitte ohne Scheiß Mega gut ne? Also wirklich Tony Stark Hat mir schon vorher gefallen die kann ich dir so die finde ich auch in äh die Insel zum Beispiel Die ist schon ein bisschen älterer Film Stimmt ja da war sie blond ne? Da war sie blond ne? Da war sie blond ne? Ja geile Sau ähm Aber ich mag sie mit diesen roten gelockten Haaren das finde ich schon schnieke ähm Also aus den Comics ist es so Tony Stark hat irgendwann diese Infinity Steine zusammen Kriegt auch den letzten von den Guardians of the Galaxy soweit ich weiß Und der versteckt sie im Avengers Tower in einem super Tresor und so weiter Und Black Widow klaut die glaube ich raus weil sie sagt selber dass kein Mensch so viel Macht haben sollte Und bringt sie raus weil sie glaubt sie ist am stärksten dagegen immun Und trägt die dann mit Thor der ja selber halt als Gott auch irgendwie immun dagegen ist Und versucht die wegzubringen ich weiß aber leider nicht mehr wohin das ist alles schon so lange her verdammt So und dann taucht dieser Typ auf der so lila ist und in den Goldhandschuh klaut dann Black Widow den Scheiß Und dann kämpfen die gegeneinander und bleepapo So ist das Wir haben eine Zuschauerfrage Ähm Viro schreibt mal hallo Der P-Lay fragt auf Facebook hier der P-Lay fragt äh welcher Charakter würdet ihr von Marvel sein und warum? Oh Und äh Auch Anti-Held Oder also Bösewicht Genau Sprecht mal drüber ich geh kurz wissen Jeder von euch denkt sich jetzt einen aus ich komm wieder ich hab nämlich meinen schon Ja ich glaub ich hab meinen auch Also ähm Ich wäre am besten am liebsten wäre ich von X-Men ähm Ähm Wolverine Muss ich kurz nachgucken Das ist einfach Das ist einfach der Ich hab so ein Gedächtnis kannst du in die Tonne kloppen Wolverine Beziehungsweise X-Men sind so die ersten Ansätze die ich halt mit Marvel hatte und das ist einfach so das sind die Filme die ich am stärksten verbinde und 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 der Wolverine ist einfach der Held der mir am am Ehe es ihm in den Kopf kommt Der ist einfach Der kann ja auch viel ne Ja Der ist super stark der der ist ziemlich schwer zu töten Der ist mir auch super sympathisch der Typ also der Schauspieler auch dahinter Und ich find's einfach gut dass sie einfach durchgehend den gleichen Schauspieler nehmen Egal in welchem X-Men Ja Das find ich aber auch gut Aber ich glaub das ist ähm Dann aber auch wiederum ein bisschen Flur für den armen Kerl ne Ja irgendwann kann er auch nicht mehr glaube ich Weil Ich weiß ja nicht wie viele X-Men Filme noch gibt aber irgendwann kann er bestimmt nicht mehr Ja aber dann wird es ein Problem sein Ich mag sowas zum Beispiel nicht Ja ich mag's auch nicht Ich mein gut aber das lässt sich manchmal auch gar nicht anders regeln weil einfach äh Manchmal haben sie ja auch andere Projekte am Start Oder andere Filme da können sie dann halt einfach nicht oder was Ja Aber äh Weil Wolverine ist einfach äh nur er und Ja Deswegen da wird es mir auch schwer fallen Also ich find Wolverine im Prinzip hier auch ziemlich cool Ja Ähm Ich find aber auch zum Beispiel Storm echt cool Weil das ist ja auch so eine Powerfrau und ähm Mit den ganzen Tricks die sie auch drauf hat und durch die Gegend flattern und alles ist alles Storm ist aber nicht hier die mit den roten Haaren ne Das ist eine andere Nee Storm ist die mit dem weißen Haaren die hier von Halle Berry gespielt wird Ja genau Halle Berry geile Sau Da ist er wieder Ja Ja Deswegen also Weil Storm die die ist auch ähm Nicht so hitzköpfig oder sowas Na die ist auch mal besonder Gut abgeklärt ne Ja Die weiß was sie macht die ist die weiß auch was sie will und äh Die ist clear irgendwie die ist weg straight und geht ihren Weg so und lässt sich auch nicht reinreden Ich find Storm kacke Äh Und ich hatte immer Angst vor der Weil die immer so mit ihren weißen Augen Ne Ne Mag ich nicht Deswegen ist auch äh von wegen Anti-Held oder Held Ich Also der Wolverine ist ja auch so ein bisschen nicht immer so Nett Nett Oder nett und der Gute Wobei Der geht ja auch mal setzt seinen Kopf durch und sagt auch mal hier Arschlecken ich hau zum Beispiel ab Hau mal mit meiner Motore ab und äh ihr könnt mich ja nochmal Ja aber dann kommt er wieder und rettet die Lage Genau So muss das sein Er ist so der schüchterne Held also auf einer Seite Sein Nummer so rum Für mich der gerade ne Stange Wasser ins Klo gestellt hat ähm Math ist äh also würde Wolverine gern sein und du wärst gern Storm oder wat Ja so so prinzipiell finde ich Wolverine auch cool aber äh ich mach mal die weibliche Fraktion noch Weil Jean, Jean ist natürlich auch krasse drauf aber die ist mir dann zu krass drauf Aber was hatten die bitte für tolle für tolle Tricks, Jean? Die kann Ich halte die Zeit an, äh ich kann nicht dein Gehirn Das ist eher so ein bisschen spiritueller angehaucht oder? Jaaa aber das Origela auch Ich dachte du Geller magst das wissen wir doch Ahab Steim Schalos Wie viele Löffel? Wir müssen alle einen Löffel auf unserem Fernseher legen jetzt Alle Mann, alle die zugucken machen halt jetzt Und Alex verwischt die Löffel Ich hab auch ein, hier, hier Okay? Pass auf Pass auf Ahab Steim Schalos Oh, oh pass auf, pass auf, pass auf Ahab Steim Schalos Krass, hä? Was ist denn von Lieblingshelden, sag mal Alex? Ja genau Rocket Beans Ähm, ne äh, Lieblingsheld ist definitiv Spyder Wir müssen eine eigene Werbung machen hier, was soll das denn hier? Achso wir müssen eine eigene Werbung machen Ja hier, da Okay, okay Es ist nicht Weihnachten, es ist Star Wars verfickt Ähm, okay Ja stimmt auch Ja, aber dein Held Sag mal Aber es ist nicht Marvel Warte kurz Warte kurz Es ist... Es ist... Infinity heißt das oder was? Äh, Disney Infinity 3.0 Guck mal Und, äh, 2017 kommt, äh, Avengers Infinity 4 raus Das ist doch jetzt hier nicht mit dem Soundfall Fick die Henne Ja, hier, äh, wir haben auch nochmal eine Zuschauerfrage Wann läuft der Redgut nackt durchs Bild? Müssen wir fragen Eli, das kannst du mit ihm privat klären Warum ist das Bild jetzt so unscharf, fragt der Virus Ja, du warst gerade ein bisschen unscharf Ja, du bist auch immer ein bisschen unscharf Ach, ich bin der hotteste Typ ever Ey, wahrscheinlich wird dein Upload jetzt gerade irgendwie von der Nachbarin gelutscht Ne, sag mal jetzt hier, Alex Ja, komm jetzt sag doch mal das Bild Mein Lieblings-Superheld, also wirklich rein emotional, der ich aber nicht gerne selber wäre, ist Spider-Man Ähm, weil Spider-Man ist ein Superheld, der, ähm, all das, was er tut Also wenn ich, wie gesagt, ich bin mit den Comics groß geworden, äh, Trinchen wird's noch wissen, aber ich hatte eigentlich nur Spider-Man-Comics Spider-Boy, Spider-Man Und Buffy Buffy-Comics auch, ja Ey, Buffy ist geil, halt die Fresse, das ist Joss Whedon Wollen wir die Verbindung? Joss Whedon, der Finder von Buffy und Firefly und Angel, ist der Regisseur von Avengers 1 und sein Sohn von Avengers 2 Boom, Motherfucker Jetzt kommst du Okay Du bist auch mit deinem Superhelden durch Ja, äh, Spider-Man, ähm, deswegen, weil, mh Er ist der Superheld, in meinen Augen, der am meisten im Off-Text, ähm, ah, ich muss mal Bonbon aufessen Mh, 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 mh Der am meisten im Off-Text, äh, spricht, also dadurch, dass, dass er ja den Spinnensensor hat, ähm, oder die Spinnensensoren, ist es so, dass er im Kampf im Grunde pausieren kann Und über die Situation an sich reflektieren kann Und, ähm, dieses hier große Macht, große Verantwortung, pipapo, was sein, sein Onkel ihm gesagt hat, ähm, ist so ein Ding, was er ja immer wieder raushängen lässt, außer in der Zeit, wo er vom, ähm, Venom, also, wo er dann dieser schwarze Spider-Man-Typ ist Der schwarze Spider-Man, ja Ähm, da ist er einfach überheblich, was in den Filmen echt scheiße dargestellt wird, aber da kommen wir ja gleich noch zu, ähm, aber, ne, ich würde echt sagen, Peter Parker Spider-Man Erstmal, er, er hat kein Profit dadurch, seine, seine Fotos bringen ihm kaum Kohle, ähm, er macht das wirklich aus reiner Überzeugung und er ist, ähm, ja, für mich einfach so einer, der, der Der ist greifbarer, ne? Ja, der ist total greifbar, nimm Tony Stark, klar könnte ich sagen, ey, wenn, wenn, dann will ich Tony Stark sein, weil dann kann ich mir jeden Scheiß kaufen, dann kaufe ich mir jeden Superman Ja, aber Spider-Man, oder, das ist halt, oder, oder, Peter Parker ist ein Typ, den man sich gut vorstellen kann, Nachbar zu haben, oder den man auch irgendwie, wo man auch selber viele Dinge mit verbindet, das habe ich auch mal so erlebt, oder so, oder das kenne ich, ich hab auch kein Problem mit dem Job gehabt, mit seinem Pizza-Job, den er da hatte und dann verliert Ja So eine Sache, das sind einfach so, 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 man erfährt auch einfach so viel von Peter Parker Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, also, ähm, die, die Spider-Man-Filme zum Beispiel, ich hab nur die gesehen mit Tobey Maguire, die Neuauflage und sowas hab ich dann gar nicht gesehen, ähm, und auch die Filme von Tobey Maguire, ich mag die nicht unbedingt Oh, 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 der Paco schreibt gerade, seid ihr noch dabei? Alter, ich werd mich mal drum kümmern und den einfach mal in Link zukommen lassen Ja, den hast du noch? Ja, ich habe Link noch, ist ja gar keine Probleme Also, ich finde die alten Filme aber auch besser als die neuen, also, ich weiß jetzt nicht, wie das, also, ne? Also, ich, ich mochte die Comics von Alex auch, die hab ich auch alle gelesen, ne? Auch Spider-Boy, ne? Hast du auch gelesen Äh, ähm, auch hier die, die Serie auf RTL, ne? Kar-RTL, Samstag, Spider-Man, super Geschichte Ja Hab ich echt gefeiert Aber die richtigen Filme, das ist nicht wirklich, ich hab die zwar mit Tobey Maguire alle gesehen Aber, das ist mir zu wehleidig Echt jetzt? Ja Also, gerade der erste Teil, den hab ich mir sehr, sehr oft angeguckt Ähm, ich find, also ich liebe es sowieso bei Superhelden allgemein, ähm, die ersten Teile Wenn der Held seine, seine Fähigkeit entdeckt, damit lernt, klarzukommen Ich, ich liebe das immer, also, wenn, wenn er sozusagen seine eigene Ausbildung macht Ähm, steh ich total drauf Und deswegen mag ich den ersten Spider-Man mit Tobey Maguire sehr Ähm, der zweite wird ja als einer der besten Comic-Verfilmungen, äh, bezeichnet Also, unabhängig jetzt von Spider-Man oder so Sondern, weil er einfach Ja, der ist sau gut geschrieben, ne? Mit Dr. Octopus und so Und das ist alles sehr realistisch dargestellt Also, der macht schon Spaß Während der dritte natürlich ein absoluter Flop ist, da brauchen wir nicht drüber reden Also, rein von der Machart her, find ich's ja auch nicht schlecht Deswegen hab ich's mir auch angeguckt Aber ich hatte, äh, also von den, von den Filmen, von den Spider-Man-Filmen Hatte ich nicht den Wunsch, diese neue Flagge, ne? Dann, die jetzt kam, äh, in den letzten Jahren mir anzutun Großer Fehler Habe ich mit einem einzigen gesehen Großer Fehler Ja, hast du mir schon mal gesagt Du bist, du bist Weihnachten bei mir, ne? Dann guck mal beide Filme in 3D Bär Großer Fehler Und jetzt ist es noch mal unterhalten, Alex, ne? Ja, großer Fehler Welche Serie denn wir geguckt haben? Also, Comic-Serie, ne? Und da hast du auch gesagt Von 1994, die, äh, Spider-Man-Serie mit dem 3D-Intro War das 1994? Amazing Spider-Man oder sowas Naht Auf jeden Fall, das, die einzige Zeichen-Tex-Serie, die ich von Superhelden geguckt hab Also, ich hab, äh, es gab bestimmt auch von Iron-Man Comics nämlich an Ja Oder von X-Man weiß ich auf jeden Fall Es ist da Serien von, da hab ich alle nicht geguckt Fantastic Four gab's ja auch Serien von Da, das liegt aber auch darin, dass ich damals, als wir damals noch nicht, äh, so weit raus kamen mit unserem Fernsehen Also, ich hab, ja, wir hatten ziemlich lange Zeit lang Erst suchte Dritte und ein bisschen RTL Und da ist man dann natürlich ein bisschen aufgeschmissen So, er hatte noch RTL Hast du das gerade gehört? Er hatte RTL Trino, ich könnte dir ein Lied davon singen, wie es ist Bis zu seinem 13. und 14. Lebensjahr Nur ARD, ZDF Und wenn's gut lief mit dem Wetter Ein bisschen NDR zu haben Ja, guck mal So sind wir auch aufgewachsen Ja, wir hatten nur drei Kanäle Auf ZDF Sailor Moon lief Sailor Moon, Simpsons, auf ZDF Sailor Moon hab ich auch geguckt Darf man zwar jetzt nicht mehr sagen, aber Warum darf man nicht sagen, dass man Sailor Moon geguckt hat? Ist sogar neu aufgelegt worden Äh, ja, ich weiß ich nicht Ja Ähm, schickst du mir mal über, über Facebook ganz kurz nebenbei Ähm, nochmal den Einladungslink, damit ich dir der Paco weiterschicken kann Kann ich dir das auch hier im Chat schicken? Ja, dann sehen's ja alle anderen Äh, nee, den Chat hier bei uns im, im Hangout Den sieht doch keiner Ja, stimmt, wenn, wenn das Video hier von mir online geht, äh, äh, ist der ja nicht mehr aktuell Vollkommen richtig Okay Warte, hier der Einladungslink Ja, ist ja nicht so schlimm So Haben wir ja vor dem hier schon gemacht, ne Wir haben einmal einen Chat gemacht oder einen Stream gemacht, da haben wir alle weggelistert Alle Aber wir waren noch nicht fertig, ganz kurz mit den, äh, äh, Antihelden und, äh, äh Dafür Helden Also du hast Wolverine als Held, den du, mit denen, wo du sagst, kann ich mich identifizieren oder finde ich gut? Ja, identifizieren weiß ich nicht genau Identifizieren ist schwierig mit einem Helden Aber, sei Warum trainen wir mit einer Autobatterie im Regenlaufen schon, Mr. Storm? Oder hier, du nimmst so'n Klickfeuerzeug, ja, so'n Klickfeuerzeug, nimmst das Gas raus und sagst, hier, ich kann Blitzeschießen, ich bin Storm, ich bin Jedi-Meister Dann muss ich mir aber irgendwas an die Furze kleben, ne Du bist der harmlose Wolverine Hey, ich bin Löfferin Ich löffel dir die Augen aus, du Opfer Ja, aber jetzt noch so einen absoluten Anti-Helden oder eine Figur aus dem Marvel-Universum die ihr überhaupt nicht mögt, weil das war doch die Frage oder nicht? Ja Ja, das war so ein Ansatz, ihr hattet das ja dazu gesetzt Ich guck nochmal nach Schara Held oder Anti-Held einfach, ne? So ist die Frage, kann man es nutzen Man könnte ja auch so wie Barney nicht auf Karate-Kits stehen, sondern halt auf den anderen Ja Es kommt immer darauf an, also wenn der Anti-Held aber auch noch was ausdrückt was auch irgendwie zu dem beiträgt oder dass er halt nicht der komplette Arsch ist ist das in Ordnung Gibt es aber nur einen einzigen und den gibt es nicht im Marvel-Universum Das schafft Marvel nämlich nicht, einen coolen Gegenspieler zu erschaffen Das hat bis jetzt nur Christopher Nolan mit Dark Knight geschafft mit dem Joker Ich finde, kein Bösewicht in irgendeiner Comic-Verfilmung war jemals so geil wie der Joker Ja Aber ja Stimmt schon Ich meine Ich grübel gerade Also eigentlich habe ich das Gefühl ich hätte noch jemanden wo ich sage eigentlich ist der Bösewicht dort echt super Welcher? Ja, ich grübel gerade Ich habe das Gefühl, ich hätte das aber ich weiß nicht Nazis Nazis sind immer super Bösewichte Also Captain America jetzt, nee kein Scheiß Die Nazis hier mit Red Sky bei Captain America Also einer meiner Lieblingsbösewichte ist ja was Schauspielern angeht der Christopher Weizen Der spielt seine Bösewicht-Rollen einfach super Oh Lass uns nicht über Spectre sprechen Nicht über Spectre sprechen da war er Das habe ich nicht gesehen Nicht über James Bond sprechen James Bond Ja, aber trotzdem ist Christopher Weizen echt ein guter Schauspieler Und er hat es hier auch rausgeschafft im Endeffekt quasi in die Welt Er hat es rausgeschafft in die Welt weil er jetzt in Amerika einen Film auftauchen darf Er guckt nicht Oder ihr wisst, wie es meint Weil er jetzt Farbige über die Leinwand kicken darf und sagt, ich bin jetzt Sklaven Er hat es rausgeschafft Er unterdrückt Farbige Er hat es rausgeschafft Christopher Weiz, Alter Sehr gut Da nimmt man einen Deutschen Nee, er ist ja Österreicher Ach Mensch Gott, Österreicher Da hatten wir doch auch mal in Deutschland so ein Problem mit Aber er hat es rausgeschafft und er hat gleich wieder Sklaven am Start Er hat es rausgeschafft Nein, ich weiß, was du meinst, Mann Ja Nee, er hat es rausgeschafft, Mann Er hat es rausgeschafft aus diesem kleinen Land Er hat es rausgeschafft Wie, was war das hier? Ralf Bauer? Nee, wie hieß der? Ralf Bauer hat es rausgeschafft Der war ein Gladiator War an dem Darsteller Nee, gemacht am Sturm, oder? Mit, mit RTL Die Sturmflut Oder Haie Haie in Mallorca Oder irgendwie sowas Nein, da waren sie Irgendwas Irgendwie Irgendwie Ach, was ich denn Ich glaube, war doch nur Scheiße Aber er hat es rausgeschafft Er hat es auch rausgeschafft Ja, nee, Christopher Walls stimme ich dir zu Ist ein, ist ein Ähm, äh, also Das Gespräch bei Inglourious Bustards Ist das Beste an diesem ganzen Film Dieses Anfangsgespräch Diese fünf Minuten Ja, das ist richtig übel Das Beste überhaupt Und, ähm In Django Hammergeiler Typ Aber, äh, Spectre Mh, 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 mh Ich habe Spectre noch nicht gewusst Bitte nicht Spoiler Ja, äh, nee, ich spoilere nicht Ich sage nur, dass er Scheiße ist Ich habe es noch nie gehabt Dass ich bei einem James Bond Film im Kino Und ich bin seit den Pierce Brosnan Filmen Bin ich im Kino bei James Bond Ich habe es noch nie gehabt Dass ich auf die Uhr geguckt habe Und mir gewünscht habe Dass der Film bald zu Ende ist Das habe ich Das habe ich aber viele Spectre nicht so gut ist, ne? Skyfall Hammer Äh, äh, hier wie hieß er Quantum Trost Äh, ne Casino Royale Hammer Und derweil ist Besser als die alten James Bond Filme? Ich, ich bin kein Fan von diesen ganzen, äh, 60er, 70er, 80er Jahre Filmen Von Connery? Ja, nee, ich mag die alten nicht so Ich mag, aber ich bin auch ein Kind der 90er Deswegen bin ich so ein Pierce Brosnan Golden Eye Fan Weißt du, das war das geilste Spiel auf dem N64 Ja, das war cool Sie selbst da mal ein bisschen abmählich gesagt, oder? Ich weiß nicht so genau Pierce Brosnan, in welchem Marvel Film hat er mitgespielt? Ja, das ist eine gute Überleitung Gibt's das denn halt? Nein, aber ich wollte wieder zu Marvel kommen, was? Hat er nicht Marvel? Irgendwann mitgespielt? Nein Ah, nee, ich bin jetzt, ich bin jetzt bei, äh, was ganz anderem Ne, ist schon gut Gut Blade 2 hatten wir Spider-Man Aber die Überleitung war gut Weil wir sind irgendwie zu Spider-Man gekommen Ach ja, klar Ich meine, mein Held Und an 2.002 war Spider-Man Einziger Fan-Fact, den ich jetzt noch im Hinterkopf habe Ist, äh, es musste eine Szene rausgenommen werden Weil der Film nach dem 11. September released wurde Und die hatten eigentlich eine Szene drinne, wo ein Helikopter zwischen den World Trade Center im Spinnnetz drinne ist Und, ähm, ja, das weiß ich noch Das wurde rausgenommen, was man im Trailer aber noch gesehen hat Das war ganz cool Und, ja, was hat uns Spider-Man 1 noch gelehrt? Jeder Superheld kann mit einer Nähmaschine umgehen Die können sich alle ihre, die können sich alle ihre, ihre Kostüme selber nähen Haben die voll drauf Hat's nicht Superman, hat's da nicht die Mama gemacht? Ja, die, äh, die, die, ähm, hier Die, die, ähm, hier Die Kansas-Mama Nicht die, 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 die Mama Nicht die echt, also die Ziel-Mama, ne? Ja Ja, quasi Die, Martha Kent Ha, kam ich grad nicht drauf Aber die, die Dings hier, die, die, die Mutter von Krypton Die hat ihm ja die Decke mitgegeben, wo das Symbol drauf war Was dann, was dann der Dings wird Der sieht man ja ganz am Anfang von den neuen Filmen Wie, wie sie den dann zur Erde schicken Oh man, da muss ich grad überlegen Ne, ich hab grad nur Smallville im Kopf, die Serie So, ja, den ganz neuen Ich sag ja, oh, ist ein Clark Ja, auch Serie, ne? Ja, ich schau die grad wieder Ist DC Wir müssen still sein, es ist leider DC Ja, ja, tut uns leid Okay, kommen wir mal zu, ich bin ein bisschen traurigeren Kapitel Spider-Man, glaub ich, haben wir abgeschlossen Oder brauchen wir auch nicht drüber reden Hallescher zum Beispiel Nee, der Devil Der Devil, wo ist denn der Devil? Der Devil 2003 Okay Fand ich gut Ben Affleck Als, als blinder, äh, Rechtsanwalt Der, äh, Säure oder irgendeinen anderen Scheiß ins Auge gekriegt hat Und dadurch seine ganzen anderen Sinne, äh, schärft Richtig Also, ich, ist natürlich klar, dass, dass man seine Sinne schärft Wenn man, äh, da das Augenblick verliert oder wenn man taub wird oder was Aber ich find's ganz schön heavy Also ganz schön übertrieben Find ich das Soll ich jetzt was ganz krasses erzählen? Ja Es gibt eine Theorie Also die sind ja Und der sie dann verwandelt hat, ähm Das find ich halt nicht gesagt, ein bisschen albern Nein Finde mir leid Ich find das auch ein bisschen weit hergeholt Nein, aber das würde ja erklären, warum der Devil, ähm, du, nur weil du blind bist, kannst du auf einem Ja, aber du stehst ja auch auf Turtles Du stehst ja auch auf Turtles Der steht nicht auf Turtles Willst du mir jetzt ins Bein pissen? Ich find die Teile, das ist so geil Alter, der nächste Film, der wird richtig gut Der muss gut werden Der muss gut werden, ganz klar Ich bin jetzt gar nicht so der Turtles, äh, Filme-Gucker, sondern ich stehe immer noch auf dieser uralte Serie Die war der Hammer Die Zeichentricks-Serie? Ja Die mochte ich gar nicht Echt? Nein, ich mag die Filme, aber nur Teil 1 und Teil 2 Mit Vanille-Eis Ähm, mit, äh, Dozer und Treasure Treasure Mit, mit Schnappschildkröte und Wolfsjunge Genau Und mit Vanille-Eis auf der Bühne Go Ninja, go Ninja, go Hammer Aber wir sind schon wieder weg Ähm, äh, Entschuldigung Aber das schmeißt du uns durch und rein Aber das bleibt ja auch nicht aus, ich meine Nee, ist doch logisch Ist doch logisch Wenn man über Filme spricht, da ist alles so verzweigt Und man kennt so viele Filme und schaut so viel, dass das klar Aber ist es nicht einfach so, dass durch den Giftmilk, ich meine, Giftmilk kennt man ja, ne, wahrscheinlich hier radioaktiv Etc, dass diese Strahlung, ne, ich meine, welcher Superheld hat nichts mit Strahlung zu tun, großartig gehabt Ja, im Endeffekt wurden die alle irgendwo zerstört, ne Und haben dadurch irgendwie irgendwie die Fähigkeiten ja dann Genau, dass da einfach die Sinne, die Nerven, ne, ich meine, ist ja im Auge ganz viel hinten drin, ne, dadurch geschärft worden und dementsprechend sind seine Sender halt noch mehr geschärft worden als sowieso normal Und es war das radioaktiv veränderte Zeug, was die Turtles zu Turtles verwandelt hat Ja, das ergibt sich natürlich, selbstredend Aber das fehlt mir einfach die Panzerung beim Daredevil Nein, du verstehst das nicht Ja, aber er ist auch nicht größer geworden Nein, ist er auch nicht Muss er doch auch nicht Er hat ja auch nur ein paar Tropfen in den Augen gekriegt Ja, stimmt, das ist ja auch nicht so der Typ, der wirklich jetzt total rausrockt Ja, aber er ist auf einmal super stark, doch, er ist stärker Ja, nein, aber das trainiert er sich, er wird da auf dem Dach Ja, er trainiert ja, eben Er trainiert das, er ist ja nicht jetzt von heute auf morgen buff, ist er der Superheld, sondern er trainiert Ja, aber er kann ja gegen, gegen andere Bösewichte, gegen die zum Beispiel Spider-Man ein Problem hat, kann er ja auf einmal ankämpfen Ne, hier, was weiß ich, gegen, gegen Ja, aber kann er denn zum Beispiel irgendwie einen Typen durch drei Mauern hauen? Klar kann er das, der bricht doch auch in seinem Film, bricht er doch, äh, Kingpin die Beine Habe ich noch irgendwelche Erinnerungen Das kann man auch Es ist der Kingpin, Kingpin ist der Typ, der nimmt Spider-Man und schack, boom, weißt du, das ist Kingpin So, und Spider-Man wurde von einer verfickten radioaktiven Spinne gebissen Der, der hat so ein bisschen Wichst in die Augen gekriegt und kann den so fett die Augen brechen, äh, die Augen brechen Oh man, die Beine, der bricht den verdammt nochmal die Beine Ja, wie viel, äh, wie viel Radioaktivität kriegst du durch einen Spinnenbiss und wie viel Gift mir in die Augen? Also da ist die Dosis bei der, der wird höher Ja, aber es ist ja auch vielleicht was anderes Ja, ich meine, es ist ja ein anderer Ja, der Korb, pass auf, pass auf Der, der will ist durch ein Bukake, ja, durch Bukake ist er Superheld geworden Und bei Peter Parker ist es direkt intravenös, äh, intravenös In die Vene, ja In die Vene, ja In die Vene reinträgen, das ist ein Unterschied Das eine ist, äh, auf die Netzhaut, das andere ist rein, in den Körper Daran nichts Das ist ein Unterschied Ja Und übrigens, die Turtles sind eine Hommage an die ganzen Superhelden Aber jetzt höre ich auch auf Ja, der hat so gut gefallen Ehrlich gesagt ganz einfach, weil mir da einfach der Superhelden-Faktor umson gefehlt hat Was, bei den Turtles? Nee, bei Daredevil Achso Das war mir noch ein bisschen zu Zu, 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 unterm Radar Ich fand das eigentlich gar nicht so schlecht, weil das ist nicht so, so übertrieben Äh, wie jetzt hier, ähm Da fällt mir die aktuelle Serie zu ein, das steht hier auch drauf, Jessica Jones Das ist ja auch so, finde ich, das ist ja auch von Marvel eine Serie Ist Netflix, habe ich leider immer noch nicht geguckt Voll Kacke Nein Ist geil Ist schon interessant, ist lustig, ja Also, ähm Privatdetektivin mit Superkräften Ja, es ist einfach so, dass du einfach eine Frau zuguckst, die halt echt Probleme am Arsch hat Und jetzt aber halt zwischendurch mal so raushängen lässt Oder wo du einfach mal zwischendurch siehst, dass sie halt doch was kann Gina, Lisa Lohfink Was ist mit der? Die kann Känguruhoden essen, ist auch eine Superkraft Ja, richtig gerne Ja, natürlich Ist von dem radioaktiven Känguruh geboxt worden Aber sowas von Radioaktiver Hoden gegessen Aber dann wisst ihr jetzt auch, das ist ja ganz am Ende, Jessica Jones Da ist ja noch ganz viel dazwischen Ja, verrat mir auch noch nichts, weil ich werde mir den Netflix-Probe-Abo, werde ich mir nur holen, um alle Daredevil folgen und Jessica Jones nachzuholen Wie ist denn die Daredevil Serie? Weiß ich nicht, habe ich auch nicht gesehen, habe nur Amazon Prime und Sky, mehr habe ich leider nicht Ich arme Sau Ohhhh Bekacktabel Deutschland Bekackte 40 Euro für Sky, was ich nie gucken Für die Zuschauer dann auf YouTube, ne? Also wenn ihr spenden wollt später, dann spendet uns doch ein Amazon Prime-Account Ne, ein Netflix Ne, ein Netflix Netflix, Netflix, okay Oh, 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 oh Guck dir den Mittelfinger an, das ist ein Mittelfinger hoch Oh, 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 oh Oh, guck mal Oh, guck mal, Boris Gussrau Fahrsaut Ja, Paco will nichts sagen Paco Vielleicht hat er genauso Probleme wie ich am Anfang Aber warte, Paco hat mir eine Nachricht geschrieben Ich liebe es, wenn das Installieren länger dauert, weil es dir Spaß Ja, das ist, das ist so Paco Das ist halt das Vorspiel und am Ende hast du nur ein paar Sekunden richtig Spaß Das ist so Aber vielleicht hören wir den Paco auch irgendwann gleich mal Das hatte die Training nicht auch Ähm, jetzt bin ich gerade raus Es ging um Bukak ins Gesicht Ne, es war was anderes Scheiße, wo war man denn? Der Devil Also, fandst du nicht so geil Und, äh, ja, Netflix-Account schenken braucht ihr nicht Probeabo Guck mal, holst dir ein Probeabo nach sechs Monaten kannst du wieder Probeabo machen Also von daher kannst du dir immer deine Serien in einem Monat durchziehen Und dann, naja Ähm, nach der Halt wäre vielleicht auch Habt ihr es gesehen Was haben wir? Ne, der LP Storm hat ja gemeint hier, dass sein, ähm, liebster Helptor ist, ne Weil er es gut findet, dass der Thronenvolk verzichtet, um bei den Menschen zu leben Und Hilly, so schön für dich Ne, ich glaube, Hillbilly, wenn Hillbilly was schreibt, dann bezieht er das auf Virus Und, ähm, der Virus hat geschrieben Ich bin Batman Dadurch ist Virus natürlich schon mal im falschen Universum Kann sich mal ficken Während der Ja, er ist raus Der ist sowas Du bist der hohe Äcker vorm Herrn, alter Virus, du bist raus Und, äh, hä Stimmt, äh, LP Storm und Hilly sind doch gleichzeitig reingekommen Siehste, das ist auf Virus bezogen, hundertprozentig Ja Guck mal, da kommt ein Mittelfinger hoch Er ist wieder da Ah, da ist er, live Jetzt ist Trine raus Wie hat sie denn das gemacht? Das geht nicht beides, hör mal Doch, das geht, aber hier, guck mal, der Paco, man hört dich nicht Deine Kamera, äh, ne, dein Mikrofon ist irgendwie gemutet Ja, wir sehen dich Ja, du bist ein hübscher Kerl Ja, kommt noch Geh mal schön unter den Schreibtisch Ja, ich seh den Mittelfinger, Mittelfinger hoch Ja, da hinten ist der Hund Der Hund rennt da hinten bei der Tür lang, das seh ich Wir warten mal ein wenig Wir warten mal Vielleicht muss er sich auch selbst gerade einblasen Oh, hallo, hallo Pacos Freundin Ja, da ist noch mehr, genau Ja, 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 ne, 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 man hörte Paco immer noch nicht Nein, 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 du musst vielleicht mal auf Einstellungen gehen Ja, wir sehen dich Ja, Trin ist wieder da Trin ist da, ja Trin ist da, ja Paco, du bist so schön Trin, was hast du denn vorhin gemacht, dass das lief? Ähm, am Mixer umgespielt Ein paar Karotten reingeschmissen und Erdbeeren Und hier bei den Einstellungen, ne, ich hab einfach nochmal Standard-Mikrofon und sowas Ja, und weg war sie Äh, weil ich gerade in den Einstellungen war Aber der Paco ist immer noch nicht da Äh Also ich hatte es wirklich bei den Einstellungen, da hat es, irgendwann hat es mal funktioniert Jetzt gehe die Zuschauer flöten Das war's Ja, das war's Aber wir können einfach weiterreden Irgendwann schreit der Paco einfach rein Paco, wir sehen dich, du bist wunderschön Du kannst auch Schilder hochhalten wie in so einem traurigen Warum mobbt ihr mich alle Internet-Video? Das ist ja auch nur eine geile Nummer Nein, immer noch kein Hallo Ich seh dein Hallo Ich kann Lippen lesen, Digga Ja Guck mal Ne, übersetzt ihn mal Ja, hier, hallo Hallo Ja, genau Ja Ja Paco ist so schön Es ist so schön, dich mal wieder zu sehen Ja Ich fahr drauf ab Paco, wir machen einfach weiter Lass dich nicht stören Ja, das ist Pacos Superkraft Das ist der Mittelfinger der Gerechtigkeit X-Man Part 2 Geil, da sind wir Ja, haben wir X-Man Ja, den haben wir doch Woll ich grad sagen Den haben wir ziemlich gut zusammengefasst schon Okay Und da Paco ja auch nicht reden kann Kriegen wir auch kein Hintergrundinfos mehr Also, wie wärst du mit dem Punisher? Ne, da sind wir noch gar nicht Wir sind erst beim Hulk Du bist zu schnell, mein Freund Ja, ich weiß Und jetzt? Ja, da ist er Jaaaa Ah Paco, alte Säge Hast du uns schon ein bisschen verfolgt? Ne, eigentlich gar nicht Ich war damit beschäftigt, meine Webcam seit über einem Jahr das erste Mal auszupacken Ich hab sie gefunden Schon mal was wert Ey, das ist witzig Als ich umgezogen bin, war meine Webcam ein Jahr lang verschwunden Und sie war in dem Karton, in den ich glaube ich schon 17 Mal reingeguckt habe Aber nie ausgeräumt hast Nie Das ist immer so, oder? Ja Paco, Hulk Ja Komm, wir fangen gleich an Ich weiß, du brauchst kein Aufwärmtraining Du bist in deinem Element, es geht um Marvel Es geht um Hulk 2003 Der Flummi Hulk Achso, also nicht das Marvel Cinematic Universe, sondern der Ang Lee ist Schrotz Hulk Ja, genau Der, ich nehme einen Panzer und springe durch die Gegend Hulk Genau der Hulk Der Hulk Ja, scheiße Ja, das sieht ja auch so Das sieht ja auch so Ja, Mann, hast ja recht Hör mal Paco, wir haben es auch schon so lange nicht gesehen oder gesprochen Das ist so unbautbar immer Ist doch nett, dass wir uns vor Augen haben Das ist doch wieder, das ist eine schöne Sache Das freut mich Doch, die ist nochmal am Ding hier, ne Der Paco war ja auch nicht in Rente, weil ich habe ihm gestern vorgeworfen Er ist ja in Rente gegangen, also was so dieses ganze YouTube und Let's Play-Gehabe angeht Er ist nur in Teilzeitarbeit, ne, wie hast du es genannt? Ich bin Teilzeitarbeitnehmer, ja Wer die Zeit es zulässt Ja, so ne Scheiße Aber man hat ja auch andere Sachen am Start, ne Äh, ja, Moment, Moment Ich beschäftige mich sehr viel mit sowas Ja, die, äh, ne Sie heißt nicht Schrottographie Sie heißt, warte, sag's nicht, sag's nicht, sag's nicht Es heißt Trash, Trashographie Ne, wie heißt es denn verfickte Kacke? Digital Trash Photography Ah, ich wusste es Also, wer, wer, wer Schöne Fotos Wer, wer sich das angucken will, ähm, auf jeden Fall zu empfehlen Man kann das ja mal in die, in die Links schreiben, unten in die Videobeschreibung hinterher Ja So, und damit der Paco auch gleich mit uns auf einem Level ist, dein Lieblings, äh, oder, oder, doch, Lieblingsheld und Lieblingsantapro... Antiheld Danke Antagonist Danke, Antagonist Ja, genau, ich, ich wusste doch welches Wort du siehst Oh, guck mal, Paco hat Hintergrund-Person Ja Ja Das ist, ich finde das auch schön Also, ich bin ganz ehrlich, wenn eine Frau Hausarbeit macht, ich finde das schön Das ist immer gut, ne? Ich finde das gut Das lohnt sich auch Guck mal hier, weil, wenn ich spreche, da die Küche, ne? Die ist nicht so sauber, wie sie sein soll Ich seh deine Küche gar nicht Ich seh deine Küche gar nicht Ach doch, ich muss nur Vollbild machen, ich seh deine Küche im Vollbild Unglaublich Das ist so pixig, dass man nicht weiß, ob es dreckig ist, oder ob es einfach eine scheiß Leitung ist Das ist einfach, eigentlich ist da alles weg Das sind auch keine Töpfe oder sowas Ich muss echt mal Vollbild machen, da ist ein Topf Und du hast die guten 39 Euro Dingsstühle, die gepolstert sind Ja, ich hab die gebraucht gekauft Hast du gut gemacht Habe ich gut gemacht Dann wird es halt schon 39 Euro für den Stuhl nicht Ey, was soll das? Wenn man einen Stuhl selbst produzieren kann So, also Lieblingsheld und Antagonist Also das ist, ähm Beides Deadpool Wenn man dein Facebook sich anguckt, wäre es ja Deadpool Ja, stimmt, Deadpool ist ja auch eigentlich ein cooler Typ, den man auch eigentlich mögen kann, ne? Obwohl er ein Arsch ist Ähm, ja natürlich ist Deadpool ein Arsch, aber halt ein lustiger Arsch Deswegen ist es mein Lieblingsheld und Antagonist gleichzeitig Ja, das passt Ähm, ich finde, ich finde Deadpool, den habe ich nur durch irgendeine, ne, ähm, Spider-Man Comic Also bevor er jetzt so groß wurde, der wurde ja erst in den letzten paar Jahren so der, der, der breiten Öffentlichkeit näher gebracht Vorher war das, war Deadpool eher so Aber der ist auch noch nicht so alt, den gibt es auch nicht ewig, ja, Deadpool Seit wann gibt es Deadpool? Seit, ich habe den ersten erstmal einen X-Men gesehen Ja, ich glaube, den gibt es erst seit dem, ähm Wolverine X-Men Ja, seit, 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 seit den, ähm, neueren X-Men Comics, ja, wo es auch um die Sentinels ging, um die Roboter, etc., 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 ich weiß nicht, glaub, das ist, äh Aber gab es den denn schon? 15, 15 bis 20 Jahre, 15, höchstens gegen Deadpool Oh Das ist ja nur so einfach im Vergleich mit anderen Das ist ja wirklich, ja Ja, ich meine, im Vergleich zu Superman, also, dass der noch fliegen kann und sich dabei nicht die Hüfte bricht Oder Captain America Da braucht man ja keine Hüfte, ne, also, er kommt hoch Naja, Hauptsache das Ist dann, äh, da kann er ja, egal wie fliegen Oh, war gut geschätzt, was habe ich gesagt, äh, 15, 20, naja, 24 Jahre geziel Was ich halt wegen Deadpool, ähm Er ist mir das erste Mal aufgefallen in irgendeinem Spider-Man-Comic, wo er mit, ähm, mit einem geklauten Jet von Tony Stark, ähm, Spider-Man hinten drin hat Und da sagt er, wie, du hast deinen eigenen Jet Ja klar, war ein Präsent von Tony Stark Und dann siehst du so ein Bild weiter, wie Tony, ähm, zu seinem Avengers, ähm, ähm, Flughangar geht Und dann steht da so ganz fett in roter Schrift mit Missprühfarbe, hab ich mir mal ausgeliehen Und du siehst auch bei dem Stark Enterprises auf dem Jet ist so durchgestrichen mit dem rote, mit der roten Farbe Und da steht Deadpool, einfach so draufgeschätzt Bin ich total gut Ich hoffe, dass der Film was wird Muss, muss, also ich, ich hab schon Tränen gelernt Aber er ist R-Rated, also, das ist schon mal gut Und, ja, Deadpool, genau wie Panischer, einer der wenigen Marvel-Helden, die, die, äh, sehr, sehr viel Gewalt, äh, äh, praktizieren Und, ja, gut, vielleicht auch Played, ja Aber ich würde sagen, in den Comics definitiv mehr als in den Filmen Ich hab Panischer aber auch nie bei Marvel gesehen irgendwie Ich hab das nie gewusst, dass Panischer zu Marvel gehört irgendwie Ja, ich hab letztens den Thomas Jane gesehen, ich war auf der Comic-Con Ach, ja, stimmt, du warst auf der deutschen, ne, auf der deutschen Comic-Con Äh, ganz genau, in, äh, Dortmund Und da war auch der Thomas Jane, also, äh, für die Nichtkundigen, der hat ja in der zweiten Verfilmung, ähm, mit John Travolta als Bösewicht einen Panischer gespielt In der ersten war es ja Dolph Lundgren Das war das, was ich vorhin, vorhin hab ich das schon gesagt, dass es Dolph Lundgren war, der dann auch, ähm, der hat auch He-Man gespielt, ne? Dolph Lundgren Ja, der hat auch He-Man gespielt Ja, der kennt man ja, ich glaub auch, der kennt man auch, ja, also, der kenn ich ihn zumindest Ähm, ähm, aber der erste Panischer war geil Ja, jeder hat so ein bisschen 80er, 90er Jahre, was damit zu tun hat, ich hab natürlich Dolph Lundgren Das ist klar, ne? Aber ich fand den ersten Panischer geil, also den, den ersten von den Neuverfilmungen Ich red jetzt nicht von dem Dolph Lundgren 89, sondern, äh Ja, der erste war ja mit Thomas Schengen Und der zweite, der Punisher Warzone mit Ray Stevenson Den fand ich aber auch ganz nett, weil der war richtig fies, brutal und so, ja Den hab ich gestern versucht, weil, äh, auch im Rahmen dieses Podcasts, der fehlte mir nämlich noch auf meiner Liste Ich hab diese, ich, ich geb dir mal die Liste hier rein, Paco, dann kannst du da auch mal reingucken Weil du wirst wahrscheinlich auch sagen, hab ich alles gesehen, ähm, bei mir waren es nur vier Filme Das waren die, die, ähm, äh, hier vor Blade, die Filme, die hab ich nicht gesehen, also bis Fantastic Four, 94 Und, ähm, ich hab Panischer Warzone nicht gesehen Und den wollte ich gestern nachholen und bei YouTube gibt's den ganzen Film Aber da ist die Stimme so hoch gepitcht, dass ich keinen Bock hatte, mir den Scheiß anzugucken Ähm, ja, den hab ich auf Blu-ray zu Hause, das ist das Lustige, das ist eine deutsche Regisseurin, die Lexi Alexander Die hat auch Hooligans gemacht, also die macht's ganz gerne mal ein bisschen gerber Wie eine Frau hat den gemacht? Ja, ja, das ist eine Deutsche, die war irgendwie mal früher, glaub ich, Kickbox-Weltmeisterin Und dann irgendwann hat sie gesagt, ich mach jetzt Filme Und dann hat sie auch Hooligans gemacht, Punisher Warzone, also eher so Sachen, wo es ans Eingemachte gibt Hm, okay Aber Punisher hab ich auch schon 94, was Trine vorhin sagte, die Spider-Man-Serie Da gibt es den Punisher, allerdings natürlich überhaupt nicht hart, nicht brutal, aber er jagt die Spinne Ähm, in den Comics Daher kenn ich ihn nur Und da ist er aber auch ein bisschen farbiger dargestellt, also, ähm Ja, das ist das erweitergemarbe Universum, ne Früher war ja auch, ähm, der Director, ne, von S.H.I.E.L.D., nicht schwarz, sondern weiß Der war weiß, Nick Fury war weiß, genau Nick Fury war weiß, genau Und das ist das erweiterte Marvel Universe, wo er erst schwarz ist Aber gut, der passt ja auch für mich Was meinst du mit erweitertem Universum? Ähm, die haben irgendwann mal eine Neuausrichtung gestartet, ja Genauso wie es jetzt auch einen weiblichen Tor gibt Ja, okay Und, äh, in den alten Comics ist der überall weiß Und dann irgendwann haben sie das alles nochmal neu aufgearbeitet Vielleicht wird es doch politischer, korrekter geworden, er war weiß Und da ist er dann schwarz Okay Aber gut, das haben sie wahrscheinlich gemacht, weil sie wussten, dass Samuel L. Jackson der beste Schauspieler dafür ist Und den wollten sie nicht weiß malen, also haben sie es verstanden Der spielt so viele Filme mit, der Samuel L. Jackson Das ist ja unglaublich, wie viele Filme der auf dem Plan hat, ne Das ist wahnsinnig, wie viel Aber dem ist es auch egal, ob das A-Move, B-Move, C-Move Ja, egal wie trashig, der macht überall mit Snakes on the plan Das ist immer cool, Snakes on the plan Ja, das war so Aber nur wenigen, Samuel L. Jackson Einer von den wenigen Filmen, wo sofort mit dem Titel schon erklärt wird, worum es geht Wo alles erklärt ist Super, so brav, du brauchst den Titel des Films eigentlich nur lesen Und der ganze Film ist erklärt, dass es Samuel L. Jackson aber weiß, es kommt auf Fuck Motherfucker vor Und dann hast du den A-Move schon Richtig Eigentlich müsste man die Filme alle im O-Ton gucken, ne Das ist überhaupt auch eine Pulp Fiction Wie oft die da in dieser Szene, wo er diese Rede hält Oh ja Oh ja Wo, aber wir waren ja noch beim Punisher Und Punisher, bin ich da jetzt gerade falsch, wenn ich da so sage Es ist aber einer der Superhelden Oder er ist ja eigentlich kein richtiger Superheld Aber der wirklich eigentlich keine Kräfte hat, sondern ein krasser Militärtyp ist Und ist doch der mit dem Totenkopf auf dem Shirt, oder? Ja, richtig Ja, genau Das ist einer der wenigen, die eigentlich gar keine Superkräfte haben Ich glaube, wenn man eine Superkraft bei ihm findet, dann ist es purer Hass Sonst ist es nichts, ne Ist das die Frau, die getötet wurde? Und die Familie, die getötet wurde? Nein, die Familie Frauenkind Einen Sohn, glaube ich, hatte er, wenn mich das nicht täuscht Ja, das ist doch hier mit dem Keanu Reeves auch, oder? Jetzt neu verfilmt worden Kann das? Ne, 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 ne Der hat auch einen Rache-Film gemacht, aber das war ein nicht Punisher Ne, das war ein nicht Punisher John Rick John Rick Okay, nicht falsch Dann hab ich das schon vergessen Ja, der war doch immer hier auch bei Spider-Man und sowas total beladen mit Waffen Ja Richtig, genau Genau, der hatte sein Motorrad, hatte Stiefel und Handschuhe mit High-Tech-Equipment Seine Kampfweste und allem, ja Aber er war halt bei Spider-Man, war er halt nicht dieses brutale Arschloch, was er dann halt in den Filmen ist und die Comic-Dinger kenne ich halt nicht Ne, natürlich war der nicht nett, der war ja böse, aber mit Spider-Man hat er sich halt angefreundet Ja, das Ding bei Spider-Man war ja auch die Comics in den ganzen Universen, sei es die Sea oder Marvel, die sind ja immer für verschiedene Zielgruppen angelegt Und Spider-Man ist eher für eine jüngere Zielgruppe angelegt, da werden sie im Punisher bestimmt keine Leute köpfen lassen Ach nee, nee, da ist auch ein Deadpool keiner, der irgendjemanden köpft, sondern der haut hier halt auf brutale Art und Weise mal durch die Gegend oder Ja Ja, aber in seinen eigenen Comics, da fliegen halt die Fenster Richtig, aber auch noch zu Deadpool, sehr sehr witzig Ich hab vorhin darüber gesprochen, dass Peter Parker einer ist, der oft halt das Bild einfriert und ein bisschen im Off spricht Ja, also seine Gedanken frei erzählt Bei dieser Comics-Sache mit Deadpool, wo der drin ist, da siehst du halt wieder das Gedankenbild, wie Peter gerade irgendwas, was philosophiert Und in dem Moment kommt Deadpool an der Seite rum und malt Peter dann so ein paar Hörnchen an oder so Und dann sagt er, wie geht das, wie kannst du in meinen Spinnensinn reinkommen oder so Ey, Deadpool ist einfach total krank und cool, ich mag den Deswegen, ich find den Trailer ja schon klasse Ja, irgendjemand hat Wann kommt der Deadpool-Film? Am 2. Februar Genau, im Februar läuft er Am 2. Februar war's Oder am 9. Auf jeden Fall Anfang Februar Ich hätte jetzt gesagt 17. oder 16. Das kann ich ganz schnell rausfinden Ist aber auch Latte Ganz, ganz schlimm Was nämlich gerade passiert durch diese ganze Superhelden-Disney-Kacke und so weiter Ist ja das zum Beispiel bei Marvel-Lego-Heroes, das Spiel ist ab 6 oder ab 12, ich weiß es nicht Da tauchen aber Deadpool, Punisher und so weiter auf Und als ich gestern nach Punisher Warzone geguckt habe, hat ein Kind darunter geschrieben Oh krass, ich kannte bis jetzt Punisher nur durch Lego, Marvel, bla Ist dieser Film in Deutschland verboten? Der steht ja tatsächlich auf dem Hinblick in der Umgeschnittenen Ja, aber echt Ehrlich, ich find diese ganzen Lego-Filme alle nicht so geil Ich find das überhaupt nicht gut, dass Lego da Filme macht Nee, nicht Filme, das Spiel, das Computerspiel Ja, oder auch Spiele Genau Filme Filme Die machen auch Filme Die machen ja auch irgendwie Meistens die Direct-to-DVD hier Lego-Star-Wars-Filme und so weiter Die haben die ja auch rausgebracht für Kinder Ja stimmt Aber halt diese generelle, dass die halt einfach das alles produzieren Find ich nicht toll, weil das einfach alles ein anderes Licht gerückt wird Und die ganzen Sachen einfach verniedlicht werden Das find ich nicht gut Ja, vielleicht gibt's auch irgendwann Lego-Hitler, keine Ahnung Das wird's geben Das wird's geben 100%ig Es gibt den Ver niedlich Es gibt den 10 Jahren gibt es Lego World War II Weißt du? Und dann spielst du Call of Duty Lego Oder irgendwie sowas spielst du nach Das wird es geben Echt? Ich sag's euch Das ist eine böse ethnische Minderheit Wir müssen sie schlafen legen Ja, wir müssen sie auseinander bauen Auseinander bauen Flopp Und jetzt machen wir Lampenschirme daraus Nein Ganz, ganz böse Das war halt ihm, glaub ich Mit dem Lapusch Oder War denn erst verstorben Das war, Mengele war's sicher auch Ist aber auch egal Ja, ich geb dir vollkommen recht Batman verliert natürlich auch an 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 Krassheit, wenn's davon auf einmal ein Lego-Spiel gibt Oder auch die Jurassic Park Sachen Jurassic Park ist zwar auch für Für junges Publikum gemacht Aber spricht halt auch stark die Erwachsenen an Ja Mit dem Lego-Ding Star Wars ist verkindlicht Oder verniedlicht worden Harry Potter gut ist für Kinder Aber hat sich ja auch weiterentwickelt Das ist halt dadurch eine breite Range Wo sie halt einfach ihr Die müssen nichts Neues erfinden Die haben den ganzen Quatsch schon Die müssen das einfach nur In ein kindliches Format bringen Und dann können sie es rausbringen Die haben so viel Masse einfach da draußen an Ideen Die sie gar nicht mehr wirklich selber entwickeln müssen Aber die Lego-Spiele sind auch per se nicht schlecht Sondern ich finde die für ein Kind zum Einstieg Finde ich die ganz okay Kenn ich gar nicht Also ich hab eins Ja, ja Ich finde da kann man die Kinder ganz gut ranführen An das was man später dann Wenn sie alt genug sind So sieben mit ihnen guckt So Punisher Warzone Ja, aber das ist doch das Verrückte Darauf wollte ich ja hinaus Da werden halt Figuren eingeführt Die für dieses Zielpublikum Nämlich für Kinder ab 6 oder 12 Überhaupt nicht geeignet sind Und dann passiert so eine Scheiße Wie bei YouTube Dass da irgend so ein Kind sagt Wie das ist Punisher Oder das ist Deadpool So Ja, aber da sieht jetzt ein Deadpool Trailer Der eigentlich nur sexistisch und brutal ist Richtig Und eigentlich ist Deadpool Ja auch so richtig menschenverachtend Zusätzlich noch Dann Hey, machen wir mal eine Lego Figur draus Klar, natürlich Ja, genau das ist das was ich meine Also das ist irgendwie Ganz ganz merkwürdig Da ja da Egal Das ist halt Punisher Irgendwann gibt es auch Lego Hostel Und Lego Saw Das wird richtig witzig Wir müssen da auseinandersägen Mama, das ist langweilig Das sind immer die gleichen zwei Stellen Ja, aber dann wird das vielleicht wieder was für Erwachsene Dann könnten wir wieder mit Lego spielen Oh, dann sind die hohl die Lego Figuren Und dann fallen die Eingeweide und sowas aus Ja, genau Da ist ein bisschen Flut drin Lego Walking Dead Perfekt Lego The Walking Dead Ja, ich hab Monopoly The Walking Dead Warum kein Lego? Richtig Achso, was du gerade sagtest Wegen der Neuausrichtung von diesen ganzen Universen Nur so eine Hintergrundfrage Zählt dazu auch dieses Zukunft-das-Vergangenheit-Ding von X-Men? Ja, das müsste auch zum neuen Universum zählen werden Weil ich hab gerade Also bevor du da was gesagt hast X-Men hatte ja durch X-Men 1, 2 und 3 Also hier auch X-Men der Widerstand ist es glaube ich Der letzte Widerstand Das ist ja irgendwie spielt das in einem Universum Und durch Origin und dann auch dieses Zukunft-das-Vergangenheit Wurde ja nochmal ein neues Universum irgendwie aufgemacht Damit es dann besser zu den Avengers-Teilen passt Oder bin ich da fehlinformiert? Ja, vielleicht wollen sie auch Gar nicht mal, gar nicht mal Das soll gar nicht zu den Avengers passen Weil Fox ja die Rechte an dem Ganzen hat Deswegen kommen ja auch zwei unterschiedliche Quicksilber vor In Avengers 2 ist es ein anderer als in X-Men Weil die halt unterschiedliche Rechte haben Das hab ich mit Hulk gehört Dass die einfach deswegen keinen Hulk rausbringen können Keinen aktuellen Dass die einfach noch Dieses Marvel-Now Wovon ihr jetzt mit diesem neuen Universum meint? Das hab ich gar nicht verstanden Was nochmal? Ob ihr damit dieses Marvel-Now meint Mit diesem neuen Universum? Oder was meint ihr damit? Boah, ich weiß gar nicht mehr wie das hieß Für X-Men hatten sogar Ich glaub das ging bei X-Men los Mit X-Men-Ultimate glaube ich Ja Gab's glaube ich Ja, ja, ja Ja, aber ich bin da nicht so drin Ich kann ja gar nichts dazu zu sagen Das ist Wobei Auch sehr gespannt bei X-Men Auf den Apophilips Können sie wegen den Rechten halt Kann eigentlich einen Film rausbringen Der aktuell ist mit dem neuen Schauspieler Da müsste die einfach den Hulk Einfach in die Avengers-Filme reinbringen Und haben nichts eigenes auf dem Start Die sind glaube ich aber auch Im dritten Captain America vor Ja, genau Da haben sie schon nun gemacht Ja, aber da ist ja das Problem Dass da noch die Rechte bei Sony lagen Und Sony hat irgendwie Ich weiß nicht Die liegen auch immer noch da Nur die haben sich inzwischen geeinigt Und Marvel lässt sich das so eine Menge kosten Dass der jetzt bei Captain America's Civil War mit dabei ist Finde ich es aber für die Geschichte an sich super wichtig Ja, zumal ja eigentlich Spider-Man eine der wichtigsten Marvel Figuren ist auch wenn ich nie ein Fan von dem war Der gehört eigentlich ins MCU rein Das ist ja das was ich sagte Er hätte von Anfang an bei Avengers dazu gehört Ach MCU ist das neue Okay Ja, das ist das Marvel Cinematic Universe Also das was mit dem ersten Marvel Hulk angefangen hat Nicht mit dem Flummi Hulk Sondern mit dem von 2,7 Oder was 2,9 Ich glaube 2,7 war es Du sprichst von dem Edward Norton Hulk Genau Genau Der war aber echt kacke Den fand ich aber immer noch besser als den anderen Echt ich Ich mochte komischerweise den Flummi dann mehr Weil der Edward Norton Hulk war so Ich gucke zwei Stunden lang Edward Norton beim weglaufen Und beim kontrollieren seines Pulses zu Und darf dafür 15 Minuten Na 12 Minuten am Ende meinen Kampf sehen Zwischen zwei Ich weiß auch nicht Aber mir gefällt auch Also ich mag Edward Norton auch lieber als den Davor Ja ich mag den auch lieber Aber dann hat er ein Hakenkreuz auf der Brust Und der tritt Köpfe auf Worte Ja Die prägnantesten Filme Ja aber komm den Film magst du auch American History X ist ein großartiger Film Ja Ja Aber aber Einer der letzten Filme mit Edward Furlong Wollen wir nicht aus Saharin Junkie Bevor The Crow 3 gedreht hat Das ist echt schade Ich fand den Super Terminator so gut Ja aber schon da sah er kaputt aus Ach komm da waren ja doch gerade mal 10 oder so Ja und dann hat er noch bei Friedhof der Kuscheltier 2 die Hauptrolle gespielt Ja Richtig 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 wo die Mutter am Set vom Film Ja Okay aber Ja und dann Warte 2 Wir driften total ab Nein Kaum Unwesentlich Wie kriegen wir Edward Furlong Also wie kriegen wir gerade den Den Ich hab's Ich hatte einen X-Men Wir kommen bei X-Men Und dann sind wir bei Halt X-Men vs. Street Fighter Bei Street Fighter gibt's den Kämpfer Furlong Und jetzt sind wir wieder Ah Du hättest es ja auch ganz einfach machen können Der hat ja in The Crow 3 mitgespielt Ist auch nur Comicverfilmung Auch wenn's kein Marvel ist Ja Stimmt Vollkommen richtig Aber hab ich auch nie Nie mitgenommen und nie Also nie gelesen Ähm genauso wie wie Lobo Ich weiß gerade gar nicht wo der zugehört Gehört der zu Marvel Lobo? Oder ist das was ganz anderes? Lobo Ich glaub der ist bei Dark Horse Also hat gar nichts mit DC Marvel schießen mich tot zu tun Ne ich glaub nicht Ich glaub nicht Lobo ist auch sehr sehr brutaler Kack mit ganz viel in die Unterwelt Ähnlich wie Spawn So Das sind dann Damit verbinde ich das Spawn Lobo Das habe ich irgendwie so im Hinterkopf Lobo, DC Comics DC?! Ah doch DC Das darf ja gar nicht Ne 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 darf man gar nicht erwähnen Warners ist der Feind Warners ist der Feind Du kannst sagen Unterm Strich Wenn ihr über Marvel redet Redet der automatisch auch unter die Konkurrenz mit DC Also so abwegig ist es ja jetzt nicht Und da kommen wir ja zu eigentlich wenn Trina das schon so anspricht, zu meinem absoluten Favoriten-Comic-Kram, nämlich dieses verbundene Universum, das Alma nach, ne, ne, Alma, wie heißt es? Keine Ahnung. Alma nach ist zurück in die Summe. Nein. Nein, diese Universum-Crossover, haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Ach, meinte, wo Superman und Batman gegeneinander und so. Nein, wo Superman, äh, Spider-Man aufs Maul haut, oder wo, wo, äh. Aber Superman und Batman sind so das gleiche Universum, oder? Ganz selten gab's, äh, wirklich, ähm, Crossover von Marvel und DC, aber es gab sie. Müssten die dann unter einem anderen Label laufen, oder kriegen die das auf die Reihe, dass sie das, äh. Das kriegen sie sogar auf die Reihe. Oh gut. Aber das gab's ganz selten. Also, da gab's, äh, Hugh und Dama haben sowas gemacht, aber... Ja. Haha, hier, ich weiß nicht, ob man's sehen kann. Ich bin jetzt gerade ganz schnell rübergelaufen, hab einfach in meine, äh, Schublade oben gegriffen. Ah, Access. Access der Wächter. Halt mal ein bisschen länger in die Kamera, damit sich das, äh... Ja, mach ich mal. Bitte, weil musst du dabei reden, dann halt auch ein bisschen. Ja, ich rede dabei und, äh, halt das mal in die Kamera. Ähm, das ist Access und der hat die Möglichkeit zwischen den Universen, also sprich, zwischen DC und Marvel hin und her zu springen. Ähm, und, ähm, dort, äh, ja, mit den verschiedenen Helden zu sprechen und, ähm, warte mal, der erste Part ist zum Beispiel Superman und Spider-Man gegen Venom. Der zweite Part war Batman und Robin, Doctor Strange und die X-Men. Und der dritte Part ist Kampf der Titan, X-Men versus, ähm, Justice League. Also, ähm... Ich finde das an Comics so hart, die machen da einfach alles Mögliche. Die nehmen sich da einfach richtig gerade aus und machen das einfach. Mega geil. Ist schade einfach. 4 Mark 90 hat das gekostet. Ich will nicht wissen, von wann hab ich denn das? Ähm, und, ey, super Qualität, hab ja auch immer noch die Schutz... Muss man noch haben. Ist von, wenn mich jetzt nichts täuscht, 97. 97. Und das ist etwas, worauf ich, ähm, richtig, richtig krass abfahre. Ähm, die DC gegen, äh, Marvel Comics Hefte. Alter, auch hier 4,90 Euro. Das hatte ich auch. Ich sehe das gerade hier in dem letzten drin, ne? Einmal Garn. So heißt das Universum. Das Einmal Garn-Universum. Da werden zum Beispiel auch aus zwei... Das ist doch eigentlich Garn-Füllung, oder? Ja, ich glaub auch, ne? Da werden aus zwei Helden zum Beispiel einer gemacht. Ähm, hier unten ist eine Mischung aus... Ich kann's ganz schwer erklären. Ähm, ich glaube, das ist hier der Ghost Rider, gemischt mit Captain America. Die sind eine Figur... Ja, das kann man ganz beschissen sehen. Ich... Nee. Nee, das krieg ich nicht scharf, das ist zu klein. Ja, das ist... Genau. Aber auf dieses Universum habe ich, äh, bin ich total abgefahren. Und sehr witzig, unter meinen Exzess-Dingern war übrigens auch die Resident Evil Comic-Reihe. Einmal mit der zensierten und einmal mit der unzensierten Fassung. Die habe ich hier... Habe ich gerade alle rausgekramt, weil die... Ich wusste ganz genau, wo die liegen. So, wollte ich nur sagen, gibt es halt, fahre ich drauf ab. Finde ich cool. Ich habe solche Comics leider nicht gelesen. Da war ich irgendwie... Ich habe immer Asterix gelesen und, äh... Also diese typischen Sachen, ne? Die waren so... Also du hast als Kind lieber zwei, zwei Leuten nachgeeifert, die sich dopen, damit sie stark sind. Ja! Der Ding ist, wir hatten eine Bücherreihe für Kinder, ja? Ja. In Marl. Und, äh... Da kam immer Asterix dran, dann Nucky Luke, genau, zum Beispiel der oder andere Sachen halt. Stimmt, Tim und Struppi habe ich ganz viel gelesen und mehr hatte ich da nicht zur Auswahl. Gut, ich hätte mir welche kaufen können, aber da bin ich nie irgendwie so mit, äh, warm geworden. Hätte ich da einen Dienst und Zugang. Und mein Problem war, die konnten alle nicht fliegen. Die konnten alle keine Feuerbälle schießen. Da habe ich mir immer sofort gedacht, so als Kind, ne, was soll ich mit der Scheiße? Und ich hatte einen Vorteil, äh, schöne Grüße an meinem ehemaligen, äh, Schulfreund Hendrik. Hendriks Mutter hat in, was, beim Supermarkt oder in einer Buchhandlung oder irgendwas gearbeitet und Comic-Hefte, die eigentlich zurück an den Verlag, die nicht verkauft wurden, hat der mit nach Hause gekriegt. Und dann war das mal so, er hat die gelesen und hat sie dann an mich weitergegeben und ich durfte sie behalten. Ich hatte irgendwann so einen, kann ich gar nicht zeigen, das passt, 16 zu 9 passt das nicht, ähm, ähm, Riesenstapel an Spider-Man-Heften, die ich leider alle nicht mehr besitze, was sehr, sehr ärgerlich ist, weil das ist unglaublich viel Kohle. Also das habe ich geschenkt gekriegt und, ja, halt auch dieses ganz besondere Spider-Boy. Kein Schwein hat sich Spider-Boy gekauft, so. Der Sohn von Peter Parker, der nicht den hier macht, sondern der eine Pistole hat, wo er diese Fäden rausschießt und sich dann so am, am, ähm, Griff festhält und so. Ach, ganz komisch. Ich kriege das auch nicht mehr alles zusammen. Ja, das war ein, eins dieser Comics, die die Blei im Regal haben. Ja, genau. Und die, die habe ich zum Beispiel immer alle gekriegt und, äh, war super. Habe ich, habe ich genossen, du. Also, ähm, wollen wir weiter mit der Liste machen? Ja, können wir machen, ne? Hier, Panischer war ja, ähm... Und Spider-Man 2 haben wir auch schon drüber gesprochen. Da habe ich, Paco, habe ich gemeint, das war zu der Zeit einer, der, oder ist auch heute immer noch eine großartige Comic-Verfilmung. Spider-Man 2, 2004. Ist der beste aller Spider-Man-Verfilmungen. Auch von den Neuen? Der Erste Schrott, der Zweite Schrott, die Neuen sowieso Schrott. Ja, die Neuen sind wirklich scheiße. Ich hasse Andrew Garfield, wenn ich dem sein Gesicht schon sehe, ne? Das ist der... Ich darf jetzt auch für den Neuen Avengers einen Spider-Man reinnehmen, der super jung ist. Ja, so wie eigentlich ursprünglich in den Comics am Anfang war. Da war ja irgendein Teenager, was natürlich die Schauspieler, die ihn jetzt in der Verbindung gespielt haben, nicht sind. Ja, das stimmt natürlich, aber ich finde das, man kennt ihn halt. Also ich kenne ihn halt nicht so jung. Das finde ich schade. Ja, doch, Schüler. Schüler vorletztes Jahr in der Highschool oder sowas. Eben, ich meine, man muss das ja so sehen, der wird jetzt wahrscheinlich bei Captain America keine riesengroße Screen-Time kriegen. Und bis dann der nächste Film kommt, ist er schon zwei, drei Jahre älter und dann ist es schon wieder eine ganz andere Geschichte. Wohl wahr, das stimmt. Weil ich denke mal, das wird sich größtenteils bei Captain America sowieso mit dem Winter Soldier und Captain America und Iron Man. Er kam ja auch nicht im Trailer vor, soweit ich weiß. Ja, das machen sie mit Absicht. Vielleicht, die wollen ja nicht alles direkt zeigen, ja. Ja, aber man weiß es ja. Ich meine, das ist ja, also wenn man sich dafür interessiert, dann weiß man es ja, dass er dann vorkommt. Die haben ein Bild geliehen von einer Drohne, wo jemand überset lief im Spider-Man-Kostüm von oben. So ein ganz krasser Scheiß. Das war die Screen-Time. Ja, 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 auch Käffchen, alle Käffchen hier am Start. Ich bräuchte auch einen Käffchen, ich überlege schon die ganze Zeit, ob ich meiner Frau schreibe, ich brauche nochmal einen Kaffee. Also deiner Frau schreibst du, du brauchst einen Kaffee, ja. Ja, die ist ja stockwerk höher. Hast du keinen Besenstiel? Doch, aber da ist das Kinderzimmer, das ist ungünstig. Achso, da ist das Kinderzimmer, ja, das ist schlimm. Läuft der denn durch die Gegend, oder ist er jetzt ruhig? Also, als ich eben ganz schnell pissen war, da war Ruhe, ich weiß es nicht. Hast du das andere Bein auch festgenagelt, dass er nicht mal am Teil wird? Der wird schön nach christlichem Glauben hier erzogen. Nach christlichem Glauben, ja, mit der Ruhe, ey. Nein, am Wegen festgenagelt. Nein, festgenagelt. Ah, festgenagelt, ja, okay. Gut, Spider-Man 2 haben wir. Deswegen seine Affinität zur Bibel-TV. Bibel-TV. Während wir, du wolltest schon zu Elektra gehen, ich hätte gern aber noch... Hab ich mir nur gedacht. Ja, aber Pacos Meinung zu Blade Trinity, weil die beiden, also Trine und Methin, scheiße, ich mag Blade Trinity. Ich stimme euch allen dreien zu. Und zwar, ich finde, Blade 3 ist ein weichgespülter Abklatsch von Blade 1 und 2, aber mir gefallen die Charaktere von Hannibal King und den, keine Ahnung, wie es jetzt heißt, von der Jessica Biel, die passen ganz gut rein, sie hätten es nur ein bisschen härter gestalten können. Danke, danke. Und das, was du gerade gesagt hast, Hannibal King, wird ja gespielt von Rain Reynolds, richtig? Ja, der so ziemlich in jedem Comic-Film irgendwann nicht gespielt hat. Und damit haben wir ein Riesenproblem. Der ist Green Lettern aus dem DC-Universum. Er ist Deadpool. Er ist Hannibal King aus Blade. Und er ist, was eigentlich auch Deadpool ist, Weapon X aus dem Wolverine Sam. Ja, der ist ja schon Deadpool, ne? Ja, der ist auch Deadpool, aber dann haben sie verfußt. Genau, genau, da ist er ja, dieser Deadpool, der ferngesteuert wird und hier so den Mund zu hat und hinten. Ja, aber das gleiche Problem haben wir auch mit Captain America. Captain America, der Schauspieler, ich weiß seinen Namen nicht. Die menschliche Fackel. Aus Fantastic Four, genau, ist die menschliche Fackel. Schwierig, ne? Es ist wirklich schwierig. Ja, egal, ich mag Rain Reynolds, ich mag den wirklich. Ich finde den als Schauspieler unglaublich gut. Und ich mag diese Fuck You-Nummer, habe ich vorhin schon gesagt, ich mag die Fuck You-Nummer bei Blade Trinity. Übrigens aus dem Forum. Ja, ich mag generell die Folter-Szene. Ja, fick deine Schwester. Oder wie war das, wenn die Vampire ihn foltern und er meint, was keiner von euch weiß, ich habe unglaublich viel Knoblauch gegessen und gerade gefuhrt. Leise, aber tödlich. Ja, mega gut. Echt richtig gut. Unter den Kommentaren hat LP Storm geschrieben, boah, jetzt habe ich doch glatt Spider-Man 2 angemacht nebenbei, bin gerade wieder voll auf Marvel zu schauen. Mach das, machst du auch nichts verkehrt. Und die anderen Filme alle hinterher heute, ist Wochenende, hau rein. Hau hinterher, alle. Genau, hau rein. Gut, jetzt kommen wir zu Elektra, Mev, du wolltest mit Elektra anfangen. Ich wollte das nur ein bisschen voranbringen. Jennifer Garner. Ja, genau, Elektra. Ich finde das ein bisschen gleichzuziehen mit, ähm... Oh, stopp, 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 Trine, Trine sagt es gerade. Jennifer Garner, wir haben es bei Daredevil vergessen, es ist Dings, es ist der neue Batman. Das ist auch ein... Was? Nein. Äh, äh... Daredevil, ja. Daredevil und Elektra hat er zusammen ausgemacht. Ja, aber bei Daredevil, der Schauspieler von Daredevil ist... Achso. Ben Affleck. Ben Affleck. Und wer spielt den neuen Batman? Ben Affleck. Siehste? Nächstes Universengedöns, was nicht passt. Ja, er kommt... Reino Reynolds hat es ja wenigstens richtig gemacht, ne? Der hat bei Marvel angefangen, äh, das ist so, die, sie hat gemerkt, das scheiße, sie hat zurückgegangen. Ja, man weiß halt, wo es gut läuft. Ich glaube, er wusste nicht, in welchem Universum er gerade ist. Er dachte, neul, geilen Film, ich krieg Geld. Das kann natürlich auch sein. So, Elektra, Entschuldigung. Ich glaube nicht, dass er sich hingestellt hat und hat gesagt, ja, Marvel ist mein einziges Universum. Ja, ich finde den Gag im Trailer schon gut, wenn sie ihn operieren dann und dann heißt es, bitte macht mich nicht computeranimiert oder grün. Ja, ja, auf Green Lantern bezogen, sehr, sehr cool, das stimmt. Ja, also er hat schon ein bisschen Selbstironie. Er weiß schon, dass der Film Schrott war. Der war nicht nur Schrott, der war teilweise auch ganz nett. In jeder Szene, wo kein Green Lantern vorkam, wo mal Schauspieler da waren, ja. Das war einfach quietschbund, das hätte auch ein Computerspiel sein können. Und jetzt sind wir auch schon wieder bei DC. DC in God's Among Us, Injustice. Großartig, wenn du Green Lantern spielst und auf einmal kommen 10.000 Jets und Raketen und Donnern dann auf, ach ist geil. Hat DC nicht eigentlich auch sowas wie Avengers, so eine Liga? Hast du die Liga? Injustice-Liga. Ja, genau. Die kriegt man aber nicht so mit, ne, im Film zumindest. Kommt dann nochmal was? Ist in Planung, ist in Planung. Deswegen kommen mit dem neuen Superman, Sim, ja auch Batman for Wonder Woman, Komfort, Aquaman angeblich. Aquaman, Avengers, würde das in Just-It-League machen oder nicht? Das wird kommen. Irgendwann, wenn die 2045 langsam fertig sind mit ihren Drehbüchern von Marvel und die Deutsch sind mit DC, dann denken sie, jetzt machen wir einmal Garn und bam. Genau, und dann kriegt Superman von Thor und von Vision die Schnauze voll und vom Hulk. Genau, warte mal, ich muss mal eben ein bisschen... Ja, Superman muss echt die Fresse dick kriegen. Wenn es ein, also in meinen Augen, also ich mag Smallville, ich habe die Serie geguckt, ich mag auch die neuen Superman-Filme so an sich, aber wenn ich wirklich denken würde, welcher, welcher, welcher Superheld total im Balance ist, ja, wenn man jetzt wieder beim Computerspielen ist, ist es Superman, Superman ist... Das ist immer sein Problem, er hat keinen Gegner. Ja, außer sich selber. Ja, aber Superman langweilig. Wie schmeißt du den einmal hier mit, äh, wer ist das Zeug? Kryptonit. Kryptonit ist halt kaputt. Ja, der Einzige, der ihn getötet hat, war Doomsday. Der ja selber irgendwie von Krypton oder irgendwie sowas, ne? Ne, ist die älteste Kraft im Universum, jetzt habe ich es wieder und war für so und so viele Jahre eingefroren und kommt dann raus und tötet Superman, ne? Ja, da machen wir halt was, Doomsday gegen Thanos, das ist doch auch was Schlimmes. So heißt der, ne, von den Infinity-Steinen, der den, den Handschuh tragen kann. Ja, genau, den geworfen hat. Danke, ich kam da vorhin nicht drauf, weil, weil me fragte, der, der Avengers 3, der kommt, heißt Infinity War und da geht es, denke ich, da genau drum um die Infinity-Steine. Ja, und der vierte heißt auch Infinity War. Nur Infinity War 2. Genau. Infinity War, die scheinen noch den Film oder nicht? Es ist doch ein... Teil, den er hat. Genau. Also keinen vier, viereinhalb Stunden Avengers machen wollen. Warum denn nicht? Klappt auch bei Herr der Ringe auch, ne? Ja, nicht nur das, klappt auch bei Nymphomaniac von Lars von Trier. Da guckst du dir halt viereinhalb Stunden an, wie irgendwelche Kinder abgetrieben werden oder Eierzer... Ah, nee, das war der Antichrist, wo die Eierzergelatsch war. Ist egal. Wir sind bei Eierzerlatschen... Das macht aber mehr Kohle. Ist egal, wer der Helfer hat. Du musst einfach vier Stunden an, welche kranke Scheiße passiert. Elektra. Mav, du wolltest schon die ganze Zeit was zu Elektra sagen, weil du die toll findest. Nee, ich wollte nur sagen, dass Elektra und dass die halt einen Crossover mit dem Daredevil. Daredevil. Das ist das erste, was sie zu Elektra weiß. Interessanterweise hat die überhaupt gar keinen Crossover gehabt, sondern Daredevil kam ja vorher und die hat danach ihren Einzelfilm bekommen, weil sie beliebter war als der Daredevil-Film an sich. Hat man die also gar nicht zusammen in einem Film gesehen? Doch, die waren zusammen, aber die war standardmäßig eben der Daredevil und danach kam Elektra. Das ist quasi wie die Minions bei Ich einfach und vergessen. Ja, jetzt hast du so ein Spin-off quasi dann. Ja, genau. Aber welche Superkräfte hat Elektra? Also warum ist sie... Sie kämpft hier mit diesen Gabeln da. Seilgabeln. Bommesgabeln, ja. Seilgabeln heißen die. Achso, Paco, was hältst du von der Fan-Theorie? Jetzt muss ich ihn auch noch fragen. Was hältst du von der Fan-Theorie, dass dieses grüne Zeug, was der Daredevil, ich weiß seinen echten Namen nicht, in die Augen wichst, ne, Bukake-mäßig, dass das das gleiche grüne Zeug ist, was die Turtles verwandelt. Das U's. Dann wundert es mich, warum er keinen Horn auf der Nase hat. Nein, da gibt es eine geile Fan-Theorie. Ach, ist egal. Ich finde, ich finde das in der Serie, ich finde das in der Daredevil-Serie viel, viel wohnständiger erklärt, da hat er einfach nur das Augenlicht verloren und hat dann jahrelang seine Sinne so trainiert. Ah, okay. Da ist es halt nichts Übernatürliches. Aber in den Comic-Filmen ist es aber übernatürlich. Ja, aber ich finde die Serie halt super. Ich meinte in den Comics an sich, glaube ich, aber auch, dass der Daredevil halt auch noch irgendwelche Kräfte durch sowas Radioaktives in die Augen gekriegt hat. Ja, und das haben sie halt in der Serie ein bisschen weggenommen, das Übernatürliche. Aber das finde ich super. Hat er da kein Fledermaus-Echolot, weil ich habe es immer noch nicht gesehen, die Serie. Also er kann sich schon das Aussehen durch die Schallwellen vorstellen, aber es ist nicht so krass gemacht wie bei einem Film. Ja, stimmt. Das zeigen sie mir auch, so eine Art Radar. Ich finde es halt nur lustig, dass der Kingpin in der Serie, der gleiche Schauspieler als der Private Paula spielt, von Metal Jacket. Der, der sich auf den Klo erschießt? Genau, der Wincent. Ah, okay. Tut mir so leid. Aber der ist ein grandioser Schöße, der liegt auch in der Serie. Aber ich habe vorhin auch gesagt, der Devil muss ja irgendwas, also in der 2003er-Verfilmung muss er ja irgendwelche radioaktiven Kräfte haben, weil er ja Kingpin, den Typen, ich sag's nochmal, der Spider-Man, so schön das Rückgrat bricht, dem bricht er die Beine. Also muss der Devil Kräfte haben. Also in der Comic-Verfilmung. Ey, es ist Ben Affleck, der hat die mit seinem massiven Kinn halt darum gemacht. Aber es ist der dicke, schwarze, hier, es ist Sam, äh, William, ne, wie heißt er? Wallace, Wallace, Wallace aus Pulp Fiction. Wie heißt er denn? William. Nicht William Wallace, das war ein anderer. Ach, du meinst, du meinst, dieser Bulli-Gel? Der Bulli-Gel mit dem Pflaster hinten drauf, der ist in Frau geknallt worden. Wallace-Frau, wo ihr die... Kinder sind ja genau. Na, mir fällt da, der Name ist halt, das Spiel ja auch in so vielen Filmen, da spielt Wing-Rams, oder? Das ist das nicht der Typ. Ich weiß nicht, aber du weißt, was ich meine, ich meine, das ist Kingpin-Verfekt. Ist das nicht der Typ, der auch Green Mile macht? Ja. Ein Gefängnis jetzt? Genau. Da kommt der mir so wahnsinnig groß vor, in the Green Mile, das ist ein Typ, irre. 2,70 Meter. Mindestens. Wie lange seid ihr noch dabei? Also wir sind jetzt gerade bei 2004. Und wir haben eigentlich chronologisch vor, aber... Ja, aber gut, wir haken ja eigentlich die ganzen Teile, die später kommen, auch mit ab, immer. Ja, es wird jetzt schneller gleich, ja. Ja, aber dann würde ich vielleicht erst mal was essen, weil ich hab noch nicht gefrühstückt. Mach das. Ach, gefrühstückt um 23 Uhr, das kann man natürlich. Ja, aber ist es ja nicht 23 Uhr. Also... Du rutschst einfach rein, was im Link. Das ist halt nicht mehr, ne? Ähm, du, ich schalte einfach meine Kamera und mein Mikro aus und komm mal wieder. Ja, aber nackt, bitte. Mach's wie Deadpool, komm irgendwo von der Seite nur kurz rein und guck mit der einäugigen Schlange. Das ist wie die Quote. Das ist wie die Quote. Nee, ich geh erst mal essen, Leute. Juhu, Juhu. Tschüssi. Und weg ist er. Mittelfinger hoch. So, also Elektra, Superkräfte hat sie nicht, habt ihr gesagt, wer war denn der Gegner von Elektra? Ähm, hier der Bullseye, der die Familie da getötet hat. Ah, hier, äh, Colin Farrell. Colin Farrell mit seinem, ähm, Bullseye auf der Stirn, richtig. Aber warte, ich dachte, der wäre eigentlich... Aber das war in Daredevil. Das war in Daredevil, Bullseye. Ja, und bei Elektra, der Film... Ich kann ja mal gucken. Aber ich meine nur, damit hat das ja so angefangen auch. Ich, ich google mal. Ja, ich wollte auch gerade bei Elektra reingehen. Eigentlich weiß ich das hier auch. Auftragskraft. Mark Müller. Ja, Sensei. Hm. Nachdem sie in Daredevil von Bullseye getötet wurde und in dessen Akademie trainiert, bis sie von dort... Legt das in eine Apfelsorte. Jennifer Garner, die hat auch noch irgendeine Serie gehabt. War es nicht so... Nee, Ghost of Sparrow war es nicht. Ähm, war es nicht E.I.S. oder so? E.I.S. die... Bla, ich hab keine Ahnung, ey. Irgendwie, glaube ich, kämpft sie doch... Familie, bla. Hier unten steht jetzt triviales Spin-Off. Das reicht mir schon. Mehr muss ich nicht lesen. Das war nämlich... Ich hatte Elektra... Oder ich hab sogar Elektra auf DVD. DVD wohl bemerkt, hab ich mir nie auf Blu-ray nachgekauft. Aber... Ja, ich finde auch... Eigentlich reicht die auf, wenn man die einmal auf DVD hat. Nein, das ist jetzt kein Film, den man jetzt auf Blu-ray guckt muss. Nein, kann ich dir nicht... Also, ein Jahr, bei dem ja. Doch, ey, ist was. Andere Filme brauche ich einfach auf Blu-ray. Ja, ja, natürlich. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel... Ich fand 2012 ganz gut. Wenn ich mir zum Beispiel jetzt auf Blu-ray holen würde... Oder generell holen würde, würde ich auf jeden Fall Blu-ray bevorzugen. Klare Sache. Krieg der Welt noch so ein geiles Ding, Alter. Auf Blu-ray, der Sound, bam, 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 bam. Wenn da diese A-N-Viecher da diese ganze Brücke wegknallen, fetzt schon. Ja, es gibt schon natürlich Filme, die muss man sich so angucken. Ich glaube, der Paco, der hat zwar sein Mikrofon gemutet, aber ich glaube, dass seine Webcam die ganze Zeit Sound überträgt. Genau, das kommt dadurch, ne? Deswegen muss ich den Paco jetzt mal kurz muten, stumm schalten. Ich sehe, wenn er wieder auftaucht. Ich habe ihn stumm geschaltet. Ist das jetzt für uns alle anderen auch, ja, ne? Ich habe ihn nur stumm geschaltet. Ich habe da nochmal gerade drauf gedrückt. Ich habe bei mir jetzt auch so ein stummen Symbol beim Paco. Okay, gut, dann machen wir es wahrscheinlich alle. Der LP-Storm hat gerade gesagt, welche Marvel-DVDs besitzt ihr? Jetzt muss ich aber. Ich kann schnell beantworten. Keine. Ich habe gesagt auch keine. Ich kann es dir sofort sagen. Gib mir einen... Entschuldigung, Storm, das ist ein ganz guter Film. Das Problem ist, ich habe die neueren Sachen noch nicht eingescannt. Ich habe... Ah, der Paco ist wieder da, warte mal. Paco da. Aber Storm, andersrum, welche besitzt du denn? Den wollte ich nicht wieder stumm schalten. Paco, mach mal das stumm geschaltet weg. Ich habe dich stumm geschaltet. Ich habe es gesehen. Ja, du bist gar nicht über das Mikrofon von deinem Headset, sondern bist über die Webcam zu hören. Ja, weil ich das Mikrofon nicht nehmen wollte, also habe ich die Webcam einfach genommen. Ah, und ich habe mich schon gefragt, warum ich dich... Wolltest du nicht essen? Das war es schon. Was gab es denn? Snickers? Oh. Warte mal, du hast vier Hände. Ja, ich habe vier Hände. Stammer, ist das euer Küchentisch? Und du filmst gerade am Küchentisch? Nein, ich bin einfach, ich habe einfach einen Teller. Du musst das auch mal hochhalten und dabei reden. Wir wollen das alle sehen. Mir wurde zugetragen, ich habe das so lange nicht gemacht und ich habe gefälligst hier zu essen. Aber wenn das nicht Liebe ist, wenn das nicht Liebe ist. Und was ist es? Das Schnitzgeschnetzeltes. Das Schnitzgeschnetzeltes. Sehr geil. Ich habe auch, ich kriege gerade richtig Hunger. Danke Paco. Ja, das ist sozusagen mein Frühstück. Ich habe heute doch schon was gegessen. Eine Handvoll Zuchterwatte und Pommes. Welches Frühstück ist das nicht? Ich habe einen Pommes-Teller gegessen, aber auch Dönerfleisch. Aber das war nicht zum Frühstück. Ja, das war zum Abendbrot. Also ganz, ganz, ganz regulär. Ich wollte gerade meine Movies Collection aufrufen, aber ich finde meine scheiß Adresse nicht. Deine Movies Collection, wer findet seine scheiß Adresse nicht? Ja, hier, mein Movies Program hier. An mir meldet als Alex Vendetta. Das ist toll, aber ich will meine Online-Kollektion. Ich habe es. Spider-Man. Storm sagt, er besitzt Spider-Man 2. X-Man. 1.5. Was ist denn 1.5? Ja, das ist Storm-Man. 1.5, da gab es eine Special Edition von der DVD. Nee, das war 2.5 oder nicht? Das gab es auch von der ersten. Ah, okay. Achso. Ah, und Ghost Rider, nicht das? Ghost Rider. Ach, nee, Ghost Rider ist ja auch so ein Ding, aber da könnt ihr mehr mitkommen. Trine mag es, aber da kommt man später zu. Würde dir ganz gerne mal auch den Chat sehen, wo läuft der eigentlich? Was, das habe ich gerade nicht verstanden? Den Chat würde ich eigentlich auch ganz gerne mal sehen, wo läuft der eigentlich? Link, ne? Auf YouTube, ne? Veranstaltung, Moment, ich poste mal eben. Ah, jetzt kam es bei mir auch, es aktualisiert sich immer unterschiedlich voneinander. Ja, ich glaube auch. Ich besitze Spider-Man 2, X-Man 1.5 und... Echsen-Mann. Paco, ich habe das hier in dem Chat-Fenster reingepostet, ne? Ja, mei, das ist ja um 3, um es doch noch. Das ist das für die Übung. Ja, haben wir, haben wir. Da komme ich doch schon wieder bei Hangout und Air raus, wir sind ja beim Gleichen. Da habe ich ja zweimal den Hangout-Lauf. Nee. Ja, nee, das war der falsche, Mev. War der falsch? Ja. Ja, ich brauche euch nicht zweimal. Du brauchst den hier. Oh. Ja, genau, der ist richtig. Ah, das würde ich auch mal entschätzen. Gut. Titel, Rating, scheiße, ich weiß nicht, worüber ich das definieren kann. Also, ich bin ein großer, hier der LPS vom Fraktell, ich bin ein großer DVD-Gerner. und Blu-Ray-Sammler und ich habe jetzt gerade hier meine Liste aufgerufen, wobei ich nicht alle eingescannt habe. Also, ich habe in meinem Wohnzimmer eine komplette Wand voller DVDs und Blu-Rays und bin sehr faul geworden seit einem Jahr. Aber ich glaube, dass ich fast alle von den hier aufgeführten Filmen besitze. Also, alle, die du bei Wikipedia, wenn du Marvel eintippst, bis halt, also, oder besser gesagt, ab 98 habe ich, glaube ich, alle diese Filme auf DVD oder Blu-Ray bis auf, jetzt kommt's, von Panischer Warzone, Ghost Rider 2 und das war's. Ja, Ghost Rider ist ein bisschen später dran, aber ich finde die Filme nicht so toll. Gefallen die euch? Ich mag Ghost Rider. Ich hab da überhaupt keinen Zugang zu. Aber ich mag den ersten lieber als den zweiten, denn beim zweiten fand ich die Animationen vom Ghost Rider richtig scheiße. Das ist deswegen... Aber ich bin auch ein großer, großer Nicolas Cage-Fan. Ja, das schon, aber ich hab bei, also bei manchen Filmen von Marvel, da hab ich einfach überhaupt... Da muss Marvel drüber stehen, da muss so groß Marvel drüber stehen, dass genau jeder weiß, dass es auch ein Marvel-Feld ist. So wie bei Spider-Man zum Beispiel. Ansonsten finde ich, weiß ich nicht. Ich hab auch bei, ähm, so Panischer, hab ich, wie gesagt, auch nichts... Ich hab da überhaupt keinen Verbindung zu. Ich mein, das gibt zwar irgendwie auch nein, aber das könnte auch Film XY sein. Paco, kannst du deine Boxen ein Stück leiser machen? Das ist, äh, gerade, es schallt immer wie... Ja, Moment, es wird gerade hinter mir hochgeklettert, ja. Ja, Katze ist auch immer gut fürs Video. Ja, es ist Catwoman, es ist DC-Universum, weg damit. Ähm, du musst den, äh, in die Beschreibung mit schreiben, mit Katze. Mit Katze und Titten. Genau. Ähm, ja, äh, Ghost Rider. Ich weiß nicht. Ich kann damit... Ich weiß nicht, würde ich auch sagen. Ich kann mit Ghost Rider nicht viel anfangen. Na, guck mal, äh, Ghost Rider sagt auch, der erste war besser als jetzt. Alter, warum nicht? Ja, ich kann mal ja groß wie das rausnehmen irgendwie, irgendwie halt. Also, also anhängig so, äh, ne. Aber so war ja auch. Also, wie gesagt, ich fand, fand den gut, den ersten habe ich auch, äh, schon relativ oft gesehen. Den zweiten vielleicht beim Mal heute so. Irgendwo gibt's die Rückkopfung. Okay, dann hast du einen sehr, sehr empfindlichen Webcam. Ähm, so, pass auf. Scheiß jetzt mal kurz. Ja, scheiß mal auf Elektra. Wir kommen zur Fantastic vor. 2005. 2005. Fantastic vor, der, der Captain America noch als menschliche Fackel. Ich mochte den Film. Hör euch auf. Ja, Moment. Doch, er hat, er hat den zweiten Teil, Rise of the Silver Surfer, sehr gut vorbereitet, der wirklich gut war. Hör mal bedenken, was sie jetzt mit dem Test vorgemacht hat. Und ich hab den neuen nicht gesehen. Ich hab den ganz neuen aus dem Jahr 2015 nicht gesehen. Ich hab inzwischen geguckt, da spielt jetzt auch, ist schön politisch direkt, natürlich auch ein Farbiger mit, ne, als ein Superheld. Das passt doch, wenn man die Fackel ist, muss man ja auch nie verkohlt aussehen. Das war jetzt politisch korrekt, sagst du? Ja. Ich bin immer politisch korrekt, dafür war es schon immer bekannt, oder? Ja. Aber wie passt das dann bitte zusammen? Bedingt. Wenn, wenn die Fackel farbig ist, aber in der eigentlichen Geschichte doch die, ähm, der Bruder von der Frau Fantastic vorher hier, wie heißt sie? Von der Unsichtbahn. Von der Unsichtbahn, ja. Ja, stimmt. Wer weiß, wie viele Männer die Mutter hat. Ja, man weiß halt nicht, wie es da ist, hat sie zu Hause bei denen. Hm. Ja. Politisch direkt auf Patchwork-Familienwende zu kommen. Ja, da gibt's ja schon Möglichkeiten. Diverse. Okay. Ähm, was mir ein bisschen fehlte war, dass das, wenn ich mich recht entsinne, weil ich hab, glaub ich, den 2005er Fantastic Four wahrscheinlich auch genauso lange schon nicht mehr gesehen. Ähm, aber gab's da schon, schon Dr. Doom? War der da schon? Ja, das war der. Das war der Hauptpöse nicht. Na, das war doch der Chef, der dann eigentlich gedacht hat, er ist in Sicherheit, weil er dann hier diesen Schmutz vorgefuckt hat und dann ist er erst richtig abgefuckt geworden. Richtig. Haben sie den dann hinter dir eingespillt in so eine Art, äh, ähm, ähm? Meinst du, wegen seiner Eisenmaske? Ja, ja, genau. Ja, das kam ja dann in dem Film, sodass er sich dann selber hier irgendwie, weil er ja gemerkt hat, dass hier die Haut sich löst und so. Okay. Stimmt. Richtig, jetzt, jetzt erinnere ich mich. Aber es ist noch nicht so, wie es eigentlich sein sollte in den Universen, dass, ähm, Dr. Doom seine Festung irgendwo, ich weiß nicht, wo er im Weltall hat und von da aus Schach mit anderen Helden spielt. Nee, da ist er hier noch Chef vom Multikulti-Unternehmen da, was, was Riesen... Ja, so weit sind sie nicht gekommen bei den Filmen, um das noch zu etablieren. Aber normalerweise ist es doch so, ne, Dr. Doom sitzt irgendwo außerhalb der Erde und, 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 ähm, sorgt für Geschichten. Es gab so einen Hütenplanet oder so, was ist das doch, das, da ist doch nichts drumherum. Ja, richtig, da steht nur dieses Schloss und, und da wird, ähm, ähm, über das Schicksal der Erde irgendwie mit entschieden, zusammen mit anderen großen Viechern. Hm, da wären sie vielleicht zugekommen, wenn jetzt wo der Volk recht gewesen wäre, weil da haben sie schon ein bisschen fantastischer gemacht mit dem Silversurfer. Was trinkst du da? Ein Smoothie. Nein. Eigenurig. Hulsaft. Ja, selbstgepresste. Hulsaft. Oh, sehr gesund, sehr gesund. So soll das sein. Ja, natürlich, natürlich. So, wie kommen wir jetzt von selbstgepresst zu X-Men The Last Stand? Von selbstgepresst zu X-Men The Last Stand. Ähm, das ist ein roter Zahnarzt. Selbstgepresste DVDs sind nicht toll, sollten nicht gekauft werden. Deswegen kauft euch lieber X-Men The Last Stand Original. Das war mir zu spät. X-Men The Last Stand. Ähm, ich hab's auch vorhin schon gesagt, aber ist auch noch nicht da, Paco. Ähm, da werden Charaktere eingeführt, die keine Vorgeschichte haben. Zum Beispiel, äh, Beast und andere, also die keine Vorgeschichte in den vorherigen Filmen hatten, also in X-Men 1 und X-Men 2. Und auch die, die keine Zukunft mehr hatten schon. Ja, ähm, die aber ja natürlich mit den neuen X-Men Filmen, ähm, da, da ist ja Beast ein fester Bestandteil von der Clicker. Ja, das stimmt, das finde ich auch ganz gut. Das hat der, äh, der, äh, Herr Warren sehr gut gemacht in, ähm, na, wie heißt er nochmal? First Class? Ich kann nur einen englischen Namen. Ja, erste Entscheidung. Erste Entscheidung, stimmt, ja. Ähm, hat er gut gemacht, dass er mal ein paar eingeführt hat, auch ein bisschen mit Hinterkunfts-Story. Das war bei The Last Stand, ging mir das ein bisschen ab, da hat man gemerkt, dass Brad Redner kein, äh, Geschichtenerzähler ist, sondern eher ein Hau drauf. Das ist ja. Ja, lass, ja, ist definitiv eine riesengeile Schlacht, die da am Ende stattfindet, wo, ähm, ähm, dieser Fight auf, auf Alcatraz, wo, wo man geht, oder die, die, ähm, Bridge, hier, wie heißt er denn? Ja, die Golden Gate Bridge. Ja, das war ein, ein ganz großer, ja. Das, das war richtig gut. Also, das habe ich gefeiert bis zum geht nicht mehr. Ja, und, ähm, gut, ein bisschen blöd ist, ähm, dass diese Szene am Ende eins zu eins abläuft mit der Trainingssequenz am Anfang, wo sie gegen so Riesenroboter in dieser Virtual Reality-Dings, ne, schleudern mich, werfen mich da hoch und das, äh, das, was da nicht geklappt hat, dass das dann wieder stattfindet. Ist ja, ist ja ganz witzig, dass dort die Sentinels, ähm, angedeutet werden, dieser Trainingssequenz. In, in, genau, Virtual Reality. Die Riesenroboter, die, sie sind, die das nicht aus ihren Köpfen strahlen, oder was? Also, diese Energie, diese Energie, die, die gebaut wurden, um X-Men zu vernichten, alle anderen Mutanten. Ja. Damit hat der Kleine was zu tun, ne, der jetzt in dem neueren Film hier, der, der, der Lütte, ähm, bei Zukunft ist Vergangenheit, hier, der, der, ich, ich will die ganze Zeit sagen, Game of Thrones-Typ hier, wie heißt er denn? Der Peter Dinkelage, ja. Dinkelage, genau. Dinkelage. Das ist der Herr Dinkelage. Damit hat das auch was zu tun, ne, dass die gebaut wurden. Ganz genau, ganz genau. Okay, gut. Äh, manchmal, manchmal kommt man bei diesen ganzen Universen und bei diesem ganzen Shit-Tierstuhl. Also, da ist ein großer Haken hier, aber der ist ja, dass er viele, dass er viele Marvel-Filme hat. Haben denn, äh, im Tor gibt's ja auch so riesige Roboter, ne? Mann, stopp, hast du gerade gesagt, es geht hier ganz schön viel um Marvel-Filme? Es gibt auch viele, nicht, es geht hier um Marvel-Filme, ich kenn das Thema. Achso, das ist komisch, dass wir so viel über Marvel sprechen, schleichen. Ja, ich weiß auch gar nicht, ich dachte, das war hier der große Tampon-Podcast. Trine, du wolltest doch erzählen. Was ist der Tampon-Podcast? Ja, der Tampon-Podcast. Moment, äh, Moment. Können uns den Katzen was zu sagen, weil ich, ich glaube, keiner bewegt mehr Tampons in dieser Wohnung. Die findest du überall, muss aufpassen. Die findet du überall, wo habt ihr die überall? The Last Stand, äh, nochmal, wir hatten es auch schon leider, aber du warst halt nicht da am Anfang, aber Dr. Xavier sieht man, wie er krepiert, ja? Am Ende taucht er nach den Credits nochmal auf und sagt, ähm, nee, was hast du, Trine, du hast das vorhin gesagt, was er von sich gibt? Ja, irgendwie so nach dem Motto, dass er ja auch noch mehr Möglichkeiten hat, irgendwie so, oder Fähigkeiten oder sowas. Ich weiß es nicht mehr genau, aber er ist ja genau so verwirrt, dass er ihn sieht, ne, das Ganze und dass das quasi diese Überleitung dazu ist, dass er doch wieder da ist. Aber das haben die auch bestimmt nachgereicht, die haben sich bestimmt hinterher gedacht, können wir den nicht doch nochmal gebrauchen, wir brauchen den vielleicht mit einem anderen Film nochmal. Ja, ein Star Trek zum Beispiel. So, genau. Ne, die haben sich das, die haben sich das in dem Film offen gelassen, genau wie die Sequenz mit der Schachfigur am Ende noch, mit Magneto, dass sie sich wieder bewegt, dass die haben sich so auch zu belassen. Ja, er versucht das so ein bisschen, ne, er durfte das so ein bisschen an, so, und dann macht doch mal, und dann passiert halt nicht kurz was, ne? Diese Schachfigur, wie du sagst. Ja, die Schachfiguren-Szene erinnert mich an die Szene aus Inception. Wollte ich gerade sagen! Es könnte sein, es muss aber nicht. Nein, Inception wurde ja gelöst, falls du bei YouTube ein Video gesehen hast, Inception ist gelöst worden, ob er nun in der Traumwelt ist oder nicht, denn jedes Mal, wenn er nicht in der Traumwelt ist, hat er keinen Ring an seiner Hand. Und im Flughafen beim Check-in oder Check-out, bevor er zu seinen Kindern düst, hat er keinen Ring. Bedeutet, er ist in der wirklichen Welt. Ich hab gelesen, dass es damit zusammenhängt auch, dass die Kinder andere Klamotten anhaben. Ne, die Kinder haben doch dieselben Klamotten an und sind nicht gealtert. Wieso haben sie das im Traumelter, nicht? Ich hab's nur so gelesen. Ich kann's nicht sagen, ich hab's nur so gelesen. Nein, hast du nicht gesehen? Ich hab's nicht gesehen, die laufen da alle nackig rum. Das Ding ist... Christopher Nolan hat sich selber, glaube ich, offengelassen oder will's einfach nicht verraten, ob es nun wirklich so ist oder nicht. Keine Ahnung. Also bleibt der Film halt auch einfach im Gespräch, ne? Es ist gar nicht so gelöst. Natürlich. Gut, Ghost Rider hatten wir. Jetzt kommen wir zum ganz traurigen Kapitel in der Marvel-Geschichte. Spider-Man 3. Ach ja. Hat mir schon abgetan. Nein, wir haben aber nicht über den Typen gesprochen, der auf dem Klavier tanzt und auf einmal ein bestes Broadway-Stück da zum Besten gibt. Also für den Biosinger, Spider-Man 3 ist gut, oder? Ne, aber Spider-Man 3 ist wirklich... Es ist zu viel. Es wollte zu viel auf einmal und es war zu viel Slapstick. Es war... Ach, ich weiß auch nicht. Ich mochte die Szenen mit Venom. Die mochte ich sehr, weil Venom und Spider-Man ist einfach so... so Ying und Yang mäßig. Das ist cool. Und... Die Typen sehen sich auch so super ähnlich. Also es sind da zwei Fotografen jeweils, ne? Und die sehen sich auch irgendwie super ähnlich, sind fast leicht. Und der eine ist halt ein bisschen evil, der andere... Ja, der eine ist Eddie Brock, der immer hinter Peter Parker so Herr ist. Also wenn du dir jetzt die Comicserie nimmst. Eddie Brock ist eigentlich einer, der in der Schule war ja so der coole Football-Spieler. Und dann ist er halt, ähm... Ja, mehr so ein Paparazzi-Fotograf, der halt wenig Hemmschwellen hat. Also der fotografiert zum Beispiel auch Unfallopfer. Und das würde Peter halt nie machen. Und... Und das... Ja, und das spiegelt sich halt auch wieder in seiner Figur. Venom als Peter, äh, äh, als Eddie Brock ist halt ein Arsch. Und, ähm, in Peter holt er einfach nur die dunkle Seite hervor, die, die vorher nur ganz gering da war. Und bei Eddie Brock gibt's halt mehr, mehr Dunkles und weniger Helles. Der Paco versteckt auch so eine dunkle Seite gerade. Venom ist der Darth Vader von Spider-Man. Nicht lustig. Wie, weil Paco zur Hälfte da weg ist? Ja, ja, war nicht lustig, schade. Kall mich an. Ja, 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 nee. Gut. Also Spider-Man sind wir uns alle einig. Dritter Teil hat leider die, ähm... Wie hieß er? Tobey Maguire? Der wollte nicht gekommen, fertig. Tobey Maguire, ja. Tobey Maguire Trilogie, ganz schön nochmal. Also nach zwei dachte man, kann nur geil werden. Drei hat's leider ganz schön kaputt gemacht. Ähm, ja, weil bei Spider-Man war's ja so, nach dem dritten dachte ich, ich kann nur besser werden. Nach der ersten Neuversilmung, okay, jetzt kann's wirklich nur besser werden. Und nachdem jetzt Rise of Electro war, dachte ich mir, Gott sei Dank landet er jetzt bei einem Marvel. Wollen wir die Spider-Mans, also die neuen, schnell vorziehen, weil's einfach gerade thematisch passt. Ich mochte die Ego-Perspektive im ersten Teil unglaublich gerne. In 3D ist das, also nicht im Kino, ich hasse im Kino 3D, aber zuhause gestochen scharf. Ego-Perspektive, Mirror's Edge, komplett, ne, so richtig fett. Ja, die war gut. Die war gut. Ich fand, es ist unglücklich gewählt hier, ähm, wie heißt er denn jetzt, das Reptil? Diese Echse da, oder? Ja, die Echse. Die Echse als Gegner zu wählen. Ja, wie gesagt, ja. Wäre schon geiler gewesen dann, äh, ein Oktopus oder, ja, wäre es noch so ein Standard-Gegner für ihn? Ja, die wollten halt jemanden, der noch nicht in dem Film war. Aber genau das finde ich eigentlich schade, weil wenn man oft solche Filme sieht, die sich wiederholen, kommen immer die Gegner dran, die man halt also alle schon kennt. Und man lernt, äh, also lernt nicht so oft neue Leute kennen, neue Charaktere. Das finde ich eigentlich schade. Während ja während der Serie genug Gegner aufgetaucht sind. Ja, natürlich, aber, ähm, ähm, die Echse ist jetzt natürlich sehr skurril, ähm, was natürlich für, für Nicht-Kenner der Comics wahrscheinlich, ähm, ja, merkwürdig rüberkam. Ja, das, das musst du halt dann richtig machen, ne, Marvel hat das, hat das zum Beispiel ganz gut gemacht im Cinematic Universe. Die haben mit den eher bodenständigen Sachen angefangen, sagen wir, Iron Man, Captain America und dann über Thor diese fantastischen Sachen eingebaut und da war es so, war gar kein Wunder mehr, dass bei Avengers auf einmal ausgerutschen kam. Ja, das Geile ist ja auch, die haben alle eigene, wie du sagst, die haben halt alle auch eigene Filme, ne. Man lernt die durch die eigenen Filme kennen. Wobei ich das ja mit der Echse, ich habe ja die Filme nicht gesehen, aber wenn du jetzt sagen, äh, finde ich, finde ich es ja gar nicht so verkehrt, weil der, der Professor hilft ja Peter in der Serie eigentlich auch immer mal. Ja, er ist ja ein netter Typ eigentlich, ne, das ist ja gar nicht so. Und er ist ja jetzt auch nicht so unwichtig, wenn man jetzt rein von der Comicserie aus geht. Ich glaube, der ist in den Filmen so zielstrebig und so böse, wird er einfach nur, weil er einfach das hinkriegen möchte, dass er seine Tochter helfen kann, ne, ist das so, glaube ich. Er hat seinen Arm verloren und wollte den nachwachsen lassen, wie bei einer Echse den Schwanz. Und deswegen wird er halt einfach so wahnsinnig fixiert auf diese Idee, dass man das da realisiert und deswegen, glaube ich, ist das alles so. Was Trina aber meint, ist, dass die Geschichte zwischen Peter und dem Professor, natürlich durch eine Serie, das darf man nie vergessen, in einer Serie kann so eine Verbindung, so eine Beziehung viel, viel länger aufgebaut werden, viel, viel mehr Hintergrundwissen. In diesem Film kommt es sehr, sehr plump rüber und da ist natürlich diese innerliche Verbundenheit, die die beiden eigentlich miteinander haben, weil in der Serie weiß ja auch die Echse, dass Peter Spider-Man ist und hilft ihm bei Blutfehlern, hilft ihm beim Kampf gegen Venom in sich selber und so weiter und so fort. Das konnte alles nicht wiedergegeben werden. Ja, weil ich mochte in der Comicserie, mochte ich den Professor echt gerne. Na, weiß ich nicht mehr. Kann ich jetzt nicht so, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht mehr, gar nicht genau, was für Serie, was für Folgen ich damals geguckt habe, also von Spider-Man halt. Wir hatten schon Fantastic Four, Rise of the Silver Surfer, ich denke, da werden wir nichts mehr großartig zu sagen. Paco sagt, ist geil gemacht. Kann ich mich nur anschließen, also ich mochte den auch. Jessica Alba mag ich sowieso seit Dark Angel. War cool. Guck mal, der Paco ist nur am Essen, der kann nicht aufhören. Aber jetzt kommen wir zu dem Zeitpunkt, wo ich sagen würde, da hat Marvel einen neuen Schub gekriegt. Da ist Marvel so richtig neu gestartet, nämlich Iron Man 2008. War unglaublich erfolgreich. Noch mal, ich glaube, da bist du dann auch mit dem Cinematico gefangen. Unglaublich erfolgreich, hat er gesagt. Unglaublich erfolgreich, richtig. Hatte keiner mitgerechnet damals, als er rauskam. Ist aber auch gut gemacht gewesen. Ja, ist auch. Hat man ja vorhin schon gesagt, der Roboter und die Junior ist einfach ein geiler Typ irgendwo, ne? Aber erst dadurch wieder gekommen. Der war ja vorher nur in so Sachen wie Kiss Kiss Bang Bang. Der war so ein bisschen abgehalftert. Ja, das war Risiko. Das war Risiko, weil der hat ja lange keine Aufregung bekommen, weil er einfach ein bisschen zu viel gekostet hat. Ja, drogenabhängig war er auch, stimmt. Aber das ist kein netter Junge? Nee. Der war nicht... Eigentlich passt das ja dann noch, oder? Als Tobi ist der halt. Eben. Deswegen sagt er, er verkörpert so diese Rolle, verkörpert er wirklich gut. Und man glaubt ihm die, weil ich glaube, da halt auch schon einiges von ihm drin steckt. Aber es ist sehr gefährlich, einen sehr teilweise unsympathischen Typ. Wir kommen ja noch zu Iron Man 3. Da ist ja Tony Stark im Vordergrund und nicht Iron Man. Aber einen sehr unsympathischen Typen, der halt diese Kampfrüstung hat, der der Waffenhändler ist und so weiter, den sag ich mal als erstes Zugpferd von der Avengers-Reihe zu nutzen. Das ist riskant, genau wie du gesagt hast. Und dann natürlich auch noch mit dem Schauspieler. Das war sehr riskant. Aber Iron Man, ja, großartiger Film. Toll erzählt. Lässt sich Zeit, zu erzählen, wie Tony überhaupt zu Iron Man wurde. Mit dieser ganzen Sache da im Irak. Oder ist es so ein Fantasiestart, aber es ist ja sowas wie Irak, Afghanistan. Ein super Schauspieler als Bösewicht. Kommen wir auch dazu. Da finde ich den Aufbau ähnlich wie bei Spider-Man. Warte mal. So, dass man diese Ranskin-Weise, dass man erklärt, wie er da überhaupt so geworden ist und was passiert ist, dass er das Ding braucht. Ich weiß nicht, was das heißt. In Iron Man 1 ist aber doch der Bösewicht, der Firmenfreund oder der Teilhaber der Firma, also der zweite Firmenboss. Der ist der Dicke mit dem Rad. Jeff Bridges? Jeff Bridges, ja, genau. Jeff Bridges. Jeff Bridges. Ja, genau. Richtig. Ja, super. Und lustiger Fun-Fact. In Deutschland kam Iron Man geschnitten ins Kino ab 12. Da waren ein paar Raketenszenen und sowas rausgeschnitten. Auf DVD kam dann die ungeschnittene Fassung ab 12. Also, da war man noch vorsichtig mit dem Universum. Was ist denn bei Avengers? Da haben sie ja auch eine Szene geschnitten für die deutsche Fassung. Ja, aber das Lustige ist, so ganz langsam verlieren sie da auch die Hemmschwelle. Also, die werden langsam härter, habe ich das Gefühl. Allgemein, guck dir 12er-Rated-Filme an. Das ist, ähm... Äh, hallo. Denk mal dran, als wir klein waren, Eis am Stil wurde damals um 23 Uhr gesendet und heute ist es ein Naffenmittagprogramm. American Pie. American Pie läuft um 14 Uhr. In Amerika ein R-Rated-Film. Aber die haben es ja auch mit der Sexualität. Das ist ja ein Ding in da in Amerika. Ja, aber dafür kannst du hier Dings, ähm... Frisser holen. Wie heißt da? Tanz der Teufel um 16 Uhr bei denen im Mittagsprogramm gucken. Ja, passt alles an. Ja, aber nur, wenn der Spot um 14 Uhr nicht frei ist. Wenn er nicht von dem Zor belegt ist, ne? Oder Hostel. Das ist aber natürlich die Hass-Szene ist natürlich dann gekocht. Aber ansonsten, das ist alles normal. Das habe ich nicht verstanden wieder. Das ist dieses Webcam. Die Hass-Szene ist natürlich dann geschnitten. Aber der Rest ist alles normal um 14 Uhr. Die Hass-Szene? Hass-Szene? Ast. Ach, die Hass-Szene, wo die Alte vergewaltigt wird vom Baum. Ach so, im Wald, du meinst du mit dem Zer Teufel. Ja, ja. Ich bin Groot. So sind wir wieder bei Marvel. Aber der kommt später. Ja, Iron Man, ne? Die Erfindung von diesem kleinen Strom-Ding. Wer ist das denn die Nummer? Der, der... Ne. Du wolltest Tesla-Rack sagen, ne? Du wolltest Tesla-Rack sagen. Das ist voll falsch, Alter. Da bist du beim Infinity-Stein wieder. So viel kann ich nichts tun, da. Es ist der Flux-Kompensator. Durch den Flux-Kompensator kann Tony Stark... Das hab ich auch gerade gedacht. ...kann Tony Stark vom... ...drogenabhängigen Feuchtstoffe in Iron Man sich verwandeln. Könnte man auch in die Zeit reißen, gar nicht? Scheiß, Alter. Ach nee, das war ja im zweiten Teil, wo er diesen... ...dieses Atom... ...öffnet. Im zweiten Teil? Wo er sein... ...sein Gerät quasi neu erfindet, meinst du, ne? Wo er da quasi... Ja, das ist dann mit... Dreieckiger, ne? Das ist dann nicht mehr rund, sondern dreieckig. Ähm, das andere ist ja... Jarvis. Es ist mit Jarvis verbunden, pipapo, das ganze Ding. Aber Jarvis ist cool. Ich hätte auch gerne einen Jarvis. Wusstet ihr, dass in den Comics und in der Zeichentrickserie Jarvis ein richtiger Butler ist und nicht, äh, ein Hut, also Computer gesteuert? Nee. Jarvis sitzt bei Tony Stark in einer Zentrale und gibt da rüber, wie Alfred bei Batman. Ja, aber hat er denn da in den Comics überhaupt keine KI? Nicht im Anzug. Ah, nee, der Arc-Reaktor. Arc-Reaktor. Okay. Das hast du dir doch ausgedacht. Nein, doch, ist richtig. Ich hab in Wikipedia geguckt. Aber ich wollte es nur mal sagen, also Jarvis, ich, ähm, mein, mein Sohn, ab und zu guckt der, äh, hier Disney XD, ja? Und bei Disney XD gibt es nämlich auch Avengers und dann habe ich da vor kurzem reingeguckt und da gab es Jarvis und dann rannte der da so lang und dann dachte ich, was, ein Butler? Und dann habe ich nachgelesen und scheiße, der war ein Butler. Also der, der ist keine, keine KI. Was ist der Disney XD? Disney XD ist, äh, hier ist, von Sky, also Pay-TV. Okay. Habe ich auch, bei KW Deutschland. Ja, und da habe ich ein Riesenproblem mit, weil da läuft The Amazing Spider-Man, The New Spider-Man, The Ultimate Spider-Man und Spider-Man Web Warriors. Vier Serien, die alle in unterschiedlichen Universen spielen, die, die machen mich fertig. Die machen mich wirklich fertig. Die sind auch so unterschiedlich aufgebaut und sowas, also zum Beispiel von diesen, äh, The New Amazing Spider-Man oder sowas, wo die Augen so beschissen oder, keine Ahnung, wie die ist. Manga-mäßig, ne, da gibt's dann auch, ähm, anstatt den Spinnensinn wird das Bild kurz angehalten, es wird schwarz-weiß und dann taucht so eine comic-hafte, das ist doof, wenn ich sage, im Comic kommt eine comic-hafte Spider-Man-Figur drin vor, die dann sagt, oh mein Gott, da hat mir gerade einer aufs Maul gehauen und dann geht's weiter. Das ist so, äh, so wie der Typ bei Mortal Kombat, wenn du einem so richtig eins gegeben hast, der so unten, Mutti, und dann wieder weg. Aber das ist ja so der Trend im Moment, ne, bei den Comicserien, dass die alle so ein bisschen noch so Anime-like oder was, also noch irgendwie überzeichneter wirken. Und ich finde Detailärmer. Ja, aber es kommt immer drauf an, entweder man hat Anime oder man hat Comics klassische und... Ja, dieses amerikanische mit dem japanischen zu vermischen, finde ich abartig. Oh, guck mal, noch ne Katze. Muschi, schnell, du musst was sagen, Paco. Ja. Ne, du musst was, die Katze hochhalten, nimm mal so, nimmst man sie. Wie, was soll ich sagen? Ich hab hier eine Katze, ja, und? Ja, du, wessen Marvel-Film mag sie denn hier? Wahrscheinlich, ne, Katwo, mit der... Ja, ich weiß nicht, welchen Marvel-Film der Marke, so die aussieht, mag er gar viel, das hat ja nichts mit Marvel zu tun, ne? So. Also, Lasagne auch total gut, ne? Nach Iron Man... Ich hätte doch alles essen, gut zu sprechen. Nach Iron Man, The Incredible Hulk hatten wir schon kurz angerissen, ich sagte, zwei Stunden Film, zwölf Minuten Hulk, oder irgendwie so. ein Edward Norton, ohne Hakenkreuz. Ja, weil es ist irgendwie nicht dasselbe. Was? Was, nochmal bitte? Ja, ohne ist Edward Norton irgendwie nicht derselbe. Nein, ist er nicht. Spätestens bei, 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 ähm, American History X2, da wird er sich dann grün verwandeln und rastet voll aus und kloppt dann die Nazis, alle Nazis, da nimmt er Nazis und kloppt die so am Bord, der nimmt den Bordstein und kloppt Nazis. Ja, aber auf den Mond, ne? Auf den Mond, auf den Mond. Zusammen mit Machetti, ja. Ja. Und, und fliegen ein. Oh Mann, so ein Scheiß, Alter. Ne, ich mochte den Cradle by Hulk nicht, aber es gab eine Endszene und, 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 äh, Dings tauchte auf, es tauchte Samuel L. Jackson auf. Ähm... Tony Stark. Und bei, bei Incredible Hulk tauchte, äh, Tony Stark auf, genau. Aber da waren die beiden Filme schon miteinander verknüpft, richtig? Genau, das hat ja mit, ähm, mit, ähm, mit Hulk und Iron Man, das waren ja die ersten beiden aus dem MCU. Ja, aber in Hulk hast du doch wirklich nur eine kurze Szene, wo du denn, also von dem Edward Norton, wo du dann wirklich den Samuel L. Jackson siehst. Also, das ist ja nicht wirklich... Ja, ja, das ist diese Endsequenzen, aber diese Endsequenzen, die sind ja alle total wichtig, die musst du mal, tipp mal bei YouTube ein, äh, Marvel Films Endcuttings, irgendwie sowas. Da, da kriegst du eine komplette Geschichte über diese ganzen Infinity-Steine auch raus und natürlich über die Zusammensetzung der Avengers. Ich meine, von Iron Man und Incredible Hulk hat's vier Jahre bis zum ersten Avengers-Film gedauert. Ja, aber ich mein's auch so, dass, das in den spätigen Iron Man, Iron Man ist gut dafür, in Iron Man siehst du halt auch, dass die, ähm, auch zwischendrin zufällig mal dann der, ähm, Captain America auftaucht, oder andersrum. Einfach mittendrin so reingeschnitten. Ich weiß nicht, in welchem Film, da taucht der, äh... Nee, woanders in den Iron Man-Filmen, wüsste ich jetzt nicht. Äh, ähm, Captain America taucht einmal auf, als er sich irgendwie verwandelt. Ja, das ist immer so das Halbwissen, ne, das ist scheiße. Das ist gefährlich, Alter, das ist gefährlich. Das ist gefährlich. Da musst du aufpassen. Am Ende glaubt irgendjemand, es gibt kein Bielefeld. Lass das. Du brauchst das ein Bielefeld. Ja, siehste, sag ich doch. Ähm, nach dem Incredible Hulk, äh, gibt es Panischer Warzone. Panischer Warzone, hatten wir kurz schon drüber gesprochen. Ist dieser brutalere, panischer Film. Aber spielt in dem, in dem Universum an sich keine große Rolle, ne? Nee, gehört nicht zum MCU. Okay, dann lassen wir den jetzt auch einfach mal raus. Weil, ist Direct-to-DVD gewesen, war nicht im Kino. Wer aber Bock hat auf Geschnetzeltes, kann sich das angucken, ne? Ja, könnte ich mir auch mal wieder angucken. Wie gesagt, steht im Plurale, egal. Ja, oder wer es will, bei YouTube ist hochgepitcht. Unter den Kommentaren steht als Hinweis, das habe ich gestern ausprobiert, YouTube-Link kopieren, bei VLC-Player reinpacken und dann kann man beim VLC-Player den Pitch runterschrauben. Das habe ich aber nicht hingekriegt. War mir dann auch egal. Da kann man sich das wieder zusammenbasteln. Ja, irgendwie so. Also die pitchen das ja hoch, damit YouTube das nicht sperrt und nicht merkt. Und dann kannst du es dir selber auf dem PC wieder runterstufen. Damit sie nicht reden wie Mickey Maus. Und bei mir war es die ganze Zeit halt, Mickey Maus schießt sich wild durch irgendein Haus. Das habe ich nicht weitergegeben. Das schreit sich so. Mickey Maus schießt sich durch ein Haus. Das ist Respekt, Alex. Ja, das war das Mickey Maus Funhaus. Übrigens auch eine Serie auf Disney XD. Mickey Maus war so. Los Pluto, beiß in die Kehle durch. Goofy, hol die Pammkern. Ja, und was sagt Goofy, wenn da mit der Pammkern jemanden umgeholt? Ja, das macht er beim Nachladen. X-Men Origins Wolverine. Wir haben es schon lang und breit bequatscht. Ich möchte nur noch eine Sache sagen. Ja, er sagt so. Ich kenne ja nur den Workprint, weil der war ja drei Monate vor Kinoveröffentlichung im Internet. Ohne Special Effects. Der war bestimmt lustig. Der war super witzig. Ohne Scheiß, gab es sowas schon im Netz oder was? Ja, den gab es drei Monate vor. Ich habe ihn auch auf Blu-ray. Ja, ich habe ihn gekauft, liebe Studio. Ich habe sowas, glaube ich, erst einmal gesehen. Also das ist quasi die Vorproduktion gewesen, wahrscheinlich dann. Ist ja Workprint, ne? Das ist sowas wie eine Vorproduktion. Post-Produktion, bevor es halt in die, ich glaube in dem Fall war es, bevor es halt zu den FX-Dingern ging. Ich weiß nicht, was das für ein Spiel war, aber es sieht so Dämonisch aus, wenn die quasi die Effekte da anzeigen, also quasi so vorführen und da kommt einfach nichts raus. Da kommt dann kein Blitz raus oder was weiß ich was. Ja, das machen wir auch ganz gerne fürs Orchester, wenn die Filmmusik einspielen sollen. Also wenn ich da so eine Geige spielen würde, würde ich mich krank machen, wenn ich dann mir das angucken müsste dabei. Richtig. Aber was ich halt sagen wollte, großartiges Spiel, wäre es auf Xbox und PS3, ich glaube auf PC gab es das nicht. Ja, das war gut. Das ist so wie God of War, Schweine brutal und deswegen auch in Deutschland, ich glaube nicht nur auf dem Index hier Liste A, sondern ich glaube sogar B. B? Ja. Ja, da gibt es auch, glaube ich, Hinrichtungen und all so. Das ist richtig heftig, weil da wird gezeigt, was Wolverine mit seinen Scheißdingern alles machen kann. Du nimmst Helikopter auseinander, du nimmst halt Leute auseinander. Und wenn du erwischt wirst, hast du so einen halb zerfledderten Wolverine, der sich dann immer wieder so langsam wieder zusammensetzt. Das war unglaublich gut, das Spiel. Ich weiß gar nicht, warum das so, ja gut, es wurde halt indiziert, dann wurde nicht mehr viel darüber gesprochen. Der darf ja auch nicht mehr, denn im Endeffekt. Ja, aber jeder Mensch kennt Poster. Ja, das war ziemlich erfolgreich, nur nicht bei uns. Ich meine, das war auch, glaube ich, von ActiVision. Ja, ich fand, das ist schade, bei Dying Light ist jetzt was anderes. Aber ich hatte so gerne Dying Light weitergespielt, auch auf YouTube zum Beispiel. Und ich habe es dann runtergenommen. Aber da scheiden sich die Geister. YouTube ist ein amerikanisches Portal. Du kannst eigentlich jede Rotze, die bei uns indiziert ist, kannst du hier bei YouTube zeigen. Ja, aber du bewirbst es ja trotzdem für Deutsche. Ist doch egal. Wo bewirbst du es denn? Auf Facebook? Wem gehört Facebook? Oh. Oh. Nicht Aldi. Nein. Mark Zuckerberg. Wo sind sie? In Schottland. Und da kommt die EU immer noch nicht ran. Also, rein theoretisch, Merv, kannst du ja machen, was du willst. Nein, nein, ich habe da ein bisschen noch... Du bist ein Bruder. Der eine sagt so, der andere sagt so. Weißt du, das ist... Ich will jetzt nicht... Ich bin dafür, du let's playst ganz einfach mal Wolfenstein 3D. Ja, genau. Aber richtig original, ne? Natürlich auch. Kreuze und allem. Natürlich. Nee, 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 das sind Schutzzeichen. Ach so. Ja, ägyptische Sonnenzeichen, genau. Nee, aber die heißen doch auch irgendwie Dingsrums. Wie heißt die Talender mal? Sing, Stiff. Sing, Stiff. Das wird's gewesen sein. Immer wenn ich mal einen losreißen will, ne? Wartet kurz. Sightseeing? Nein. Gut, soll ich einfach weitermachen? Sind wir mit X-Men Origins durch? Ist sowas Stiffka? Ja, läuft. Origins war nett gedacht, Fels. Aber untermann lief mal. Ich weiß, dass der Pool versaut hat. War da nicht auch noch einer von den Black Eyed Peas irgendeiner? Ich weiß gar nicht. Da war doch ein Farbiger mit in seiner Clique, kurz bevor sie dieses Hochhaus irgendwie auch mit dem Fahrstuhl da irgendwo hoch. Also der ganz am Anfang, ne? Da ist doch irgendeiner von... Warte, ich guck mal. Will.i.am heißt der Typ doch, glaube ich. Nee, aber das war der nicht. Warte mal. William Striker? Nein, der war das ja nicht. Du meinst den Kollegen von dem etwas schwergewichtigeren Typen, meiner was? Will.i.am, John Waithe. John Waithe hat er gespielt. Will.i.am, ich hatte recht. Black Eyed Peas, Mann. Britney, bitch. Ja, wie gesagt, der Film ist halt zwiespältig, weil ich, äh, ich hab den geguckt am Anfang so, oh, Wade Wilson, große Erwartungen, ja? Und dann taucht er am Ende wieder auch nicht so, ähm, 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 ja, super, schön, ganz toll, die Effekte sind auch nicht großartig bei dem Film, ausschalten. Ja, und halt merkwürdig, Saber 2 ist auf einmal Bruder im ersten Teil von den X-Mans, Bösewicht, und in der Serie, glaube ich, hat, äh, Logan gar keine Geschwister, der ist, glaube ich, komplett alleine, oder? Ja, das ist das Problem schon die ganze Zeit bei den X-Mans-Filmen, dass sie die Kontinuität durcheinander würfeln, ja? Volles Brikett, ja. Und jetzt versucht es, der Bryan Singer ja wieder ein bisschen zu retten in den letzten zwei Filmen, ja. Und sehr, sehr gut, wie ich finde. Ich finde die Filme auch gut, ja. Obwohl, halt, jetzt, der zweite hat mich total gefickt, weil ich, weil ich überhaupt nicht wusste, was, was die von mir wollen. Also, weil das überhaupt nicht im Zusammenhang mit dem, mit dem First Class irgendwie war, sondern es war ja schon sofort so, so ein Parallel-Universum, es war so, äh... Ja, der hat, der hat's einem nicht einfach gemacht. Ich hab ihn nur gesehen, aber schon gut. Besonders die Szene mit Queen's Silver in der Küche. Beste Szene überhaupt, der Typ aus American Horror Story, wie er da so mit dem Walkman oder was es war da so lang, ey, Hammer, geil. Und der kriegt in Apocalypse eine größere Rolle, da freue ich mich drauf. Ja, den fand ich auch bei American Horror Story den einzig, also die einzige Konstante so, mit neben dem Jessica Layne natürlich. Ja. So, Iron Man 2, ohne was vorwegzunehmen, ich finde ihn den schwächsten. Iron Man Film. Ich sehe ihn auf einem Level mit Teil 3. Auf einem Level mit Teil 3. Ja, also ich... Macht ja jetzt nicht ungern immer so Unterschiede zwischen den einzelnen Filmen. Wenn ich die ganze Reihe betrachte, dann finde ich die gut. Ja. Ja, aber der zweite ist ja so dieser Ego-Trip von ihm, ne? Ja, genau. Toni ist mir da noch unsympathischer, als er ohnehin schon ist. Das ist mein Problem. Ich sehe das so, Iron Man 2 war der bessere Iron Man Film und Iron Man 3 war die bessere Charakterstudie von Tony Stark. Richtig. Iron Man 3 ist ganz wenig Iron Man, was ja viele Leute hassen, aber er ist wirklich mal ein ruhigerer Film, der sich Zeit lässt für den Charakter. Finde ich gut. Was ja... Ich finde den Vergleich zu Spider-Man super geil, weil du hast einfach beide Seiten beleuchtet. Nicht nur den Peter Parker, wie war Spider-Man und Spider-Man, sondern auch Iron Man und Tony Stark. Und das muss auch beides sein, weil einfach man muss ja die Person dahinter verstehen und die Beweggründe, warum er da in den Anzug schlüpft zum Beispiel. Ich finde das schon okay auch. Ganz wichtig, um ihn so, er ist ja die graue Eminenz der Avengers, ne? Eigentlich soll ja Captain America derjenige sein, der die Avengers leitet, aber irgendwie hat der Tony Stark doch immer ein bisschen mehr zu sagen, als als Captain America. Oder bilde ich mir das an? Ja, weil er halt sein Typ so ist, ne? Weil er das halt gerne macht. Ja, aber zum Beispiel, das ist schon zum Großteil, glaube ich, eher so, wenn es um die ganzen planungstechnischen Sachen geht, dann hat Tony Stark das sagen, weil von ihm kommt auch die Kohle. Ja, ja. Und wenn es dann im Kampf ist, dann ist es dann halt Captain America, weil keiner hat so viele Schlachten gekämpft. Okay, klingt einleuchtend. Ich dachte halt, dass das nochmal Iron Man 3 gemacht wurde vor S.H.I.E.L.D., äh, vor Avengers. Avengers, danke. Damit nochmal der, ach nee, warte mal, ich bin grad blöd, Avengers war vor Iron Man 30 gerade. Ja, der kam vor Avengers 2. Der ist schon ein bisschen was hin. Gut, dann macht das ja noch mehr Sinn, weil durch diese Ereignisse in Avengers ist natürlich Tony auch in seiner Denkweise ein komplett anderer Mensch. Das, das macht es. Der kommt ja auch nicht so drauf klar, ne? Auf diese ganzen Ereignisse. Der ist ja so ziemlich fällig. Ich weiß nicht, ob das im zweiten Teil war? Ja, im zweiten ist er aber total auf dem Ego-Trip, ne? Mit der Party schmeißen und alles, wo er hier... Wo er wirklich, wirklich unten durch ist quasi schon fast. Genau. Und eigentlich schon am Boden ist und zerstört ist und total das Rack ist. Ja, aber dabei... Bei Teil 3, da ist es doch dann so, dass er sich doch hier... Am Ende zerstört er doch seine 20.000 Iron Man-Figierchen, die er da gebastelt hat in der Zwischenzeit und... Ja, und holt War Machine rein, ne? War Machine wurde bei Teil 2 ins Universum eingeführt. Ja. Aber mit anderem Schauspieler. Ich fand den farbigen aus dem ersten Iron Man-Teil... Das hab ich jetzt gar nicht verstanden. Ich hab das überhaupt nicht verstanden. Ich dachte, das wäre eine andere Person. Also auch ein anderer Charakter. Ne, ist er ja nicht. Das ist ja derselbe Charakter, aber ein anderer Schauspieler. Das fand ich auch. Ich mochte den im ersten Teil lieber. Aber im dritten war es dann wieder der gleiche, oder? Im dritten war es der gleiche aus dem zweiten. Ja, ja, genau. Ja. Aber das war der, der hat in irgendeiner Serie mal einen Präsidenten oder sowas gespielt, der, der, der... Ich weiß seinen Namen nicht, ist auch... Ist ja auch jetzt so. Im ersten Teil sagt er ja auch noch, da sieht er diese War Machine-Figur und sagt so, ne, jetzt noch nicht. Im zweiten taucht dann War Machine auf, was ganz cool ist. Und ab dem dritten ist der ja auch ein fester Bestandteil und taucht immer wieder auf. Ich finde den Namen War Machine auch so albern. Du musst überlegen, die Comics kommen teilweise auch aus einer albernen Zeit. Hallo, Spinnenmann auf Deutsch. Wie dumm ist das denn? Ja, aber wir sagen ja nicht Spinnenmann. Nein, wir sagen Spider-Man, ist aber trotzdem nicht... Ja, aber wir sagen ja auch nicht Kriegsmaschine. Ja, aber... Wir sagen auch nicht Krieg der Sterne. Jetzt hör aber auf. Das haben wir in den 80ern gesagt, als er bei ProSieben noch so hieß. Ah, nee, da gab es noch gar nicht. Nee, 72 hieß der Krieg der Sterne. Er ist, glaube ich, mit Star Wars... Guck mal, selbst War Machine ist ja noch nicht übersetzt. Und das finde ich, hört sich schon albern. Aber Kriegsmaschine klingt halt auch doof. Ja, und Iron Man ist auch nicht übersetzt. Ich bin ein Eisenmann. Ja, aber Iron Man hört sich... Ich sag mal so, Iron Man und die ganzen Comics sind richtig groß geworden während des Kalten Krieges. Deswegen war das nicht von ungefähr, dass es einen Iron Man gab, einen War Machine, der auch noch Stars and Stripes teilweise hatte. Das war einfach Propaganda, die ein bisschen in den Krieg... Ja, mal davon abgesehen, es ist Amerika. Da kannst du immer mit Waffen und allem drum und dran und Krieg und lopp. Ich bin Pansi, Kampfschildkröte mit dem Laser auf den Rücken. Hast du jetzt schon wieder eine neue Katze? Nee, das ist kein Hund. Komm, Paco, zeig mal den Hunden. Das ist ein kleiner Hund. Ach, das ist ein kleiner Hund. Sag mal, Paco, sag mal, Paco, hast du dann zu? Noch nicht. Ich nenne es erst so, wenn ich Eintritt dafür nehme. Ist eine Arbeit, ne? Ja, wir hatten einen Katzenjunge. Das hat es natürlich ein bisschen zu vielfältig, das Ganze. Und aus einem Katzenjunge ist ein Hund entstanden. Kann passieren, Lacki. Das ist ein Hund entstanden. Da ist er wahrscheinlich... Der Schnetzel ist zu lange stehen und auf einmal mutieren die Tiere. Da ist radioaktive Bukake so ins Gesicht, ne? War Lacki blind und wurde ein Hund. So. Wie ist denn die zu heiß gemacht? Oh Mann, Alter. So, weg aus dem Marvel Cinema Universe und kommen wir mal zu Kick-Ass. Ja, Kick-Ass, grandios. Oh. Keiner mal. Einfach der Witz dahinter, hinter dem Film und einfach jetzt... Ich finde ihn so genial, der nützt sich super auf die Schuppe. Du meinst aber auch wirklich Kick-Ass und du hast nicht Superhero-Movie geguckt, oder? Nö, ich hab Kick-Ass. Ich mein schon Kick-Ass. Ja, Kick-Ass. Ich find der Mann sich nicht ernst dafür. Kick-Ass, fand ich's gut. Little Girl, Lidl... Wie heißt sie denn? Hit-Girl. Hit-Girl, genau. Hit-Girl. Es ist... Ich dachte noch so bis zum Ende, hab ich so gedacht so, oh ja, netter Film. Was will er mir so wirklich sagen? Aber als dann dieser Fight losgeht und sieht diese Leute wegmetzelt da in diesem Gang und mit Jetpack und... Fett. Mega. Lustfett. Lustige Brücke eigentlich, da wir gar nicht vor allzu langer Zeit X-Men hatten, ja. Und X-Men First Class, der der gleiche Regisseur ist wie Kick-Ass 1. Ach was? Ja, der Matthew Warren. Ich tu mich da immer sehr schwer, weil da irgendwie ein... Und der macht ja gerne auf die Fresse. X-Men ist ja noch ziemlich harmlos für ihn, obwohl das einer der Hälteren war eigentlich, der First Class teilweise, ja. Der hat ja jetzt auch Kingsman gemacht. Kingsman, ich weiß, das passt jetzt gerade hier nicht rein. Oder ist Kingsman auch irgendwas, äh, gibt's dazu? Ja, jetzt auch Comic-Film. Gut, sehr gut. Kingsman ist mein Favoriten-Film 2014 gewesen. Also Kingsman... Es ist super. Mega, hammer, gut und man erkennt auf jeden Fall die Handschrift des Regisseurs aus Kick-Ass in den Kampf-Kampf-Szenen. Merkst du was? Drei Filme, drei Comic-Verfilmungen, Matthew Warren, alle drei gut. Hat der noch was gemacht, was man kennt? Nee, der ist richtig bekannt geworden eigentlich durch Kick-Ass und der wollte aber schon damals The Last Stand machen. Er hat aber dann den Job doch nicht bekommen. Okay. Und dann hat er Kick-Ass gemacht und dann hat er für den nächsten X-Men den Job bekommen. Und dann, das war ja, das war ja dieses Chaos, der hatte nur ein Dreivierteljahr Zeit, den Firm aus dem Boden zu stampfen und Nachproduktion zu machen. Ja. Deswegen war er nur bedingt zufrieden, aber dafür ist das Ergebnis gut geworden. Ja, Kick-Ass ist großartig. Vor allem auch diese Anspielung mit YouTube und ach, ich finde den toll. Ich mag den Kick-Ass. Ja, ich mag sogar den zweiten, aber der erste ist besser. Ich musste jetzt neulich lachen, weil Hit-Girl und der kleine Bösewicht, wie heißt der? Der Gegenspieler? McLovin. Das ist McLovin, verdammt. Der kann nicht böse sein, das ist McLovin. Der Motherfucker. Heißt der so? Ja, bei Kick-Ass. Ja, bei Kick-Ass. Was ist denn mit dem, mit dem, mit dem, mit dem, mit dem... Die beiden sind dann zusammen aufgetaucht bei diesem Film, den hab ich noch nicht gesehen, hier, Movie 43. Der ist großartig. Movie 43 ist so gut. Ich hab doch so gesagt, was ist das für ein kranker Scheiß da. Und da sind die beiden aufgetaucht. Wolverine mit dem Hoden am Kinn, Alter, am Hals. Hammer. Aber, wo wir heute schon dabei waren, mit den ganzen, ganzen Schauspielern, die hier und da und hast du nicht gesehen, gemacht haben, Quicksilver Avengers ist der gleiche, der den Kick-Ass spielt. Quicksilver? Ja, der schnelle Russe. Doch, das ist der gleiche. Nein, warte mal, der schnelle Russe ist doch der aus American Horror Story. Ja, aber, wo spielt der auch noch mit? Das ist der gleiche Schauspieler, der Kick-Ass spielt in Avengers. In Avengers? Also in Avengers 2 spielte er den Quicksilver, den Stock-Russe und den Kick-Ass spielte er auch. Richtig, ja doch, du hast recht, du hast recht, du hast recht. Und der Regisseur von X-Men hat Kick-Ass gemacht und ja, also die haben's mit Comics gemacht. Das ist ein Inzest-Produkt, Marvel, ne? Ja, aber ist doch auch klar, wir wissen, dass nach Schema F gut läuft und dass es mit dem Produzenten gut funktioniert, dann werden sie den mit Sicherheit öfter einsetzen. Das ist ja auch, man kennt sich mit der Zeit so. Ja, aber der macht jetzt auch zum ersten Mal eine Fortsetzung, der macht wirklich auch Kingsman 2 selber. Oh, das wird so gut. Der erste, der ist einfach nur grandios, ich hab den nicht im Kino sehen können. Ich auch nicht. Und ich hab nur gesehen, der Regisseur, der Trailer, okay, alles klar, haben wir auf Blu-ray gekauft, super. War bei mir genauso, ich hab mir nichts weiter, also auch kein Kinox oder sonstiges, sondern ich hab wirklich gewartet bis Blu-ray und ich hab mich eine Sache gefragt bei Kingsman. Wieso kein 3D? Ich bin sonst jemand, der sagt, 3D ist unnötig. Aber bei Kingsman ist alles darauf angelegt, 3D zu sein. Also so viel... Ich hab mir noch 3D gemacht. Ich hab mir wieder Samuel L. Jackson dabei. Ich bin eine Sau. So, ein Big Mac. Nee, ich hab mir den gleichzeitig geholt, weil der kann fast zeitgleich mit dem Rogue-Cut von X-Men Days of Future Past raus. Den hab ich mir nicht gekauft. Und da hab ich mir die beiden zusammen gekauft. Aber ist der Rogue-Cut, also lohnen sich diese 15 Minuten mehr wirklich? Ich find den super. Da ist noch eine komplette Szene dabei, wo sie die Rogue erstmal von den Sentinels befreien. Ach, also der Anfang ist viel länger. Mit Action-Sequenzen etc. Nee, nee, das ist mittendrin. Ja, vielleicht kaufe ich ihn doch. Also ich find den super. Und der hat auch 3D, ne? Der Rogue-Cut. Weiß ich gar nicht. Ich bin immer noch ein 3D-Verweigerer. Ja, ich mach das auch nicht. Leute, ich mach das aber auch nicht, weil ich hab Probleme, wenn ich 3D gucke. Nee, also bei mir ist es einfach so. Ich bin so geizig. Mein Flachbildfernseher ist jetzt mal 2006. Und der läuft immer noch. Und solange der nicht kaputt geht, gibt's auch kein 3D-Märchen. Lucky, das ist ne Wurst im Fernsehen. Lucky. Was kostet das denn mehr, 3D? Wenn man das vom Kino aus geht's aber. Ja, im Kino sind es meistens um die 3 Euro. 3 oder 4 Euro, kommt immer drauf an. Aber bei Blu-Ray kommt's auch an. Ja, nee, gar nicht. Leider überhaupt nicht. Meine 3, die kosten meistens um die 29 Euro. Und wenn sie neu sind, wenn sie dann mal günstiger werden, kostet dann eine Blu-Ray mal so um die 20 Euro. Was ja immer noch teurer ist, als eine normale Single-Blu-Ray. Ja, das stimmt. Ja. Aber, ich hasse, hab ich schon oft genug gesagt, im Kino hasse ich 3D. Weil da immer Leute sind, die diese Filme einstellen, die keine Brille aufhaben. Also, das Bild ist zu dunkel. Du kannst im Kino nicht von jeder Position gleich gut sehen. Du musst irgendwo immer in der Mitte sitzen. Du kannst nicht ganz, ganz hinten sitzen. Und zu Hause... Das ist ja technisch gar nicht möglich. Weiß ich nicht. Aber zu Hause kann ich auch, egal wo, im Wohnzimmer sitzen. Und das ist ein super geiles Bild. Und super 3D-Film. Samis großes Abenteuer. Alter, da kommt ne Schlange auf dich zu. Krasser Scheiß. Oder Graviton. Mein 1.3D-Film war Bloody Valentine. Und der war super. Meiner auch. Hab ich mit meiner Frau. Bei mir war es, haben Sie ein Kretel. Auszielt aus der Leibnacht. Super. Wo das Gewehr auf die Tür. Ja, genau. Wo es so aussieht, als würde auf die Leute zielen im Publikum. Super. Sehr witzige Geschichte. Meine Frau, als wir noch nicht zusammen waren, wir haben aber zusammen bei derselben Arbeitsstelle gearbeitet, war unser erster Ausflug mit den Bewohnern. Ein Kinobesuch bei My Bloody Valentine. Und ich saß neben meiner jetzt Frau. Und ich hatte nicht nur 3D, ich hatte 4D. Weil bei jeder Scheiße, ob es ein Gebiss war, ob es Blut war, ob es diese, ne, Sichel ist es nicht, hier, Pickaxe, hier, egal was, was auf dich zukam. Jedes Mal wackelte mein Stuhl und ich bekam Schläge. Und da habe ich gesagt, das ist die Frau fürs Leben, ey. Ich weiß nicht im Kino, ob da leider ins Kino gehen. Aber es können euch sicher ganz viele Leute bestätigen, 3D zu Hause, ich habe einen 60-Zoll-Fernseher, also da kannst du richtig geil Kino gucken. Und einen Film wie Gravity zum Beispiel, der schon in 2D gut ist oder okay ist, wenn man sich darauf einlässt, in 3D bist du sowas von drinnen. Mehrwert. Aber es gibt halt auch Filme, da macht ein 3D keinen Sinn. Ist einfach so. Ich kann da echt, ich muss da mich mal echt mehr mit befassen. Das ist aber auch für mich, ich finde es auch recht teuer. Ist es. Wie du schon gesagt hast, bei manchen Sachen macht es keinen Sinn. Ich habe mir jetzt letztens zum Beispiel so einen kleinen, feinen Science-Fiction-Horror-Fangold, Infini heißt der. Und wenn ich dann so gehe, in so kleine, enge Gänge, klausrophobisches Gefühl, da finde ich, passt 3D kein bisschen. Ach, war denn, ist der in 3D sonst normalerweise? Nein, 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 nein. Aber nur als Beispiel, bei was für Filmen, das nicht passt. Bei so kleinen, beengten Psychofilmen kann ich 3D gar nicht abhaben. Weil 3D erzeugt eine Tiefe. Aber bei dem Film willst du ja eine Beengtheit. Das läuft dem Filmkonzept zuwider. Aber da gibt es ja auch Unterschiede. Es gibt ja einfach 3D, zum Beispiel der Hobbit, der auf einmal bis zu sechs Ebenen, also wo du wirklich diese Tiefe spürst und merkst, das ist ein richtig fernes, weites Land. Sehr, sehr geil 3D. Und dann, und jetzt kommen wir wieder zu Marvel, zum Beispiel Ant-Man, wo ich gedacht habe, ey, da ist 3D richtig fett, war es aber leider gar nicht. Das ist eigentlich bei Ant-Man auch gar nicht so exzessiv eingesetzt worden. Die hätten da viel von diesen Jahrmarkt 3D-Einsetzungen, natürlich, wo was in die Kamera kommt. Haben sie aber nicht. Haben sie nicht. Aber vielleicht auch, weil sie es nicht wollten. Ich finde, der Filmkonzept in 2D genauso gut. Hätte aber zum Beispiel bei Ant-Man, weil Ant-Man, kommen wir, wie gesagt, noch später zu, aber der nimmt sich selber auch nicht so ernst. Der ist auch eher einer der lockeren Marvel-Filme. Und da kann man doch ruhig ein bisschen mit diesen, mit diesen Pop-Outs, was, was wahrscheinlich bei, bei Deadpool, einfach Merv hat Google-Effekts hinzugefügt. Danke, Merv. Sehr gut so, Bibi. So, Lucky, mach den Fernseher kaputt. Was? Scheiße, jetzt bin ich raus. Danke, Merv. Egal. Warte, ich will sie da löschen. Achso, nee, was bei Deadpool wahrscheinlich auch gut passen wird, das bei, jetzt macht das die Trina auch noch. Nee. Ich dachte gerade, die Nase ist deine Zunge, Merv, Riedma. Hallo. Hallo? Ja, da. Ja, weil sie da vorkommt. Ja, gibt's auch noch mehr. Aber ich will das eigentlich wieder weg haben. Wie geht das denn wieder weg? Du musst oben auf das rote X rechts oben klicken. Merv, Merv macht nichts, das ist nur mein Hundeleben, was du führst. Es ist ein Hundeleben, Digga. So, egal. Ja, Pop-Outs, genau. Dass die bei Deadpool, glaube ich, ganz cool kommen werden. Also, wenn dann auf einmal Kugeln in deine Fresse fliegen, wenn Blut dir ins Gesicht spritzt. Bei Deadpool, da er sich oft ja auch mit dem Leser, zumindest in den Comics, unterhält, würde es sogar passen, wenn er selber so aus der Leinwand rauskommt und mit dir redet. Ja, oder wenn du ein 16 zu 9 Format hast mit schwarzen Balken, aber er kommt bei dem einen schwarzen Balken einfach mal davor. Weißt du, sowas ist geil. Das würde super passen, Okay. X-Men, äh, Kick-Ass hatten wir. Jetzt sind wir bei Tor. Ich werfe es nur rein. Ich sage jetzt erstmal nichts. Ich rede so viel. Ich muss trinken. Hat besser funktioniert, als ich gedacht habe. Ist für mich aber eine der schwächeren Reihen. Hätte ich vor ein paar Jahren andersrum gesehen, da hätte ich gesagt, Captain America ist die schwächste Reihe, aber der zweite hat es mir dann doch ein bisschen versüßt. Oh yeah! Ich finde es schwer, das mit Marvel in Verbindung zu bringen. Ich meine, klar ist es ein Marvel, Universum, aber irgendwie hat Tor so Das keltische. Finde ich. Bitte? Das keltische. Tor, Odin, Wikinger, Tor halt. Ja, das hat einfach, das ist ein anderes Genre. Weil Tor quasi eine Vorgeschichte hat, was die anderen alle nicht haben. Und Tor ist auch eigentlich kein Superheld im Endeffekt. Tor ist ein Gott. Tor ist ein Gott, ja. Das ist so, als ob Marvel jetzt bald sagt, komm, wir bringen noch Jesus rein, weil der kann Wasser zu Wein machen, der ist cool unterwegs, kann krass nageln. Das ist der einzige Untote, der keine Hürde frisst. Ach ja, jeder hat sein Kreuz zu tragen. Ich weiß, was Mav sagt, denn ich habe das gleiche Problem wie Mav. Das habe ich aber auch bei anderen Filmen, wie zum Beispiel, habe ich ja vorhin schon oft schon mal gesagt, Ghost Rider, habe ich auch kein Marvel-Schild drüber hängen. Das Ding am Tor ist, der erste ist noch relativ geerdet, allein schon, weil er auf der Erde spielt zum größten Teil. Und beim zweiten geht es dann endgültig Richtung Fantasy und auf der Erde hast du ja fast nur noch seine Fische und er ist ja fast nur in seiner Welt am rumkämpfen und deswegen wirken mir die Tore schon ein bisschen abgehoben vom Marvel-Universum. Aber du sagst es gerade, Universum, das ist das Problem dahinter. Ja, ganz genau. Midgard, Astart, Jutonheim. Ich glaube, ich hätte da einen besseren Bezug zum, wenn ich die Comic lesen hätte oder Comic lesen würde. Nee, Tor war auch. Also in meinem Gefühl und ich bin wirklich starker Comicleser gewesen, ist Tor nie so groß gewesen. Also den hat man nicht so oft gesehen. Hatte er einen eigenen Comic? Ja, ja, die hatten alle einen eigenen Comic. Ja, und der war natürlich auch bei den Avengers schon in den Comics dabei. Ich erinnere mich an einige von diesen dicken Comic-Taschenbüchern, die ich hatte, wo er sich durch Jutonheim geprügelt hat zusammen mit Hulk und hast du nicht gesehen, ja, aber ich fand die nicht wirklich cool. Tor gegen Hulk ist ein immer wiederkehrendes Element, aber auch in den allgemeinen Comic-Serien. Ja, weil es auch sonst kaum einen Marvel-Held gibt, den du gegen Hulk stellen kannst. Der würde ja jedem Einzelnen alle Knochen brechen. Ist er denn der stärkste Hulk? Ist Hulk der stärkste? Laut der offiziellen Tabelle, ja. Comic-Held? Nee, aber es gibt doch noch Red Hulk. Oder bin ich gerade blöd? Weiß ich nicht. Ja, zumindest das normale... Ich weiß nicht, ob du blöd bist. Das normale Universum, das war auch mal in so einem Buch drin, in so einem normalen Buch, wie viel die verschiedenen Superhelden heben können in Tonnen. Da war der Hulk doch bei sein. jetzt ganz blöde Frage und richtig nerdige Frage. Hulk gegen Superman oder Thor gegen Superman? Ja, ich sehe Thor da gar nicht so drin, denn eher Hulk, würde ich sagen. Wie war das, als er sich die Waffe in den Mund gesteckt hat und der Grüne hat die Kugel wieder ausgespuckt? Den tötest du nicht einfach mal so? Das kam leider wieder akustisch nicht an. Das klang wie Thor tötest du da auch nicht einfach so? Ich würde sagen, eher noch als Hulk. Aber... Aber er ist ein Gott. Womit? Was ist denn Thor... Jetzt mal ganz blöd gefragt. Was ist Thors Schwäche? Dass er einen Erdling liebt? Er hat ja keine Kräfte, wenn er nicht an sich glaubt, oder nicht? Thor ist ziemlich nutzlos, wenn er ja nicht der Gutmensch ist, sagen wir es mal so. Er muss ja quasi der gütige und nette Kerl sein, ansonsten ist er für Mjölnir sein Hammer nicht würdig und dann hat er auch keine Macht mehr. Das heißt, er könnte niemals skrupellos handeln, was vielleicht andere so da helfen könnten. Wobei, da fällt Superman ja auch raus. Eben. Die Marvel-Charakter-Wiki steht als schwächig, kriegerischer Wahnsinn. Ja gut, klar, er ist ja, ja klar, Thor als, nee, er ist nicht der Kriegsgott, Thor ist einfach nur der Brotten, der Brotten und Donner. Thor ist halt ein notorischer, medtrinkender Barbar. Der feiert ja auch ziemlich gerne, so wie man das so mitkriegt und wie das so rüberkommt. Ja, wie gesagt, ich habe meine Probleme mit Thor, das hängt aber auch ein bisschen damit zusammen und das meine ich jetzt wirklich nicht verarschend. Ich bin ja, ich bin ja linker als mein linker Daumen, ja? Und ich habe innerlich immer ein Problem und assoziiere diese ganzen nordischen Götter mit diesem ganzen rechten Scheiß. und das war... Dabei ist es eigentlich ja umgekehrt, ne? Ja. Der Scheiß assoziiert die Götter mit sich. Ja. So, und das ist so ein Ding, dass mich Thor immer so ein bisschen hat oder hat so einen negativen Beigeschmack gehabt, gehabt, wohlbemerkt. Ich kann damit jetzt was anfangen und ich habe mich auch sehr auf den zweiten Thor gefreut, aber ich will sagen, das ist trotzdem, ich bin mit einer Negativ-Einstellung rangegangen, finde den Film aber per se nicht schlecht, also gerade auch den ersten, wie du es gesagt hast, der zweite ist dann schon echt mehr so Herr der Ringe, Star Wars, irgendwie. Ja. Vor allem halt die Szenen bei Thor sind geil, wo er seinen Hammer nicht hat, wo er versucht, in dieses, so Metal Gear mäßig, in dieses Lager reinzukommen, wo die Leute von S.H.I.E.L.D. und so sind. Und wo dann auch... Wo er den Hammer dann nicht kann. Wo Hawkeye und so auftauchen, das erste Mal. Hawkeye und ist da schon... Nee, 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 nee. Black Widow taucht das erste Mal in Iron Man 2 auf. Ja. Ja, aber Hawkeye steht auf dem Turm. Ja, genau. Der steht oben auf dem Turm. Aber Black Widow ist nicht in Thor, ne? Nee. Gut, das wollte ich nur wissen. Aber in Iron Man 2 geht die so ab. So geil, die Sau. So, Thor. Ja, Thor. So, Thor. Nur was nebenbei, ne? Ja, das ist voll der Fettsack. Wer? Thor, der ist bei 1,98. 291 Kilo schwerste hier. Das liegt aber mit Hammer. Mit Hammer, ja, genau. Aber kennt ihr dieses geile Bild, wo Spider-Man vor der Toilette steht und Thor hat seinen Hammer oben auf die Schüssel gelegt und Spider-Man hält sich so die Eier fest und sagt, oh no, Thor. Das ist so geil. Du bist nicht hörig. Das ist so gut, ey. Oh Mann. Und da gibt's ja... Kommen wir später zu. So. Also, wir sind jetzt im Jahr... Wir sind das im Thema Partei ruhig. Ja, es ist dann eher hier der Avengers... Ich glaub, es war jetzt Age of Ultron, wo der Hammer da ist, wo sie so ein bisschen unbefangener feiern und dann versuchen sie alle diesen Hammer hochzunehmen. Versuchen sie an den Hammer, genau. Das ist... Keiner hoch. Aber er hat Schiss als... Irgendeiner rüttet doch kurz dran. Bei Captain America. Captain America, war das? Okay. Ja, genau. Du guckst doch noch ein bisschen an die Sponsore. Was zeigt jetzt was? Deswegen ist es später geil, den Vision, den Hammer nimmt, und die Krass hochzunehmen. Ja, ja. Und alle gucken so, oh, was das jetzt? Und großartig natürlich auch, wenn Tony dann seinen Raketenhandschuh holt und... Das ist so gut echt. Da kann man sich... Also, das sind so diese Joss Whedon-Dinger. Aber Joss Whedon kommen wir gleich zu. Lasst uns bitte jetzt mit First Class noch. Wollen wir auch weiter machen? Ja, wir haben jetzt noch ungefähr 10 Filme vor uns und wir sind bei 3 Stunden 25. Das ist eine gute Podcast-Länge, Leute. Das ist gut, ne? Wirklich. Ich komme mal kurz weg. Ja, wieder Tampons in der Wohnung mit der Katze suchen. First Class, super. Dafür, dass die ganze Filmproduktion sehr chaos behaftet war und der Regisseur kurz auf knapp engagiert wurde, super geworden. Ich finde auch die neu gecasteten, hier, Michael Fassbender zum Beispiel. Ich finde, die haben so gute Schauspieler ausgesucht, um ihn zu versetzen. Doch, Fassbender als Magneto finde ich gut. Der ist einer der besten Schauspieler momentan, finde ich. Der Wanted-Typ, ich weiß leider seinen Namen nicht, als... Ist ein Russe, das weiß ich, ne? Ist ein Russe, glaube ich. Als Exelvia, oder was? Ja. Ja, zum komischen Arten. Aber den fand ich schon, den Wanted fand ich den so toll und deswegen habe ich das abgefeiert, dass der da ist bei X-Men. Und dann überlege ich gerade, wer wäre es denn noch relevant? Ja, Beast. Jennifer Lawrence. Wen spielt sie? Mystic. Alter, Mystic, ey. Auch scharfe Halte. Aber in dem Teil kommen auch neue Helden, also Helden, die man vorher noch nicht gesehen hat, einfach so auf einmal vor. Irgendwie habe ich das Gefühl. Der Typ mit den Flügeln, der kam da noch dran, oder? Oder war das noch im dritten? Ja, ja, aber... Nee, das ist im dritten Teil. Das ist beim... Der im zweiten Teil, wenn die Mutanten sich auflehnen, dann aus dem Fenster springt, wo der Vater sagt, nimm doch das. Ja, das meine ich, in manchen dritten Teil. Der taucht dann, also im zweiten am Ende und im dritten ist er dann ein fester Bestandteil. Aber jetzt in dem neuen Teil, da kommen sie doch auch, wo sie da alle zusammensitzen und dann vor der Fensterscheibe auf einmal alles abgeht. Ja, da kommen aber ja jetzt auch sehr, sehr viele Mutanten vor bei First Class, die dann bei Days of Future Past direkt wieder verworfen werden. Die was? Die direkt wieder verworfen werden. Also, wer kommt denn da noch vor? Aber dann wird es direkt das Pride Season, der das Steuer bekommen hat. Ja, ich finde es ja schön, dass diese Grundhelden immer bleiben. Das finde ich schon ganz toll. Ja, und Mystique fand ich ganz gut, dass die mal eine größere Rolle bekommen hat, wobei die bei den alten X-Men-Filmen auch schon nicht so klein war. Scharf halt. Und finde ich auch ganz gut gecastet. Michael Fassbender ist, glaube ich, unfraglich, dass der grandios gecastet ist. Oder James McEllboy als Xavier. So heißt der. Ja. Aber ich dachte, das ist ein Rosse. Ja, aber hört sich doch fast russisch an. McEllboy, ja, das kann auch ein Schotter sein. Ja, der ist natürlich super. Sonst, wer ist denn in dem Film noch relevant? War ein Biest, Nicolas Hout. Ja, finde ich, passt auch gut. Ja, als junger Biest. Ja. Und den fand ich übrigens, ohne zu weit abschleifen zu wollen, auch sehr, sehr gut in Mad Max. Habe ich auf Blu-ray in 3D, liegt immer noch eingeschweißt in meinem Regal, weil ich immer noch die alten Mad Max-Filme nachholen will. Weil die habe ich auch gekauft, in England, für 12 Euro, alle uncut, als Dreier-Edition. Ich bin noch nicht dazu gekommen. In Mad Max ist das der Junge, der sich umentscheidet, ne? Also die Seite schickt. Spoiler mir jetzt was und ich brech dir die Nase. Ich spring, ich mach es Lucky-mäßig und spring hier durchs Bild, ey. Entschuldigung. Ich spoiler dir jetzt den kompletten vierten Teil von Mad Max. Zwei Stunden Chaos, Speaks und purer Terror. Auf einer Straße. Und mir wurde gesagt, das beste Handgemachte der letzten Jahre, ohne CGI zu sehr in den Vordergrund zu rücken. Ist das richtig? Ich sage mal so, wenn Action-Filme eine Chance bei den Verleihungen hätten, würde ich dem in jeder Kategorie einen Oscar geben. Alles klar. Außer vielleicht bei Charakterentwicklung, aber da war Mad Max noch nie stark. Ja doch, tolles Auto, hat sich toll entwickelt, hat super viel BR, ist tolles Auto. Ey, ich hab jetzt Lachgas angeschüttet. Oh, schön. Ich hab auch Lachgas, ich hab da gerade noch weiter. X-Men First Class. Ja, meine schönste Erinnerung an diesen Film war im Kino. Ponne hatte mir noch gesagt, geh unbedingt in die Thunderboxen und genieße den Fight an der Schweinebucht. Und ich sitze in diesen Thunderbuchten und dann wird dieses U-Boot da so ist er so rausgeholt. Ich sitze in dem Sitz, ja, ja, hol noch ein paar U-Boote raus, das ist gut. Das war so, das war so geil. Also, ähm, oh, hier Gänsehaut. Na, Gänsehaut. Wobei dabei waren wir. Kevin Bacon als Bösewicht auch super. Ja, stimmt. Stimmt. Ich hab mich auch so vor, den war lange nicht mehr dabei. Also richtig so in Filmen. Ja, den sieht man nicht so oft in Filmen, aber den dann immer Gute. Der hat wirklich Gute wollen, ja. Der spielt hier auch gut. Also ich finde, ist ein toller Schauspieler. Ja, und ist auch lecker auf Burger. Okay, dann halt die, halt die Fresse. Geht auch ohne Bacon, ja. Nee, ohne Kevin. Geht ohne Kevin, ey. Was ein Kevin. So, Excel. Alpha Kevin. Alpha Kevin. Also sind wir, sind wir alle der Meinung, dass der Film wirklich gut gelungen ist. Absolut. First Class, super Film. Muss ich sowieso sagen, alle Filme, die den Namen X-Men tragen, kann ich schon vorwegnehmen, finde ich gut. Bei den Origins, das ist zwiespältig, aber alles, wo X-Men davor steht, im Spiel. Sehr schade, es sollten so viele Origins kommen, sind leider nicht gekommen. Die Magneto Origins sollte doch auch mal kommen, ne? Was? Max und Moritz Origins? Nein, ein Magneto. Magneto, ja, ja. Sollt kommen. Und was wir? Aber der Deadpool wird ja auch das Label X-Men Origins tragen, weil er zum X-Men Universum gehört. Okay. Die Mystik sollte auch mal kommen, aber da wird General for Lawrence wahrscheinlich nicht zu verpflichten sein, dann müssten sie es schon wieder eine neue nehmen. Aber das finde ich aber schade, die passt da so schön rein in ihre Uniform. In ihr Bodypant. Aber mein absoluter Lieblings-X-Men-Charakter, der einfach viel zu wenig Screentime hat, ist Nightcrawler. Ja, der kommt ja jetzt auf dem Apocalypse wieder vor. Das ist die jüngere Version, ja. Okay. Der ist ja, ist ja Deutscher. Ja, Kurt Wagner, genau. Und Nightcrawler mag ich nur deswegen so sehr, weil in dem X-Men-Spiel, also dieses Streetfighter gegen X-Men oder war es gegen Marvel Direct? Nee, ich glaube, es war nur gegen X-Men. War Nightcrawler einfach der Geizte. Du tauchst da auf, tauchst hier hinten auf, haust ihn da in eine rein, bist weg, tauchst da auf, bam, bam, bam. Und er hat diesen coolen Schwanz mit dem, also er ist so ein kleiner Teufel. Ich finde es super. Muss ich gleich dazu sagen, wo wir gerade bei Bryan Singer waren, auch mit Apocalypse, Geek-Man 2, eine der besten Kampfsequenzen, die ich jemals in einer Comic-Film gesehen habe, wenn der Nightcrawler im Weißen Haus kam. Im Weißen Haus, ne? Bam, buff, bam, buff. Hammer. Danke, danke. Nightcrawler. Eine der besten Kampfsequenzen überhaupt im Marvel-Film. Und dafür, zu welcher Zeit der gedreht wurde, das ist schon ein paar Jahre her, sind auch heute die Effekte noch Weltklasse. Und? Das ist eine sehr kurze Sequenz, die geht leider nicht sehr lange. Ich fand irgendwie am meisten bei X-Men, wenn sie die Autos, wo die Shigain steudern, dritten, glaube ich, beim Endfight, wo er, wo Magneto die Autos schleudert, ist aber nicht Magneto, ne? Und, äh, ich weiß, ich kenne die Heldennamen nicht alle. Wo der Typ, der Feuer spucken kann, quasi die alle anzunehmen und auf den Wohnschwimmer. Das ist halt so beeindruckend, in dem Moment. Das fand ich, äh... Heißt das nicht nur Fireman oder sowas? Oder... Die heißen auch nur Iceman und Fireman oder so blöd? Pyro heißt das. Pyro. Ach, scheiße. Super. Spyro the Dragon. Meine Lieblingsszenen im dritten Teil, wenn er Mystique befreit und dann die Bewegung so, Autos beiseite, zerquetschen, das ist so gut gemacht, ja? Aber egal, wir waren ja eigentlich, eigentlich waren wir schon lange nicht mehr bei XMV, ne? Wir waren bei First Class und wir finden alle gut. Ja. Ja. Vor allem halt die Einschnitte in die wirkliche Welt mit Kuba-Konflikt und so weiter, was ja auch der zweite Teil der Zukunft des Vergangenheit ebenfalls macht. Dass er ja so in die JFK-Zeit... Nee, JFK war das gar nicht 70er, ne? Was waren... Wer war denn da? Ja, ja, das war JFK. War das die JFK-Zeit? Kuba-Krise, ja. Nein, das ist beim ersten und beim zweiten ist es... Nee, beim zweiten ist nach JFK. Ist das nicht die nächsten Zeit, was Trine gerade sagt? Ja, müsste, 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 ja. Das ist auf jeden Fall ein paar Jahre nach JFK. Ich glaube, zehn Jahre später, später. Aber es wird auf jeden Fall Bezug genommen auf die reale Welt und das finde ich ganz cool, weil das macht die Marvel-Welt, also die Marvel-Welt, die Avengers-Welt nicht so wie die X-Men. Also ich teile die jetzt gerade mal, weil bis jetzt sind die noch nicht zusammen. Das haben wir alten Trinobie ja auch nicht gemacht. Machen sie erst der First Class, aber das machen sie gut. Sehr gut. Nächster Part. Captain America The First Avengers 2011. Kurz noch. Ich finde das, ehrlich gesagt, gar nicht so geil. Ich widerspreche dir da jetzt einfach mal. Jetzt kommen sie. Ich finde, das ist so fantastisch, X-Men und diese ganzen Superhelden-Klamotten. Und ich finde das, wenn man das ins reale Leben quasi überträgt, dann nimmt das so ein bisschen die Magie raus, finde ich. Habe ich das Gefühl. Aber ich fand das zum Beispiel bei Wolverine auch cool mit den Kriegen und sowas. Dass man so sieht, weil man dafür ein Gespür kriegt, wie alt er eigentlich schon ist. Ja, aber Trina, der Bürgerkrieg oder Vietnamkrieg oder auch Zweite Weltkrieg, das sind ja ausgedachte Geschichten. Da wollen wir ja, das ist ja nun mal Fantasy. Ich bin in drei Minuten wieder da. Nio. Je nachdem ich schnell ich brauche. Also ich verstehe, was du meinst, Mav. Ich kann da aber leiten. Nee, ich finde gerade, wenn es Bezug hat zur echten Welt, dann packt mich das irgendwie mehr. Ja, natürlich. Man kann es besser greifen. Genau so wie bei Spider-Man die Problematik, die jeder hat zum Beispiel. Weil da kann man was, da verbindet man was und dann kann man da sich mehr reinfühlen. Ja. Jetzt wieder zu X-Men, klar. Ja, aber das ist halt einfach dann so, ich finde, mich reißt das dann raus in dem Moment, wo ich dann so, ach, guck mal, da passiert ja was Wirkliches so und da passiert ja was Echtes. Manche wirken die Filme unglaubwürdiger, als die sowieso sind. Ja, aber dann, genau. Im Endeffekt ist es ja eh unglaubwürdig. Aber es ist halt Fantasie. Dann wird es ja jetzt interessant mit Captain America. Wegen dem Krieg. Ja, genau. Dann sag mal was dazu. Ich finde die Captain America-Filme toll. Okay. Ja, Zweite Weltkrieg ist ja Gott sei Dank nur ausgedachter Kram und Hitler gab es gar nicht. Ja, zum Glück. Ja, zum Glück. Ja, zum Glück. Ja, das ist auch schon jetzt ein Widerspruch. Klare Sache. Ja, aber ich finde das nämlich auch geil, weil Nazis, ich sage es immer gerne wieder, Nazis sind die, also Nazis, Zombies, außer außer Dings hier, wie hieß er? Äh, Invasion, nee, wie hieß denn der? Sky, 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 Shark? Nee, ich weiß nicht, ob du meinst. Auf dem Mond da, ne? Ja, nimm die mal raus. Aber normalerweise sind Nazis und Zombies und Nazi Zombies und all so ein Kram als Gegner Hammer. Wenn du jetzt zum Beispiel, Okay, heißt, Zombie Nazis. Wie heißt der Film mit dem Typen aus der Hölle, der den dicken Arm hat, äh, auch Superheld? Bildern? Hellboy. Hellboy. Der mit dem Arm an, oder was? Ja, der hat den ersten Teil, das sind, oder auch Nazis. Nazis, Mann, das ist der Hammer. Ja, aber Nazis sind ja auch nur die besten Pfeile und die besten Bösewichte, weil die einfach nur böse sind. Da kann keiner sagen, also außer die Bekloppten, ne? Die sind nicht verstanden wohl. Ja, genau. Die Nazis sind einfach evil und scheiße und gekloppt und die gehören einfach weggesperrt. Ja. Und da versteht jeder, worum es geht. Und in der heutigen Zeit, also ich hatte, von 13 Jahren Schule, hatte ich zwölf Jahre Zweite Weltkrieg, so gefühlt, so als Thema. So, wir sind damit einfach satt. Aber ich denke, es ist jetzt so weit schon entfernt wieder, dass man dieses Mysterium Nazi-Zeit an sich, also was Hitler hat ja ganz viel mit Okkultem und Ufos hier und Zauberei und Magie da und nimm die Indiana Jones Autobahn und Volkswagen und nimm mal die Suche nach dem Heiligen Gral. Wenn du jetzt Indiana Jones nimmst, sind Nazis auch richtig gut, also als Gegner wieder, dieses Mystische. Das kann man benutzen. Das kann man benutzen, um die Geschichten noch krasser zu machen. Und das ist jetzt, gut, in Captain America, es wird nicht krass gesagt, die doofen deutschen Nazis, sondern es ist noch die Hydra-Organisation bei den Nazis. Ja, aber ich denke auch nur, weil sie es nicht nehmen wollten. Also, so. Ich weiß ja nicht, wie es zum Beispiel vielleicht auch so ein bisschen im Original, wir wissen ja, Nazi und Deutschland und Synchro und sowas, das war ja immer so ein bisschen problematisch. Ja, aber ihr müsst halt überlegen, als Captain America ursprünglich rauskam, war es Anti gegen Nazis. Das war einfach so das Comic-Heft für die Soldaten an der Front gegen die Nazis. Hallo Paco. Paco ist wieder da. Paco, schneller raus. Ja, Probe wieder bei der Propaganda. Ja, Propaganda. Und ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich würde behaupten, dass es Hydra in den ersten Comics überhaupt nicht gab, sondern es gab wirklich nur Nazis. Hydra ist erst entstanden, als das Thema Hakenkreuze, Hitler und Nazis nicht mehr so, ja, wie soll ich sagen, also in der Neuzeit. Die menschliche Version, die menschliche Version von Red Skull, die gab es schon von ziemlich am Anfang an, nur als Red Skull war nicht von Anfang an zu identifizieren. Das kam dann erst später. Was ist dann mit der Organisation, die dahinter steht? Wie heißt sie jetzt? Äh, Nazis. Hydra? Genau, nee, Hydra. Nee. Ich glaube, sie auch kam von vornherein? Die Hydra hat sich dann entwickelt aus der paranormalen Division der Nazis, die von Red Skull geführt wurden. Ja, aber ich meine, in den ersten Amerikanern, also klar, die ersten sind, wie gesagt, während des Zweiten Weltkriegs entstanden, da hat er einfach nur gegen Nazis gekämpft und da hat er auch Hitler, glaube ich, eine gegeben. Da gibt es sogar ein Comic-Heft, wo du Captain America und Hitler auf dem Comic-Heft siehst. Ja, das war wirklich, äh, um die Moral anzuhalten, deswegen finde ich es im ersten Teil ganz gut gemacht. Das ist im ersten Teil finde ich nur gut von Captain America. Ja. Weil Joe Johnston war noch nie ein, ähm, Regisseur, der viel für Charakterentwicklung übrig hatte scheinbar. Dann sag mal bitte, wo der, was der noch gemacht hat, damit ich ihn, also ich kann... Jurassic Park 3 hat er gemacht. Alter, die Entwicklung von einem Großen, ne, der das Handy frisst, ist groß, also boah. Ja, von mir, von dem Satellitentelfon zu einem dampfenden Haufen Scheiße, der klingelt, das war eine super Entwicklung, ja. Ja. Und Wolfman hat er gemacht, ja, mit Benicio Del Toro. Ja. Und Charakterentwicklung kann der Mann nicht so und deswegen war er für den ersten Captain America, finde ich, für die Action-Szenen genau der richtige Mann, aber nicht für die Charakterentwicklung. Ich habe auch nochmal eine Frage. Ja. Eine technische Frage. Bei Captain America ist es ja am Anfang, Captain America ist ja eigentlich so ein Schlofi am Anfang. Ja. So ein dünner Hering. ist das Computer? Ist das CGI-Effekt? Ja. Aber dass er dünn ist, ist CGI. Ja, genau. Ja. Das ist er dünn ist. Ja. Und so dünn und ziemlich klein. Weil ich finde, das ist so, ich meine, das ist ja kein großer Special-Effekt mit dem Explosion und bumm, 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 aber ich finde ja, man sieht es einfach gar nicht. Meines Wissens haben sie es in manchen Szenen auch so gemacht, dass es wirklich so einen schmächtigen Schauspieler hat und haben einfach den Kopf drauf montiert und den Kopf mit dem Computer nur schneller gemacht. Das heißt, sie haben es leicht gemacht. Sie haben einen dünnen Schauspieler genommen und haben den Kopf von Chris Evans einfach nur schmaler gemacht mit dem Computer. Es war leichter, als alles komplett zu animieren. Wirkt auch natürlicher deswegen wahrscheinlich dann. Genau, weil es eine echte Mimik ist, Samenzeitalter ist einfach nur gestaubt, sagen wir es mal so. Aber es wird nur teilweise, finde ich. Also ich fand schon, dass man es an vielen Stellen, ich habe jetzt gerade die Stelle im Kopf, wo sie irgendwie nach Hause gehen und der Schlüssel unter diesem Stein ist. Ich weiß nicht, ob es wegen dem Hintergrund in dieser zerstörten, oder nicht zerstört, aber diesen dreckigen New York oder was es ist, aber du siehst, dass der Körper nicht zum Kopf gehört. Also irgendwie teilweise fand ich schon, dass man es gesehen hat. Samenzeitalter ist vielleicht ein bisschen zu extrem gemacht. Der hätte vielleicht nicht ganz so schlank sein müssen. Es wirkt fast wie eine Karikatur von einem Menschen. Wieso, weißt du, diese Bubbleheads? Ja, oder es wirkt teilweise wirklich wie Bilder, die man auch, das ist jetzt schon wieder böse, weil es auch zu der Zeit passt, aber wie Bilder teilweise aus dem KZ. Ey, der ist runtergehungert. Also so derbe, egal wie wenig Geld die Leute hatten, so runtergehungert und so schmächtig musste der nicht sein. Das ist, ähm, also... Wahrscheinlich wollte man einfach die Veränderung stärker darstellen. Ja. Ja, die wollten aber auch darstellen, dass es ein sehr, sehr schmächtiger kleiner Mann ist, aber mit einem riesengroßen Herz. Deswegen wird er ja auch ausgewählt. Ja. Ja. Okay. Ja, das wird ja auch so dargestellt, sagen sie ja auch dann, ne? Hier der Doc, der ihn dann da quasi auswählt. Ja, ja, bei ihm, bei der Army dann zu diesem... Da geht's ja auch darum, dass er verstärkt ja alles, auch deine Aggressionen und da können sie niemanden brauchen, der im Training schon seine Kameraden beiseite schubst, um der Erste zu sein. Tommy Lee Jones, ne? Nein, nicht Tommy Lee Jones. Er ist halt böse gewesen, bei ihm haben sie es angewendet und er wurde noch böse. Nein, ich meine Tommy Lee Jones ist derjenige, der ihn aussucht. Achso. Oder bin ich gerade bloß? Nee, nee, der sagt, der Arzt sucht ihn aus, mit Tommy Lee Jones, der sagt dann zähnig nirschend ja, wenn das ihre Entscheidung ist. Aber beim Arzt ist doch hier auch der Vater von Tony Stark. Ja, ganz genau. Der hat doch die Maschine mitgebaut. Ja, der hat auch das Serum entwickelt. Ja, das Super Soldier Übermensch. Genau, was aber zerstört wurde und deswegen hat das niemals mehr irgendwer hinbekommen danach. Richtig. Ja, First Avenger, ich mag ihn, ich mag auch sehr, wie sie ihn dann in die Neuzeit geholt haben und wie sie es schaffen für einen Film, der halt, wie gesagt, zum Zweiten Weltkrieg spielt, wie sie es schaffen, dieses Patriotische nicht zu stark, so, yeah, America, fuck yeah, weißt du, dass das, ich mag das nicht. Ich finde, das ist gut gemacht, wie er zwar jetzt als Propaganda-Witzfigur herhalten muss, aber das gar nicht will. Er will nur seinen Kameraden helfen. Ihm geht es nicht um Amerika, ihm geht es darum, die Böse zu bekämpfen, auch wenn sie im eigenen Land werden. Was wahrscheinlich nie die eigentliche Idee hinter Captain America war. Aber das müssen sie heutzutage machen. Das passt nicht mehr in die heutige Zeit. Deswegen sagt er ja auch dann später in Avengers, ob das nicht ein bisschen veraltet wäre, als dieser Captain America-Kluft. Oder sagt er der Coulson, die Leute können manchmal was Alkoholisches gebrauchen werden. Genau. Der ändert doch dann die Optik von seinem Schild auf, dass es nicht mehr so amerikanisch aussieht, sondern dann mit dem Stern und sowas eher. Die Optik ist immer noch dieselbe, aber nicht mehr so leuchtend, wie jetzt die amerikanische Flagge, sondern eher in dunklem Blau Töne. Nicht mehr, dass es so wirklich einem ins Auge sticht. Der ändert mir da umgehend eine Flagge von mir. Ich glaube, die brauchen aber jetzt auch, wenn neue Zuschauer ins Kino gehen und dann halt doch mit der alten Thematik befassen werden, sich befassen müssen, das greift die auch nicht so an. Also beziehungsweise, das greift die nicht so und packt die nicht so, wenn sie das sehen. Dann muss man halt einfach für jüngere Zuschauer eine Thematik wählen. Du meinst, weil die jetzt halt nicht mehr mit dem Zweiten Weltkrieg so viel haben? Das ist einfach nicht auf dem Schirm haben. Irgendwann ist das ja auch. Und was ich halt super fand, wie sie in dem Film den ersten Infinity Stein quasi einführen, ohne für die nächsten Jahre und Filme überhaupt das Wort Infinity Stein in den Mund zu nehmen. Wie richtig das? Den Thezerakt, ja. Genau, mit dem er eingefroren wird zusammen. Ganz genau, weil bis das erste Mal das Wort Infinity Stein vorkommt, sind wir noch gar nicht. Kommen wir später dazu, dauert es ja noch einige Jahre. Und sie haben den schon eingeführt und auch den zweiten schon, ohne auch mal einmal das Wort zu nennen. Richtig. Das heißt ja Quatsch, auch Affinitivor fällt mir gerade auf. Ja, ja, das war ja das, was wir vorhin meinten. Also, ne, da... Die planen so viele Jahre von voraus. Ich meine, wenn wir mal jetzt gucken, was alles kommt noch. Dr. Strange kommt noch. Ant-Man 2 wird auch noch kommen, ne? Oder Ant-Man and the West, ja? Aber das ist vielleicht auch so was, so was, manches Typische, weil es gibt auch Filme, was weiß ich hier, das habe ich jetzt neulich erst gesehen, ist zwar jetzt auch eine ganz andere Spalte, aber bei der Monster AG, da werden Figuren von Nemo und sowas gezeigt, die erst Jahre später ins Kino gekommen sind. Ja, und deswegen muss ich sagen, die Leute... Das ist immer so dieses Coole, was du im Nachhinein irgendwo findest. Die Leute, muss ich immer sagen, die schimpfen immer auf Disney. Nee, Disney hat Marvel nicht zerstört. Nein, die Idee, die sie da verfolgen und durchziehen, ist einfach nur genial. Die haben auch Star Wars nicht zerstört, so wie es aussieht, wenn man die Kritiken... Ich bin erst am Sonntag im Kino, ich bin erst am Sonntag im Kino, bitte klappe einfach. Ich habe ihn auch noch nicht gesehen. Er ist morgen, morgen, morgen bin ich im Kino. Ich bin erst nächstes Jahr im Kino, also... Ich habe heute Hochzeitstag. Auch... Und deswegen gehen wir ins Kino. Und auch da scheint es so... Ich finde, auch da scheint es so, als wenn sie den richtigen Ansatz verfolgen. Das heißt, es ist nicht alles schlecht, wo Disney draufsteht. Mit J.J. Abrams. Ich finde es so witzig, wenn du das erste Mal so über Disney redest, dass du eigentlich immer an die Comicfilme denkst. Und dann, was dann so alles kommt, weil ich mir auch... Ja, was da alles untersteckt. Fluch der Karibik, etc., wo du dann in meinem Leben hier dran denkst, dass das zu Disney gehört, weil du bei... Ja, John Carter from Mars oder Lone Ranger. Wir haben auch ein paar Sportfilme gemacht aus den 80ern oder 90ern. Ich weiß nicht, wie sie alle heißen. Auf jeden Fall, da kommst du auch überhaupt nicht drauf. Das hat überhaupt nichts mit Fantasie zu tun, überhaupt nichts mit Comicfiguren oder sonst irgendeinem Scheiß. Mir ist das damals bei Fluch der Karibik das erste Mal bewusst geworden, dass Disney nicht nur Comicfilm hat. Dabei ist aber Fluch der Karibik eine Attraktion aus dem Disneyland. Ja, aber... War das denn schon vorher eine Attraktion? Fluch der Karibik... Ich glaube, die gab es schon irgendwie Ende der 80er, Anfang der 90er gab es eine Fluch der Karibik, also Pirates of the Caribbean-Insel in Paris. Ja doch, in Paris, glaube ich. Da gab es das. Oder war das in Florida? Ich weiß es nicht. Ist aber auch Latte und die haben dann gesagt, jo, da machen wir viel draus. Das ist gut. So, und jetzt bei Hilt gibt es natürlich dann auch hier die wilde Maus. Das gab es schon wirklich für die Gonzales. Oh, Mann. Wo waren wir denn eigentlich? Wir waren beim First Avenger und... Nee, da waren wir schon fertig eigentlich. Da waren wir fertig. Juti. Ja, stimmt. Der war eingefroren mit dem Tesla-Rack. Ghost Rider. Spirit of Vagons. Ich bin raus. Hab ich nicht gesehen. Nee, ich hab auch keine. Ich bin die Scheiße. Aber wie gesagt, ich finde halt beim zweiten, da hat mich unheimlich die Animationen geschüttet und die Umsetzung. Also mir hat der erste wesentlich besser gefallen. Der zweite ist um einiges dreckiger als der erst. Ja, das ist auf jeden Fall düsterer, dreckiger. Das mag ich. Ich sag das den ganzen Namen durch. Aber ich finde Ghost Rider ist wieder so ein Film, da überhaupt nichts mit Marvel. Finde ich... Mich finde da überhaupt nichts mit Marvel. Das Problem ist, die meisten Filme von Marvel sind der von Marvel selber, von Fox oder von Sony. Und der sticht da völlig raus. Das heißt, der passt weder vom Kontext noch vom Ton zu den anderen Filmen. Und das Ding ist ganz einfach, ja, ich mag Nicolas Cage auch in der Rolle. Ich mag auch den zweiten Ghost Rider grundsätzlich schon, weil er schon düster und dreckig ist. Aber die beiden Regisseure, was Computereffekte angeht, die waren schon immer Müll. Egal was die machen, die Regisseure, sobald Computer drin vorkommt, ist es Müll. Aber da fand ich den ersten besser. Also die Animationen vom Ghost Rider selber mit dem Kopf und sowas, der sah im zweiten so billig aus. Ja, das sag ich dir. Diese beiden Regisseure, die können richtig gute Action-Filme. Aber Computeranimationen, Schrott. Alles was sie machen, die haben Gamer gemacht. Ja, aber da kann man sich auch andere ranholen, wenn man weiß, man hat das nicht so gut drauf. Ich meine, das ist auch nicht der erste Film von denen. Ja, aber auch da, alles was ein bisschen computernimiert ist, sieht schrottig aus. Nein, das ist fett. Oder die haben auch Crank 1 und 2 gemacht. Fett. Aber die Computereffekte auch schrotz. Das Ding ist, Crank ist doch cool. 16-Bit. Sag jetzt nur die Computereffekte. Die Filme finde ich auch gut. Und die beiden Regisseure. Bei Ghostrider ist das Problem, dass der Film sehr viel auf Computereffekte aufbaut. Ich kann mich auch daran erinnern. Da musst du ja, ne, kannst ja schlecht Nicolas Cage den Kopf an den Sinn. Schon, ne? Nur noch ein bisschen Cäsar, ein bisschen Beziehen drüber. Trine, wie haben die denn das sonst bei Face-Off gemacht, Mann? Da gab's ein Messer, zickzack. Fresse ab. Verdammt, bei Face-Off, das heißt, im ersten Punisher hat gar nicht John Travolta den Bösewicht gespielt, sondern den Gänseke, weil er sein Gesicht hat. Ne, Johnny Cash, weil der hat auch noch damit gewirkt. Ah. Aber Alex weiß ja, der Face-Off ist auch einer meiner Lieblingswürse damit. Ja, nach Cars 2. Nein. Macht ja mit dem Wolf dann. Face-Off, der einzige John-Woo-Film, den er in Amerika gemacht hat, der was traut. Wobei, gut, Paycheck geht vielleicht noch. Aber das ist zu weit ausgeholt. Ja, der macht aber auch nicht mehr so viel, oder? John-Woo ist ein bisschen ab vom Schlag, oder? Nee, der hat wieder mehr in Asien gemacht. Die sieht man hier nicht unbedingt alle, ja? Schade, dass er das nicht so... Aber in Amerika hat er das auch nie durchgesetzt. Bis auf Face-Off hat er ja auch keinen Wind gelandet. Dings hier, doch, ähm, 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 wie heißt er? Der aber auch aus Asien kommt, aber der, der aber mit dem höchsten Bodycount zu der Zeit damals, ähm, wo das mit dem... Hardboid. Was? Hardboid. Hardboid, genau. Was die Tauben eingeführt hat und so. Ja, genau. Da hat er mit angefangen. Da kam ja dann irgendwann die Fortsetzung als Computerspiel raus. Stranglehold. Genau, Stranglehold. Warte mal. Der hat doch ein bisschen Impossible gemacht. Den zweiten. Aber der zweite ist scheiße. Natürlich ist der scheiße, aber der hat's geschafft. Der hat einen saugeilen Soundtrack. Der zweite Teil habe ich mir den Soundtrack gekauft, aber der Film bis auf die Motorrad-Szene ist scheiße. Ja, das Problem ist, die Action-Szene gut, das Produktions-Design gut, die Bilder gut, der Sound gut, die Story-Entwicklung ist die schlechteste von allen Teilen. Die langweilste. Weil da geht's immer um das Spionage-Ding und um die Spannung. Und die kommt nicht auf bei der Zeit. Gar nicht. Überhaupt. Aber gut, hat ja jetzt nicht unbedingt was mit Marvel zu tun. Dass der Film einfach bei den Leuten angekommen ist. Die Leute kennen den Film, die haben den akzeptiert, auch wenn er vielleicht bei manchen nicht so gut anläuft und ankommt. Aber trotzdem, er ist bekannt. So meine ich das. Der hat auch, glaube ich, genug eingespielt. Ja, aber das lag halt auch nicht an Jim Rue, sondern an Namen Mission Impossible. Und Tom Cruise. Und der hat ja Mission Impossible fast zu Grabe getragen. Wie viel Jahre hat es gedauert, bis er beteiligt hat. Ist das nicht Tom Cruise? Was? Ja, Tom Cruise haben wir doch gesagt. Was hast du denn gesagt? Nein, ich habe gerade Tom Hanks gesagt. Nein, du wolltest Tom Hanks hören, aber wir nicht. Nee, ich habe echt. Ja, Tom Hanks ist auch ein ganz, ganz großer Action-Schauspieler. Deswegen. Deswegen habe ich so gedacht. Achso, eigentlich ist Tom Cruise und Tom Hanks ist John Travolta. Marvel, Leute, Marvel. Und jetzt kommen wir zu dem wirklichen Hauptgrund, weswegen ich keinen Menschen kenne, also warum sollte man Marvel hassen, wenn man The Avengers gesehen hat? Für mich, ja, als alter, alter, und das weiß der Paco, ich liebe Joss Whedon. Es gibt nichts von Joss Whedon, was ich nicht mag. Ich liebe Firefly, ich liebe Buffy, ich liebe Angel und ich liebe, verfickt nochmal, The Avengers. Aber es ist interessant, wie man von den Titeln zu Avengers kommt. Ja, aber nee, noch eine lustige Kranten-Rotiz, ich habe gesagt, dass Thomas Jane letztes Mal auf der Comic-Con war, da war auch James Masters. Das weiß ich, Spike. Aber weißt du, was mies war? Die Comic-Con hatte... Der hat gesungen auf der Bühne sogar. Was hatte der? Der hat gesungen auf der Bühne, der hat auch noch Rocken oder sowas. Der kann fantastisch singen, in More Than A Feeling oder wie das hieß, oder Once More With A Feeling von Buffy, die Opern oder die... Wie heißt denn das? Die war cool, die Musiker-Falge. Ja, großartig. Warum wir jetzt... Und der hat eine lustige Sache gesagt. Er hat gesagt, er liebt es, Charaktere zu spielen, die nur dafür da sind, und dem Hauptcharakter den Tag zu versauen. Und das schafft er. Es gibt eine Sendung, Trine wird mir da helfen können, auf Animax, die nennt sich Full Metal Alchemist, heißt das so? Ja, Full Metal Alchemist. Das sind echte Menschen. Nee, da meinst du jetzt was anderes. Ah, scheiße. Full Metal Alchemist ist ja eher Anime. Das ist Anime. Das ist, äh, du meinst, äh, Full Metal Jacket oder so was? Nein, nein, nein. Das läuft auch auf Animex, und das ist aber mit echten Menschen. Und da bin ich einmal nur hängen geblieben, weil der Masters da mitgespielt hat, und er spielt ein Mädchen, das er vor dem atomaren Super-GAU gerettet hat, und lebt mit der zusammen in einem Bunker. Und in diesem Bunker stellt sich mehr und mehr heraus, dass er sich in dieses Mädchen verliebt hat. Und sie langsam glaubt, er hat sie nur entführt, um sie dann in diesem Bunker zu verführen. Die haben auch Sex miteinander und alles. Ähm, ei, 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 ei. Aber dann findet sie halt heraus, dass er schon Fotos von ihr hatte, bevor diese atomare Scheiße war. Und sie halt, wie gesagt, bewusstlos auch in diesem Bunker aufwacht. Und, ähm, dann am Ende, glaube ich, flieht sie, aber findet heraus, es war, also, weil sie glaubt, das ist nur ein Trick, damit er sie da unten vögeln kann. Ähm, aber in Wirklichkeit ist wirklich eine Atombombe. Meinst du dieses Schwermetall, oder? Schwermetall! Genau! Schwermetal! Na, also, Fullmetal Atomist ist nämlich absolut Anime. Das heißt... Schwermetall heißt das, genau. Das ist aber ganz strange B-Movie-mäßig gemacht. Ja. Ist aber cool. Aber Meth fragte, warum... Schwermetall? Schwermetall, ja. Heißt das. Da lacht er. Da lacht er sich tot. Schwermetall. Kriegst 3,50 für beim Schrotthändler. Meth hat sich gefragt, warum ich Joss Whedon und Buffy und sowas nenne, wenn ich auf Avengers komme. Richtig, lieber Meth? Äh, nein. Nein, ich bin wundert, dass der Schauspiel... Weiß ich das? Regisseur? Regisseur, genau. Dass er von solchen Titeln dann das bis zu den Avengers geschafft hat. Also, das ist ja schon noch eine andere Liga. Zumal man sagen muss, dass er bis dahin nur einen einzigen Hollywood-Film in Regie geführt hat. Äh, nicht sagen, nicht sagen, nicht sagen, es ist, äh, hier, wie heißt das Flugzeug von Firefly? Verdammt. Until I find Serenity. Serenity, danke. Serenity. Ich hau nochmal ganz am Rande den Titel-Song von Firefly. Ja, es ist, es ist Serenity, genau, und Serenity... Genau, Firefly ist einer der Gründer, warum ich Avengers sehen musste. Weedon sofort. Ähm, was wollte ich gerade sagen? Achso, genau. Ich liebe Joss Whedon für seine, ähm, No-Cut-Szenen, die er bei, äh, Serenity am Anfang, ich weiß nicht, wie lange es geht, drei, drei Minuten ungefähr, ne, wo, wo eine Szene... Ja, das ganze Schiff, ja, super. Und... wie wir explodiert, ich hab ja kein bisschen explodiert. Und bei Avengers ist das, äh, bei der Szene, wo sie kämpfen, auf diesen großen Würmern, und dann siehst du, wie der, der, der Pfeil von, ähm, Hawkeye durchgeht, da folgt die Kamera, dann siehst du, wie Hulk auf diesem Teil rumhaut, dann siehst du, wie es weitergeht. Das sind alle einmal eingeblendet. Ja, und der Joss Whedon, der macht das gerne, der treibt es auf die Spitze, wie lang kann ich eine Szene vorher choreografieren, dass ich es ja an einem Stück filmen kann, ohne dass ein, als ich das Stück drin ist. Wie bitte? Ach so, keinen Cut. Nee, komplett ohne Cut. Das hat einen speziellen Namen, ich hab gerade No-Cut gesagt, aber es hat einen anderen Namen, ähm, diese Art zu filmen. Auf jeden Fall sind das ganz minutiös geplante Sequenzen, wo wirklich die Kamera schien, alles muss stimmen, auf die Sekunde, äh, auf die Sekunde oder noch genauer müssen die Kamer, müssen die Kameras laufen und die, natürlich auch die Schauspieler agieren. Und das ist natürlich, ähm, wenn man das weiß und drauf achtet, dann sieht man es auch bei Avengers, dass er das mehr als einmal macht. Aber obwohl es natürlich bei einem neueren Film wie Avengers kann es geschnitten werden, ohne dass man es merkt, durch zum Beispiel Computereffekt vom Pfeil, dann ist da die nächste Szene. Aber es ist so perfekt geschnitten, dass es halt ein, ein Guss ist. Und das wirklich über, also auch bei Avengers sind das zwei Minuten, drei Minuten, die sauber sind, die echt cool sind. Die enden erst dann, wenn, wenn Black Widow auf einen von diesen Gleitern knallt, von den, von den Viechern und dann wegfliegt. Da ist erst Schluss. Aber ich liebe diese Szene. Ich finde die unglaublich gut. Und in Age of Ultron geht da mit der Film ja los, in diesem Wald. Der geht ja mit einer Endlosequenz los. Also mit einer No-Cut. Großartig. Ich, ich liebe das. Ich kann, kann sowas stundenlang sehen. Ja, und Josh Whedon ist einfach ein genialer Kopf. Ich meine, der hat ja auch noch die Triebücher dazu gemacht. Die hat er geschrieben, ne? Aber mit seinem Sohn Sam Whedon, nee, Jason Whedon? Ja, ich glaube Jason heißt er. Jason, Jason Whedon. Dazu wollte ich gerade was sagen. Und ich habe leider, weil ich gerade gesehen habe, der LP Storm fragt, seid ihr immer noch beim Thema Marvel? Nein, wir wollten jetzt gerade Heidi, Heidat, Teil 2 wollten wir besprechen. Auf der Alm und auf der Heidi. Du bist ja noch dabei, coole Sache. Scheiße, Avengers, warum habe ich jetzt gerade den Faden verloren? Danke, LP Storm. Hast du gut gemacht. Ja, hast du super toll gemacht. Du bist der einzige Zuschauer und das Außensteam zu spielen. Das Ding geht ja noch online und das gibt es noch als MP3 zu ziehen und Sound bearbeitet. Und als 3D-MP3. Als Blu-Ray. Als Blu-Ray. Ja, gute Idee. Das Kino-Release in 4.000 Kinos in Deutschland. Verdammter. Da müssen wir aber 3D-Effekte einbauen noch, Leute. Ja, die ins Gesicht. Ich bin ja deine Hunde-Nase waren genug 3D-Effekte. Ach, scheiße. Joss Whedon, Avengers. Warum bin ich da jetzt gerade draußen? Toll. Wir waren bei... Der hat Serie gemacht, Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. Stimmt, hat Joss Whedon auch gemacht. Aber nur die erste Folge hat er Regie geführt. Achso. Die andere... Ich muss sagen, wir sehen, der hat auch Rosen gemacht. Aber der ist aber auch der ganz große Kopf hinter den Planungen, was Avengers angeht, seit er Avengers 1 gemacht hat, bei Marvel. das heißt, er macht viel mehr hinter die Kulissen noch, deswegen macht er auch die nächsten leider nicht. Er hat auch Alien 3 verursacht. Nee. Was? 4. 4? Ja, aber das Drehbuch von ihm wurde nur zu ungefähr 20% umgesetzt. Mir ist sehr, sehr unzufrieden. Nee, warte mal. Dann hat er aber bei Alien 3 das Drehbuch geschrieben und David Fincher hat es gedreht. Was so? Nee, nee. Das war bei Teil 4 hat es geschrieben. Ich bin gerade aufgeregt. Ich bin gerade aufgeregt. Ich bin gerade aufgeregt. Ich bin gerade aufgeregt. Aber so oft haben die das geändert, dass nur seine Grundidee mit dem Klonen etc. war. Aber der hatte das niemals als so schwarze Komödie angelegt, sondern richtig düstert. Okay, gut. Dann bin ich da gerade auch. Es ist nur nur 33. Wir sind seit kurz nach sieben, halb acht sind wir hier am Machen. Aber wir kommen zum Ende. Ich merke es. Obwohl eigentlich gerade Avengers, so Filme sind da, da könnte ich natürlich auch stundenlang drüber erzählen. Obwohl ich wie gesagt habe. Ich kann hier auch jetzt vielleicht mal ein paar Titel zusammenfassen. Ich meine, wenn wir jetzt über den nächsten Avengers sprechen zum Beispiel, dann muss man es ja nicht nochmal so weit ausführen. Ja, das Problem an dem Marvel Cinematic Universe ist ja, dass das eigentlich chronologisch machen müssen, weil wir aufeinander aufbauen haben. Ja, da gibt es eine Liste, ne? Bei Wikipedia. So ein Scheiß. Ja, nee, brauche ich nicht. Aber das mache ich ja gerade. Ich versuche ja, die Chronologie hier irgendwie hinzukriegen. Es klappt nur nicht ganz. Weil wir ja immer wieder springen und das bleibt leider nicht aus. Ja, dann machen wir einfach mal weiter mit dem Nächsten. Okay, schade. Avengers, toller Film. Gut, haben wir gesagt. Gut, den nächsten können wir abhaken. Das ist nämlich siehe mal mit der Echse. Hatten wir schon. Haben wir darüber gesprochen. Toll. Iron Man 3 können wir ebenso abhaken. Hatten wir auch schon. Obwohl, ich finde ihn mit den Stärksten, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, gute Charakterentwicklung von Omistar. Winter Soldier meine ich, oder? Nee. Nee. Ist Iron Man 3, so nicht Winter Soldier. Das ist... Winter Soldier. Entschuldigung. Iron Man, der Winter Soldier. Jetzt kommt... Tor hatten wir ebenfalls, The Dark World. Du hast aber den zweiten Wolverine Origins übersprungen. Nein, da komme ich gleich nach Thor The Dark World. Ja, wir wollen noch... Bei der Wegingliste hier ist es bei mir Wolverine Weg des Kriegers zuerst. Nein, Weg des Kriegers kam nach Thor The Dark World. Und wo wir gerade bei The Dark World waren, den haben wir schon angeschnitten zwar, aber wie ich schon mal gesagt habe, noch ein Film, wo ein Infinity Stein eingeführt wurde, ohne dass er Infinity Stein genannt wird, nämlich der Aether. Der was? Der Aether. Dieser Stein, den die Dunkelelfen haben wollen. Das ist ja auch ein Infinity Stein. Der wurde auch eingeführt dort, ohne so benannt zu werden. Welche Farbe hatten der da? Ist das der Gelbe oder der Grüne? Ich glaube, der Gelbe ist das. Gibt es denn Lila? Gibt es auch noch, ne? Ja, Lila ist, kommen wir auch noch gleich zu. Ja, und das finde ich ganz interessant. Und ebenso wurde dort der Collector schon im Abspann eingeführt. Richtig, richtig. Aber da kommen wir auch noch dazu. Genau, der Collector wurde bei The Dark World eingeführt. Sie ist nämlich sein Labor. Wo war, wie gesagt... Genau, und er nimmt den Aether ja dann. Richtig, richtig. So, jetzt haben wir... Da ist noch ein bisschen hinter, ne? Wolverine Weg des Kriegers. Ich habe ihn gesehen. Ich habe ihn sogar... Das war der erste Sky-3D-Film, den ich geguckt habe. Weil ich mal sehen wollte, wie kommt das so über den Receiver in 3D. Ganz beschissen. Und das ist auch meine Aussage über diesen Film. Also Anfang geil, wenn diese Bombe hochgeht und alles. Aber Wolverine Weg des Kriegers an und für sich ein total belangloser Scheißfilm, der nicht hätte sein müssen. Ich finde, der zieht sich zu lange. Das Lustige ist bei Wolverine, er spielt bei allen X-Men-Filmen jedem die Show. Und in den eigenen Filmen... Hat er Sinn. Blah, blah, blah. So. Richtig, richtig. Da wird dann entweder... Also in beiden Filmen, das sehe ich bei beiden Wolverine-Filmen genauso, mit viel, viel Zeit auf die Charakterentwicklung von Wolverine verbracht, was ja eigentlich auch schön und gut ist, aber die Action-Sequenzen sind alle durchweg, auch von Animationen, schlecht. Allein die Szene auf dem Zug beim zweiten Wolverine, dachte ich mir, das hätten sie in den 90ern schon besser bekommen, im richtigen Regisseur. Aber bin ich da jetzt falsch informiert, aber der Dings hier, der... Na, wie heißt er? Schauspieler von Wolverine. Danke. Hat der nicht irgendwie ganz eng mit dem... Oder ist der sogar nicht der Produzent der beiden Origin-Filme? Ja. Das ist vielleicht der Fehler. Ja, wahrscheinlich. Also zu sagen, ich mache einen Film, in dem ich mich selber so total toll darstelle... Ja, ich meine... Aber es war bloß seine eigene Idee, kann ich mir nicht vorstellen. Also die Filme-Idee dahinter... Doch, 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 der ist, glaube ich, selber mit der Idee zum Studio gegangen. Irgendwas habe ich da in Erinnerung. Ja, aber das ist ein Comic, das es schon gab. Das Problem an der Sache ist ganz einfach die Umsetzung. Und weißt du, da wollen sie es beim ersten, machen sie es quietschbunt und funktioniert nicht. Im zweiten machen sie düster, funktioniert nicht. Und wenn sie jetzt im dritten auch noch versauen, dann war das schon nicht mehr. Ach, ich sehe gerade, warum 3D so scheiße war. Es wurde nachträglich konvertiert. Das funktioniert jetzt ganz selten. Jurassic Park, ganz toll. Wie gesagt, es gibt Filme, da geht es. Aber da muss auch genug werden, die haben wir noch mehr. Ja. Zum Beispiel, wenn ein James Cameron das macht, nächstes Jahr kommt der Terminator 2 ins Kino wieder. In 3D, ja. In 3D. Und wenn James Cameron das in die Hand hat, dann garantiere ich dir, dass es Kino ausgehen wird. Ich habe ihn noch nie im Kino gesehen. Ich will da rein. Terminator 2 ist mein Liebling. Ehrlich, also von den Terminator-Filmen halt. Ich finde den so genial. Terminator 2 ist, glaube ich, in meinen Top 10, kann ich keine Ränge verteilen. Aber Terminator 2 ist ganz, ganz weit oben. Einer der Filme, die ich am meisten gesehen habe. Einer der besten Action-Filme allerzeit. Ja, auf ewig. Aber auch mit viel Tiefe, so ist das ja nicht. Nee, nee, das ist es. Es ist nicht blöde, blasse Action, sondern es ist, ja, es ist ordentlich was hinterher. Und ich habe, glaube ich, gerade gespuckt. Da hat er toll. Ja, lustigerweise. Zwei meiner All-Time-Favorites, was Action angeht. Beide von James Cameron, das ist Terminator 2, das andere ist Elgin 2. Bei mir ist es Terminator 2 und True Lies, wenn es um James Cameron geht. Ich liebe True Lies. Elgin 2 war der erste Film, wo er ein bisschen Budget hatte, wo er Action machen konnte. Und das ist, finde ich, einer der besten Action-Filme überhaupt. Weil der passt nicht zu Science-Fiction, der passt nicht zu Raub, weil es ein Action-Film ist. Ja, aber jetzt bin ich mal ein richtiger Arsch und sage, gerade du als großer Alien-Fan musst doch wissen, dass es nicht Aliens 2 heißt, sondern nur Aliens. Das heißt Aliens, ja. Das heißt Aliens, die Rückkehr. Aber ich liebe Prometheus, ich finde Prometheus toll. So, weiter. Es gab doch Comics sogar mit Aliens vs. Predator, die meines Wissens sogar von Marvel spüren. Ja, das ist doch ideal. Die Film waren halt keine Comics-Verfilme, aber es gab Comics vor dem Film. Damit würdest du jetzt aber einen Fass aufmachen. Wir sind bei Marvels Agents of S.H.I.E.L.D. Wer hat es gesehen, die Serie? Zum Teil. Gar nicht. Echt jetzt? Ich muss sagen, Agents of S.H.I.E.L.D. ist größtenteils an mich vorübergegangen. Also ich habe Der Devil, die erste Staffel gesehen, wenn wir bei Marvel sind. Jessica Jones habe ich komplett geguckt. Aber Agents of S.H.I.E.L.D. wahrscheinlich, weil es nicht in einem riesigen Streaming-Anbieter ist, habe ich es noch nicht geguckt. Nee, ich habe es über Sky Go gesehen, weil, genau wie du es sagst, es gab es glaube ich nirgendwo bis jetzt bei Amazon. Apple Crime. Erster Staffel, Hotel Crime. Ja, ich denke, Netflix. Ist, dass diese Sachen halt einfach auf verschiedenen Sachen laufen. Und man muss echt, muss ich Prime holen, Amazon Prime, man muss sich Netflix holen, dann gibt es ja noch, was weiß ich, wie viele andere. Ja, Sky Go. Also ich habe ein paar Folgen gesehen von dem Spiel, aber auch nur, weil es im Fernsehen lief. Also ich habe es komplett, die erste Staffel gesehen, die zweite ist glaube ich jetzt gerade komplett gelaufen in Deutschland. Das heißt, ich werde mich bald ran machen und die auch gucken. Der Dings hier, wie heißt er, der Agent Coulson, danke, der ja im ersten Avengers-Film stirbt. Ja. Es wird ganz toll erklärt, warum er in dieser Serie da ist, weil die Serie nimmt Bezug auf den ersten Avengers-Film. Ähm, also es wird in der Serie, ich weiß gar nicht, wie viele Folgen die hat, 16 oder 18, 20, da wird im Laufe immer weiter sein Geheimnis aufgedeckt, warum ist der jetzt nicht tot? Weil es ist definitiv klar, in Avengers, der ist tot. Ne? Und... Ja. Hat es übrigens gesehen, sagt er. Ja, ich habe es gesehen. Das fand ich ganz witzig, aber jetzt in so steht das, was ich mitbekommen habe, dass es immer wieder gefragt wird, wie das geht, aber es wird erstmal überhaupt gar nicht viel erklärt, ne? Überhaupt nicht, nein. Aber ich mag auch diese Tier-Career für Arme, ich weiß gerade nicht, wie sie heißt, die Chinesin, die da spielt, finde ich total toll. Und es ist halt auch ganz viel Bezug genommen auf Hydra. Also wer Avengers mag, Agents of S.H.I.E.L.D., kann man sich angucken, mit weniger Ernsthaftigkeit, sage ich mal, weniger Ernsthaftigkeit als die Filme. Ja, es hat mehr Bezug zum MCU als, sagen wir mal, Daredevil oder Jessica Jones, obwohl die auch hier und da mal eine Anspielung machen oder auch mal direkt was dazu sagen. Aber Agents of S.H.I.E.L.D. ist halt natürlich direkt sozusagen der kleine Bruder von Avengers. Richtig, richtig. Und auch interessanter Fun-Fact, ich glaube, die Frau von Joss Whedon ist die eigentliche Produzentin dahinter. Irgendwie so, die Frau steckt da ganz stark mit drin, aber... Kicker ist zwei. Ich bin raus gerade, weil ich weiß gerade nicht mehr, worum es ging. Da kommt der Motherfucker, der in der ersten Teil Red Mist heißt. Dann bildet er seine Superhelden- oder Superschurken-Liga, um Kick-Ass zu vernichten. Ich finde den Film gut, grandioser Jim Carrey. Da hat Jim Carrey mitgespielt. Ach, die treffen sich doch alle im Keller immer, ne? Ja, genau. Ja, der Soldaten-Typ, dieser Nachbarschaftswache-Typ. Der ist da gerade mit seiner Frau. Das ist so genial, wie er mit seiner Frau da hingeht und sagt, ja, ich mache hier mit, weil... Nee, nee, Jim Carrey ist ja der mit dem Hund, ne? Ja, nee, ich meine, der Typ ist in der Frau. Also der mit der Frau, die sind alle ziemlich witzig. Also ich finde den Film gut. Natürlich hat mir der Punch gefehlt am ersten, ne? Ja. Aber es ist keine schlechte Vorstellung, hab schon schlechter gesehen. Besonders wenn ein anderer Regisseur das Ganze übernimmt. Zu Kick-Ass. Ich finde eine Sache nur ganz, ganz schrecklich und die habe ich vorhin nicht erwähnt, aber im ersten Teil gibt es die übergroße Mikrowelle, wo ein Typ reingesteckt wird, ne? Ja. Leute, mal ganz ehrlich, es gibt, glaube ich, keine grausamere Art zu krepieren, als in einer Mikrowelle, wenn du merkst, dass deine Knochen kochen, bis das platzt und du bist noch voll bei Bewusstsein. Das geht gar nicht. Das ist so grausam. Das ist so, oah. Nee. Mikrowelle und Menschen töten, nee. Also da von mir aus irgendwas anderes, aber nicht Mikrowelle. Das ist, ich fand es so widerlich. Ja, das ist halt das Witzige bei Matthew Warren. Und der hat immer so kranke Ideen in seinem Film, ne? Bei Kingsman sind ja auch immer fiese Sachen dabei. Ja, aber die werden möglich, also teilweise auch mit sehr schönen bunten Farben einfach überdeckt. Ja, das ist das schon teilweise so brutal, dass es schon wieder lustig aussieht. Absolut. Überspitzt. Aber egal, so viel da. Ich finde Kick-Ass 2 ist eine gute Fortsetzung, allerdings an den ersten Kopf nicht dran, weil der erste war was Neues, was Frisches, und da war es ja erstmal, wenn die Hit-Girl angefangen hat, erstmal schockiert. Absolut. Aber auch die Entwicklung von Hit-Girl dann als ältere Teenagerin, die dann da zur Schule geht und irgendwie sowas habe ich noch in Erinnerung, war, glaube ich, ganz cool. Ja, also ich finde den zweiten, der ist schon gelungen. Jetzt keine, keine, keine der Überfilme der Welt, aber ich kann mich immer wieder gerne an. Absolut. Ich fand es beide lustig. Oh, der Math schläft gleich ein, Math, dann kommen wir jetzt richtig schnell ins Jahr 2014 für dich mit Captain America The Winter Soldier. Du hast es vorhin schon so laut gesagt, Winter Soldier, Iron Man 3 Winter Soldier, dann leg mal los. Ich muss wieder klarkommen. Ich auch immer mit deinem Leben klar, Junge. Ja, genau. Winter Soldier. Ich fand das geil, dass sie einfach da einen Gegenspieler reingebracht haben auch, den, ich weiß nicht wie er heißt, Winter Soldier, ich weiß nicht wie der, wie der Schauspieler heißt. Bucky Barnes. Bucky, genau. Den Bucky da eingebaut haben, der einfach sein Freund ist und den dann quasi gegen ihn einsetzen, beziehungsweise er ist dann hinterher gegen ihn, aber trotzdem hat ja der Captain America immer noch Bedenken und er muss halt seine Seite wählen und gucken, dass er quasi fürs Gerechte kämpft, aber trotzdem den Bucky nicht zu sehr reinreitet und, ich will nicht spoilern, brauchst man jetzt nicht mehr, dann ist er schon ein bisschen gelaufen und ihn dann eventuell töten muss, oder nicht? Der Anfang vom Civil War ist das, ne? Ja, das ist genau, gut hier, gut. Und was auf jeden Fall der zweite Captain America viel besser macht, er macht alles anders. Das heißt, der ist eigentlich ein Superhelden-Spionage-Thriller mit Verschwörung und allem, was dazugehört und das finde ich klasse. Ich finde, der zweite Captain America ist einer der besten MCU-Filme überhaupt. Und er ist fetter fast, also von der Aufmachung her, als der komplette Avengers-Film zwei Jahre zuvor. Er hat nicht nur einen von diesen fetten Hoover-Craft-Dinger, nein, verfickt, da fliegen vier oder, ne, drei oder vier von diesen Dingen dann rum. Ja, die sich ja gegenseitig schießen auf den Barf ab. Der Film ist so riesig. Ja, und jetzt warte mal zu The War, da kommt mir das ja auch so was wie in Avengers 2.5. Ja, genau, das würde ich sagen. Das ist ja eigentlich ein Avengers-Film, nur in Captain America gewandt irgendwie. Das ist schon ziemlich schön. Ja, allein. Ja, Ladies first. Ja, und da werden ja dann teilweise auch wieder ganz neue Leute eingeführt, die dann zu den Avengers werden, wie der Falcon zum Beispiel, ja. Der Falcon, der dann seinen Auftritt wieder bei Ant-Man hat. Sehr witziger Auftritt. Super gut, richtig gut. Ja, ich habe den gesehen und dachte so, okay, es ist ein Single-Film, es ist Captain America und als ich aus dem Kino ging, dachte ich, boah, das waren Avengers, das war kein Captain America, das war... Der hat mich von den Dimensionen weggeblasen. Absolut. Das habe ich erwartet, ne? Und das erwarte ich jetzt dummerweise auch für die, für die weiteren Single-Filme, weil, weil Captain America, äh, wie hat das Soldier? Das Problem ist, man erwartet immer mehr, ne? Also man, man schiebt ja so eine Eingedachtung nach oben. Muss ja auch. Also entweder hast du so eine richtig fette Story, die dich packt oder du haust richtig derbe auf die Nüsse und das macht Winter Soldier. Und das mochte ich ja auch beim Winter Soldier, weil, ähm, der Erste, der hat zwar gute Action-Szenen, aber keine Wucht, der war irgendwie glatt gebügelt. Und der Zweite, der hat richtig viel Gewicht und Wucht. Also wenn, wenn der zuschlägt, dann tut es dir selber weh teilweise. Also wenn die Leute da wegfliegen, etc., also der ist richtig, der tanzt das leider. Volles Brikett und, ähm, der Erste hätte das aber sein können, weil die hatten immerhin das Szenario des Zweiten Weltkriegs. Aber da war die Serie noch nicht so groß, da war, also, du siehst, einfach die gleiche Kohle, glaub ich, die bei Avengers geflossen ist, wenn nicht sogar mehr, ist es bei Captain America geflossen. Ja, und der hat's auch locker reingeholt. Er hat 800 Millionen eingespielt, der war richtig erfolgreich. Ja. Habt ihr euch mal den Trailer zu Civil War geguckt? Ja, aber hallo. Er wusste da ganz zum Schluss beide gegen, äh, so Bucky und, äh, Captain America gegen Iron Man boxen. Ja. Ich find das so episch. Also das hat mich richtig, also, richtig scharf gemacht auf den Film, ne? Weil ich halt genau wissen will, was da jetzt abgeht und ich frag mich auch, ob die überhaupt die Chance hätten. Ja, das, das, das ist ja so ne Sache, aber ich muss ganz ehrlich sagen, wo wir jetzt gerade bei Winter Soldier sind, ähm, den Ersten fand ich gut und hab mir gedacht, ich guck mir den zweiten Mal an und nachdem der zweite fertig war, hab ich gesagt, das scheiß doch auf den nächsten, äh, ob noch Iron Man kommt, ich will den dritten Captain America sehen. Und das ist so ein Ding, ähm, Captain America war nie einer, wo ich sagen würde, ja, der gehört zu meinen Lieblingshelden. Der war für mich immer so, ja, ist da. Ja, genau, genau, der hatte für mich nie ne Bedeutung und, und, und hier haben sie es geschafft, ein, ein sehr patriotisch, ich meine, der heißt America, aber die haben es geschafft, den in Europa zu etablieren als, als, also man, man sieht hinter America nicht, Amerika, sondern das ist nun mal sein Name, so wie Paris Hilton, ja, weißt du, also, der heißt nun mal einfach Captain America, scheiß die, äh, Wand an, ist egal, aber es ist ein verfickt geiler, tiefgründiger Held. Es gibt ja auch Captain Marvel. Ja. Ja, und verfilmen sie sogar. Es gibt auch Captain Obsidious. Ja, äh, ne, Captain Marvel verfilmen sie sogar. Ja, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, ist genau, ist genau. Ich weiß nur, dass es einen Captain Marvel gibt, ich weiß nicht, ich kenn dann nicht. Ist aber eine Frau. Ja, es ist dann auch besser. Ähm, ja, ähm. Meine Superkraft ist, ich verkaufe mich an Walt Disney. Ich bück mich für Disney. Wenn sie da ist, was sie da ist. Miki, zieh die Wader-Maske auf, bitte. Acht Millimeter, Disney Edition. Der Film geht in zwei Minuten, Vorspann, Abspann. Und du siehst am Anfang Mickey Mouse auf diesem Boot. Am Ende hat dieses Film Ach ne, das ist eine andere Firma Looney Tunes Ja, wie du schon gesagt hast, Captain America ist für mich ein richtig vielschichtiger und wichtiger Held geworden, nur durch diesen Film und deswegen klicke ich auch freudig den nächsten Avengers entgegen, weil die werden vom gleichen Regisseuren-Duo gemacht wie Captain America 2 und 3 Trine Ey, ganz nebenbei, ich hab hier grad mal geguckt wegen diesem Captain Marvel, es gibt einen Captain Marvel von DC und es gibt einen Captain Marvel von Marvel Comics Ja Es gibt einen Captain Marvel von DC? Ja, das war ein Seitenhieb Das war ein Seitenhieb gegen Marvel Achso, und dann hat Marvel selber einen Captain Marvel erfunden? Ja, und du ist dann weiblich geworden. Genau, die wurden sie verfüllen Gibt's den Captain Marvel von Marvel nur, weil der vorher von DC rauskam? Ja Und du sagst, wir sichern uns besser mal die Rechte? Ne, ich glaube... Ne, einfach wegen Marvel Comics nehm ich mal an Die haben das, ich glaube ich reagiert, das war ein Seitenhieb von DC gegen Marvel Und Marvel hat dann eigentlich, äh, hat dann gesagt, okay, mach mal unseren eigenen Captain Marvel Aber, aber was, was ist denn die Kraft von Captain Marvel, wenn ich mal fragen darf? Ja, weil mir sagt das gar nicht Ich glaube, die kann fliegen, etc., etc., was auf uns bei Helden Aber die ist nicht so bekannt, aber die kommt, glaube ich, auch irgendwann mal bei den Avengers Vorrat von den Comics Äh, der hat irgendwelche Magiefähigkeiten, die einem, ähm, gütigen Zauberer, Shazam, äh, die Kälte von Merlin, äh, bekommt Von Shazam, Shazam gibt es Ja Shazam, Shazam, Shizzle, Shizzle, mal Schnizzle Ähm, das ist hier... Hast du da was von? Ah, ne, ne, ich bin gerade bei Dr. Strange, vergiss es Aber ist das süß, äh, ähm, Protan kann sich der, äh, durch das Aussprechen seines Namens, der, des Zauberer, ne, durch das Aussprechen des Namens des Zauberers in einen 1,90 Meter großen stämmigen Mann verwandeln Über Superstärke, Supergeschwindigkeit und Ausdauer, physische, magische Unverwundbarkeit, Feuchtlosigkeit, Weisheit, sowie gesteigerte geistige Wahrnehmung und die Fähigkeit zu fliegen Ich finde das nur so geil, dass der 1,90 Meter groß wird Ist die Leute damals nicht so groß geworden Naja, ja Also ich kenne so einige Menschen, wenn sie ihren Namen aussprechen, müssten sie dann schrumpfen, ja Ah, so Edmere, ne Oder Alex Vendetta Man Der Axel van Detlef Man, ja Also Winter Soldier sind wir uns alle einig, großartiger Film dafür, dass es so ein Standalone-Ding ist Ja Ja, was wolltest du sonst von mir jetzt? Ich wollte einfach mal hören, was so bei dir geht oder ob du schon gestorben bist vorm Rechner Naja, aber Winter Soldier habe ich nicht gesehen Trin, ey, Weihnachten wird für dich nicht Weihnachten, es wird Marvel Auch kein Weihnachten wird mehr dasselbe sein Das Problem ist jetzt, wenn ich mir die Wikiliste angucke, habe ich jetzt noch X-Men Zukunft ist Vergangenheit gesehen und Guardians of the Galaxy Ich finde beide, ich finde die Serie doof Hatten wir ja schon Und Paco macht schon diese Geste gerade Im Endeffekt ist ja dasselbe, ne Das ist halt einfach so ein Reboot Genauso wie bei Hulk, die ganzen 10.000 Reboots Ich finde das immer Die sind schwierig zu verfilmen, glaube ich Und ich frage mich auch immer wieder, warum so zum Beispiel ein Jamie Fox Der würde ich gar nicht zu grandiosem in der Lage jetzt immer wieder verheizen für irgendwelchen Schwarz Nee, nee, nee Ey, Jamie Fox In diesem Film, ich meine, der Typ hat einen Oscar, oder bin ich gerade blöd? Nee, der hat einen Oscar, ne? Ja, der war zumindest nominiert für Ray Der für eine Hauptrolle mit dem Oscar ausgezeichnet wurde Okay Der ist großartig Also ich mag Elektro Ich wusste nicht erst, was ich von dem Film halten soll Aber ich fand Für den Filmverhalt, er selber ist gut Aber der Film Ich weiß nicht, bei den Spider-Man-Filmen, da fehlt so Weißt du, kennst du das, du guckst den Film, ja Und denkst dir, das geht Hatte ich in dem Film bei der Stelle auf dem, auf dem Dings, auf dem Wie heißt, ganz kurz, werf, bleiben Sie ruhig Ja, auf dem Dach oben mit diesem Turm da oder was Nein, 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 auf dem, auf dem, wie heißt es in New York, der Platz davor Ja, hier, wo die ganzen Typen sind Times Square, auf dem Times Square Diese Szene, wenn er dieses Elektro-Ding macht, es friert ein, der Spinnensinn kommt Und dann wird sofort überlegt, wie kann er jetzt alle Leute retten, wo ist eine Gefahrenquelle und so Diese Szene hatte mich und dieser Film hatte mich ab diesem Zeitpunkt und ich fand ihn toll Ich fand ihn besser als den ersten, muss ich sagen Aber den ersten fand ich nur, naja, den zweiten fand ich ganz okay Aber im Endeffekt ist wirklich so, ich finde von den ganzen Spider-Man-Filmen nur den zweiten Der letzten Trilogie wirklich gut Ist eine Aussage Also ich konnte mich mit den Neuen anfreunden, weil sie ein bisschen mehr in diese Zeichentrickserie ging Wie Amazing Spider-Man, obwohl halt Elektro nie einer meiner Wunschgegner gewesen wäre Genau wie die Echse, also da ist einfach so das Problem Aber es gab noch einen zweiten Gegner, ne, im zweiten Teil Es gab nicht nur Elektro, es gab noch Ja, eine gab noch Rhino Na gut, das ist schon der Spoiler für den dritten, der ja kommen sollte Der nicht mehr kommt Ne, war nicht aber auch schon von den Osborns wieder klar, dass der Sohn irgendwie mit dem Ja, ja, der Kobold wurde auch wieder angespoilert, aber Genau Die Osborns sind doch in jedem Spider-Man irgendwie Die Osborns sind aber auch eng verbunden mit dem Parker Egal, wer ist das schon drin Jetzt haben wir alle wieder durcheinander geredet Ja, er war jetzt halt auch Schluss von diesem Tag Ja, Osborn war ja sein Freund von Peter Ja, aber nicht nur das, in der einen Handlung ist es halt einfach nur halt, ja, Freund von ihm In der anderen Handlung ist, ähm, der Vater und die Mutter von Peter, also in dem anderen Universum Waren das Geheimagenten, die gegen Osborn ermittelt haben Dann gibt es noch das, wo Peters Vater, ich glaube, das wird nämlich in diesem Amazing Spider-Man Peters Vater war, ähm, äh, Doktor oder Labo, also hat irgendwo gearbeitet Und hat sogar diese, diese Sache mit dem Spinnenzeug und so überhaupt erfunden Das kommt ja dazu Ja, die baut sich anders auf, die, die, die Filmbreihe, ne Komplett, also, aber die, die Verbindung zu den Osborns ist immer gegeben Außer zu Ozzy Naja, gut, kann natürlich auch sein Da weist aber ein Batman, die, äh, Fledermois-Kopfe ab Batman kommt in seine Höhle überall abgerissene Kämpfer Nein, meine Haustüge Und jetzt wird dann der Anti-Held, Schleppchen I'm a dreamer Batmans, Batmans Erzfeind, der Osborn Oh Mann, sind wir scheiße Nach müde kommt doof Ähm, ja, dann machen wir weiter Spider-Man 2 haben wir auch abkackt Wir, 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 wir rasen jetzt zum Ende hin, weil wir uns sehr viel Zeit am Anfang gelassen haben Aber das war mir wichtig Aber da haben wir ja eh schon vieles, wie, guck mal, X-Men Zukunfts ist Vergangenheit Genau Brauchen wir nicht drüber reden, außer halt, dass, äh, Game of Thrones da großartig Endlich sind die Gnome im Kino angekommen Jawohl Ja, und nicht nur beim Hobbit Achso, ätter Ja, ätter, ich überlege kurz, klar Loco Was? Nicht schon gut Der Kleene So, und jetzt kommen wir zu dem, ähm, zweiten oder ne, dritten Infinity-Stein Nämlich zu Guardians of the Galaxy Und da ist ja ganz, ganz vielen Menschen überhaupt nicht bewusst, dass Guardians of the Galaxy und Avengers eng zusammengehören Weil du das mal die Story gehörst Ja, aber es wird sich ja auch aufbauen noch, ne? Diese, diese, diese Zusammenkunft Ja Was hast du gerufen, Paco? Ich hab mal gefragt, was wir zu Guardians sagen Was sagst, was sagt ihr denn zu Guardians? Außer, ich bin, Moment Ja, Moment, 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 Moment Der kann aber noch mehr, oder? Ja, das ist für diese Der kann auch sagen, wir sind Ja, was sagen wir zu Guardians? Ja Das Ende ist das Beste Guardians of the Galaxy Mein absoluter Lieblingsfilm im MCU Hab ich ungefähr 15 Mark gesehen oder vier inzwischen Absoluter Lieblingsfilm im MCU Ne, M-U-C Ne, M-Marvel Marvel Cinematic Universe MCU Nicht zu verwechseln mit CCI Kino-Welt, oder wie das heißt MCU-Kino-Welt, wie heißt denn das? Gibt's auch eins? UC Also UCI UCI, das ist bei uns hier irgendwo Aber nicht zu verwechseln wiederum mit ICQ Ja Nutzt das überhaupt noch jemand? Ja Carglass Egal Guardians of the Galaxy Hat komplett eine Komplette neue Mannschaft eingeführt Komplett neue Charaktere Und die einzige Sehr, sehr mutig Sehr, sehr mutig Sehr viel Geld reingesteckt Ja, aber ist ja nichts Neues Es gibt's ja als Comic Gibt's die doch schon Rani Ich kann sie nie Das ist ja kein bekanntes Comic Ist nicht so wie Iron Man Oder Hulk Oder Captain America Den auch jeder hin zu der Kunst Denn mit Comic Nichts zu tun hat Gary Guardians kannte keine Sau Außer die wirklich Sich mit Comics beschäftigen Richtig Richtig Vollkommen richtig Und dann kam natürlich dazu Ein sprechender Baum Und ein sprechender Waschbär Verkaufen sich im Kino Auch nicht immer gut Nee, komm Ein sprechender Baum Immer Ja, und die Bäume bei Herr der Ringe Die waren auch geil Ja, absolut Und der Baum bei Evil Dead Ich glaube Man muss eigentlich Mehr Filme mit Bäumen Ja Verbrennt Bücher Rettet Bäume Genau Nee, gar nichts Das ist zum Beispiel Ein Film Der 3D-Effekt Ist der Hammer Das kann ich euch sagen Meine Steelbox Ist ein Walkman Hier Eine Kassette Ist super geil Also das sieht einfach nur geil aus Dummerweise steht sie natürlich Gerade im Regal Weil ich hab zu wenig Platz Ja, sie sieht aus wie diese Jukebox Bei Ant-Man ist zum Beispiel die Steelbox Die habe ich nämlich auch Ist eine SSD Ist auch sehr, sehr cool Eine SSD, wo ein Einschussloch ist Und in dem Einschussloch sitzt Ant-Man Aber für Sammler Total toll Ja, Guardians of the Galaxy Ich hab ihn nicht im Kino gesehen Weil ich hab's zeitlich damals nicht geschafft Aber als der rauskam Auf Blu-Ray Ich hab ihn sofort vor Oder ich hatte ihn sogar vorbestellt Und hab ihn mit Vier Freunden Oder fünf Freunden Weil wir ihn alle nicht gesehen haben Zuhause geguckt Und abgefeiert Ja Chris Pratt macht seine Sache Ja auch richtig gut schon Da ist ein rückiger Typ So Absolut Ich finde die machen ihre Sache alle gut Auch Ich finde die Jundu-Klasse Besonder Ja, aber ich hab den vorher nie Irgendwie so Den größeren Film Ich meine Chris Pratt meinst du Ja Der war vorher auch ein Model Der in Comedian mitspielt Ja Aber er hat sich ja erst so runter trainiert Für Guardians Und alle haben gesagt Was? Der kann doch keine Hauptrolle In den Marvel-Film spielen Und es hat funktioniert Und Jurassic World Kam natürlich dann danach Und so weiter und so fort Ja klar Jetzt wollen wir Ein Beboot von Indiana Jones Aber der hat Noch ein Beboot Ach geil Wisst ihr, dass der vor Ich weiß nicht genau Aber vor vier Jahren Oder so Oder vor sechs Jahren Hat der ja mal getwittert Oder bei Facebook Zum Spaß geschrieben Aha Ich geb eine Rolle Im nächsten Jurassic Park Und das war einfach nur Wirklich so ein Gag Ja Und jetzt War ja die Hauptrolle Ja wie krass ist das denn bitte Ja aber Das finde ich auch ganz witzig Nur dass jetzt beim Guardians Ist auch einer der Unbeschwerteren Filme Also der nimmt sich selber Nicht so ernst Kein Stück Das ist aber auch glaube ich Das was den Film Auch mit so erfolgreich macht Dass der so viel Humor Dabei mitbringt Ich lache jetzt noch Tränen Bei manchen Szenen Weil der Humor Ist halt sehr trocken Ich wollte nur sehen Ob du es machst Die Sache mit dem Bein Alter Ich konnte Oder wenn die mitten Am Kämpfen sind Und dann guckt nur die Szene Wo er da sitzt Du brauchst was von mir Und dann geht es ganz normal weiter Oder wenn der Trackster zerstörer Dann da ist Und er versucht die Metapher Zu erklären Mit dem Kedotür schneiden Oder mit dem Mit dem jemanden abwurzen Und dann du verstehst mich Und der eine Ja Ja Da guckt der Trackster an Nein Nein Das ist so ein trocken Der Humor Oder das ist ein schönes Messer Das war halt ich Das war mein Lieblingsmesser Ja Aber wie viel Eier musst du haben Und wie viel Geld über Damit du für die Synchronisation Für Groot Oder Groot heißt er Groot ne Ja Winn Diesel nimmst Hallo Winn Diesel Als Baum Was Ja ich weiß ja nicht Wie viel der dafür genommen hat Oder bekommen hat 100% Der hat sich einfach auch In die Figur verliebt Alex Der spielt auch Der spielt auch In Glaube ich In Phase 4 Ist er geplant Für eine größere Rolle In der Marvel Was ist Phase 4 Was ich weiß Phase 4 Ist die Phase Nach dem nächsten Event Ach du meinst Ach ja die Etappen Quasi ne Ja genau Da ist er Bei Google gesehen Er geplant Gibt es ein Teilblein Und Da ist Die geschichtliche Reihenfolge erklärt Und es wird immer In Phasen erklärt So ne Ganz genau Jetzt kommt ja Jetzt läuft der Phase 3 Wo läuft der Phase 3 Da kommt ja noch Doctor Strange dazu Und hast du nicht gesehen Und nach dem nächsten Avengers Nach dem dritten Teil Dann ist Phase 4 Und dann gibt es den vierten Avengers Also Infinity War 2 Und dann Zählen wir weiter Wie viele Phasen gibt es denn insgesamt Weißt du denn Also bis jetzt ist geplant Bis Avengers Infinity War 2 Also bis jetzt sind vier geplant Aber wenn es erfolgreich ist Dann sie bestimmt weiter machen Die schreiben aber auch gerade separat In diesen Phasen Da gehören ja auch noch viel mehr Filme rein Da ist ja dann Iron Man gehört ja auch In diese Phasen Erzählgeschichte rein Und da können ja noch alle möglichen Filme kommen Aber Robert Downey Jr. Hat glaube ich für zehn Filme Insgesamt unterschrieben Oder Ne Das Problem ist Er hat für sechs Unterschrieben Sechs Und alle anderen Sind nach Verhandlungsbasis Weil der hat Der hat ja jetzt schon Mitgespielt dann In Iron Man 1, 2, 3 Avengers 1, 2 Captain America 3 Das heißt Sein Vertrag ist erfüllt Alles weiteres Verhandlungsbasis Ich habe gelesen Ich habe nach einer Fortsetzung zu Iron Man Gekuppelt Also Iron Man 4 Und da habe ich gelesen Dass der Robert Downey Jr. Gesagt hat Dass er auch Eko-Wan langsam Im Sicherheitsalter Für wird Ist auch Ein sehr actionlastiger Film Iron Man Wobei er ja nur Im Anzug rumläuft Das kann jeder machen Du brauchst ja nur sein Gesicht Aber das Ding ist Die haben glaube ich Nachverhandelt In Avengers Wird wohl Definitiv noch vorkommen Captain America Jetzt halt auch Aber Iron Man 4 Ist vorerst Nicht geplant Aber Da gibt es ja Den Kniff Aus der Comic Reihe Nämlich in der Comic Reihe Ist Tony Stark Auch nur Zu teilen Der Iron Man Und dann später Im Grunde So was wie Jarvis Also Jarvis Er ist dann quasi Der Mentor Vom Nächsten Richtig Genau So wie Bruce Hier in Batman 2000 Da war Bruce Wayne Ja auch nur noch Zuhause Und hat dann Den neuen Batman angelernt Ja was zum Teil Auch der alte Robin war Der dann Batman geworden Genau Genau so was Genau Aber so könnte ich mir Das bei Iron Man Auch vorstellen Er kann ja einfach Dann wirklich der Mentor sein Und der dann einfach Mit Rat und Tat Zur Seite steht Ich kann nicht mehr sagen Als toller Film Und du hast den Kollektor Noch angesprochen Über den sollten wir Noch ganz kurz sprechen Weil der ist ja richtig Würdest du gar nicht Oho Der erzählt die Story Über die Steine Eben Und der erzählt Ja zum ersten Mal Was empfinde die Steine Überhaupt sind Das sieht man ja In Tesserakt Der schon in Captain America 1 Und Avengers 1 vorkam Thor In Thor kam der Eta vor Den sieht man da auch Und der Tesserakt auch Dann kam er auch da drin vor Und ja der neue Der in Garnians vorkommt Der wird ja da gar nicht Bin dann Ich würde ja sagen Das ist der Infinity Gem of Power Aber ich bin mir nicht sicher Also das ist glaube ich Der Lila Ist der Lila Das müsste doch Der Infinity Gem of Power sein Da ist mein Problem Ich kann die nicht zuordnen Ich kann die wirklich nicht zuordnen Oder war der Rote Der Infinity Gem of Power Aber ich weiß es nicht Auf jeden Fall Also ich bin da auch Nicht so informiert Auf jeden Fall Wird es da zum ersten Mal Wirklich erklärt Worum es geht Und da finde ich auch gut Dass da Thanos vorkommt Weil das ist eine Ganz gute Brücke zu Avengers Genauso wie Das Ende von Thor 2 Eine ganz gute Brücke Zu Guardians war Weil die ja da auch Beim Collector aufkommen Richtig Richtig Und ich würde es so feiern Also ich bin der Erste Da auch springend Applaudiert Wenn die Guardians In einem der Infinity War Filme auftauchen werden Weil eigentlich gehören sie dazu Und ist es nicht sogar so Dass beim Collector Ja, aber machen sie doch mal auch Ich glaube schon Dass ich das auch schon mal Irgendwo gelesen habe Ja, die sollen in Avengers 3 Sollen die zusammengeführt werden Das ist meine Information Die ich irgendwo mal Ja, das wird immer wieder dementiert Aber es könnte auch sein Dass es ja erst in Teil 4 ist Dass die Guardians auftauchen Weil Teil 4 kommt ja Nach dem zweiten Guardians erst Ja Der kommt jetzt 2017 Ja Und Ja Und Ja, ich zähle die Tage Ich erzähle mich noch mal Wie ich muss das voran anfangen Und Ja Es könnte durchaus sein Dass erst nach dem zweiten Guardians Wirklich in Akkus genommen wird Dass sie auch in das MCU Richtig eingeklärt werden Jetzt sind sie ja immer An so einem Moment Dann noch so eine Sonderstelle Aber Marvel hat bis 2030 Glaube ich einen Plan Wie sie wie viele Filme Pro Jahr raushauen Und was sie alles Drei Stück Maximum Glaube ich Moment haben sie sogar Ich glaube schon zwei Abartig ist es echt Es ist abartig Aber ich freue mich Dass genau das Was mich als Kind Als Jugendlicher schon fasziniert hat Als Erwachsener Immer noch abholen kann Und auch mitgewachsen ist Es ist ja keine Kinderscheiße Es ist ja wirklich Zeug Was du dir als Erwachsener Angucken kannst Natürlich befriedigt es Ein Teil dem Was du als Kind schon toll fandst Ich Mein Sohn Der trägt Superman Klamotten Und Batman Klamotten Und sagt Batman Superman Er sagt immer Superhelder Ich bin Superhelder Ich sag nein Du bist Superman Ja ok Superhelder Und das Wahrscheinlich das einzige Mal wo er was richtig sagt Ist immer wenn du sagst Und wer bist du Dann guckt er dich an Ich bin Batman Ne Ne leider nicht Mit der Stimme vor allen Dingen Ja Ja Gewähre dich die Tittemutter Scheiße Schon wieder der Faden verloren Aber Ne Damit identifizieren sich halt Kinder Das wollte ich sagen Und als Erwachsener Wirst du immer noch befriedigt Und zum Teil Helfen natürlich auch diese Kindheitserinnerungen daran Selber ein Superheld zu sein Die da irgendwie so Es ist was Schönes Es ist etwas so Das klingt so blöd Ich komme so nach Hause Es ist etwas in der Umgebung In der ich mich wohlfühle Es ist schwer zu erklären Was ich meine Ach ihr bist das Ich freue mich doch Inzwischen schon so Wenn ich eine Bruin Einlege Und ich höre nur die Musik Wenn das Marvel-Logo kommt Und ich gucke gar nicht hin Das freue ich mich schon Und es wird geflattert Dass das Comic-Heft abflattert Genau Das ist super Aber zum Kollektor noch Da ist doch auch ein kleiner Seitenhieb auf Star Wars Der hat doch irgendwo In irgendeiner Vitrine Irgendwas Star Wars-mäßiges Oder hat er einen Alien da drin Oder irgendwas Habe ich da mal gesehen Was hat er alles Er hat den ersten Ersten Weltraumhund Von den Russen hat er da Genau Howard the Dark hat er da Howard the Dark Oh scheiße Ja logisch Der kommt ja auch in der End Ja ich weiß Ich weiß Es ist so schlimm Und Den hatten wir heute schon Ja Lustiger Lustiger Brückenstadt Sofrieden Jetzt kommt's Der Regisseur James Gunn Hat ja den Film Slither gemacht Mit Nathan Fillion In der Hauptrolle Der Natürlich den Captain der Serenity Gespielt hat Und das ist wiederum Just Frieden Ich kam nicht mehr mit Der Regisseur von Guardians of the Galaxy Hat den Film Slither Voll auf den Schleim gegangen gemacht Und da spielt Nathan Fillion Die Hauptrolle Der in Serenity Schrägstrich Firefly Den Käpt'n gespielt hat Und so sind wir wieder Bei Joss Whedon Und sind wir schon wieder Am Abend Ja Ist Möd Und Wie passt Castle Da mit rein Wie passt Castle Da mit rein Die Serie mit Nathan Fillion Ja das passt ganz gut rein Weil da gibt's eine Folge Wo sie auch Sympathie sind Und da ist er verkleidet Im Outfit von Firefly Dann sagt er ja Auf die Frage Was hast du verkleidet Als Space Cowboy Und seine Tochter sagt Was ist denn das für ein Quatsch Übrigens die einzige Folge Die ich je gesehen hab Von Castle Super Und schon sind wir wieder bei Firefly Großartige Scheiße Wir kommen jetzt zu etwas Was überhaupt nicht In diese Reihe passt Wenn man's sieht Auch die ganze Zeit Schon Was ist das da drin Was ist das Baymax Riesiges Robo Wah-Buhu Ach ja Big Hero 6 Mit einem kleinen Kind Dass das so einen Luftroboter hat Oder was Nein der Bruder hat den Roboter entwickelt Und der Bruder verstirbt Ja aber was hat das denn Mit Marvel zu tun Es ist einfach mal süß Alter hat so viel Herz Dieser Film Ich hab ihn auch Ziemlich unvoreingenommen gesehen Und ich war so hin und weg Von dem Film Achso Ja Also Aber das ist ein Marvel Film Was hat der Film mit Marvel zu tun Erstmal ja Disney gehört dazu Teile von Pixar Gehören Disney Er basiert auf dem Film Auf dem Comic Big Hero 6 Lose Und das ist von Marvel Ah Guck mal You're nice Ja Aber ich hab ihn nicht gesehen Ich hab nur einen Trellex Er kommt rüber Wie ein typischer Typischer Pixar Film Mit Aber dunkleren Ansätzen Also Ja er basiert halt lose Auf dem Comic Big Hero 6 Und das ist halt von Marvel Und da sind wir wieder bei Marvel Aber hat überhaupt nichts Mit der Avengers Reihe zu tun Das ist wirklich ein loses Comic Was Ja nichts Kommt der mit dem Vorspann Dieses Marvel Logo Ja weil das Comic von Marvel Rausgekommen ist Allerdings hat er nichts Mit den Avengers zu tun Nichts mit Spider-Man Ne Mev hat gerade gefragt Ob das Ob das Dings kommt Ob das Ob das Logo von Marvel kommt Im Vorspann Und in dem Film Das weiß ich gar nicht Weil ich hab nur den Trailer gesehen Ich wollte den Film mal gucken Aber ich hab ihn nicht gesehen Bei mir ist es immer so Ich finde ich mag diese Animationsfilme Unheimlich gerne Meistens hab ich auch Riesenspaß dabei Aber bis ich sie gucke Sind sie meistens zwei Jahre alt Ja aber schlecht sind diese Diese Pixar Filme ja meistens nicht Ja ne das nicht Aber ich geb ja sowas halt nicht ins Kino Deswegen geh ich sie mal Wesenlich später als andere Filme Doch ich geh Vielleicht am Montag Gehe ich auch nochmal ins Kino Und gucke den ersten Pixar Film mit meinem Sohn Arlo und Spot Okay Ja der Dino Dings Ja der Dino Dings Tolles Bild übrigens Trine Ich geb dem ÖF Die Verbindung zum Marvel Ja ich verstehe Es ist ganz toll Wirklich Es ist großartig Das zweite ist auch voll süß So Baymax und Beast Wir kommen zum Schluss Wir sind nämlich im Jahre 2015 Angekommen mit Baymax Also sprich in diesem Jahr Es ist noch dieses Jahr Dann bin ich jetzt raus Wir sind bei Agent Carter Zu dem ich gar nichts sagen kann Du hast das vorhin angerissen Paco Ich bin da Nee Agent Carter Ist in der gleichen Werbe wie Agents of Sheen Gleiche Produktionsfirma Genau das gleiche Problem Mit den Veröffentlichungen Und jetzt bin ich da Das habe ich nicht gesehen Ach nee Es war bei dir Jessica Jones Entschuldige Genau Agent Carter Ja das ist doch alles Dann diese eine Spalte Oder Wenn ich jetzt hier gucke Marvels Agent Carter Marvels Daredevil Marvels Jessica Jones Ja aber du hast noch Zwei Filme vergessen Zu denen kann ich ja wenigstens Noch was sagen Ja aber Trine Du hast drei Filme vergessen Also zu den selber Jessica Jones kann ich Eine Menge sagen Wir sind nämlich noch Vorher bei Avengers Age of Ultron Haben wir eigentlich Aber auch schon Richtig gut besprochen Obwohl ich halt Ultron Mega kacke finde Ich finde das ist ein Gegenspieler ohne Stärke Ohne Gesicht Ohne irgendwas Der ist also Ich mag die philosophische Note Die er teilweise in den Film reinbringt Allerdings Allerdings Der hat ihn nur angeklatzt Teilweise Philosophiert er ja ein bisschen Über das Leben Und über Entscheidungen Das Sein Die Menschheit an sich Oder auch am Ende Finde ich das Philosophische Wenn er sich mit Rüschen Und er wird der letzte Teil schon Und Rüschen sagt Es liegt eine Anmut In ihrem Scheitern Wo ein bisschen Angeschnitten wird Dass alles noch Richtig schief gehen wird Aber er sieht es Als Privileg Dabei zu sein Und den Ultron Dann vernichtet Also hat man Philosophische Nutzer Dann ist der Ultron Und nur eine Maschine Ich finde diesen Ansatz Interessant Weil er denkt ja Ziemlich logisch Er denkt ja Er greift die auch Nur an Weil er angegriffen wird Beziehungsweise annimmt Dass er angegriffen wird Und deswegen will er Die Menschheit quasi Hinterjochen Oder irgendwie Er hat es von den Menschen Ganz einfach nur gelernt Alles was die Menschen können Ist zerstören Also was machst du Was machst du Um das Zerstören zu beenden Du vernichtest die Menschen Genauso wie das Sky Bei Terminator macht Richtig I-Robot ist auch so ein Ding Ja wir vernichten einfach Das Übel der Erde Und das sind die Menschen Ganz einfach Genau Das ist höchst logisch Ja wenn ich Wenn ich eine Maschine wäre Und nur logisch denken würde Würde ich es genauso machen Bei mir ist Also ja Dieses philosophische Coole Sache Keine Frage Na wie ist er jetzt hier Winter Soldier War für mich Marvel's Avengers Age of Ultron Für mich Der schwächere Film Also es war Der schwächere Avenger Und er war definitiv Auch schwächer Als Winter Soldier Und ich war sogar Ein bisschen enttäuscht Also enttäuscht Auf sehr hohem Niveau Ja also Er war immer noch super Keine Frage Aber wenn ich jetzt Zum Beispiel Zwischen denen dreien Wäre glaube ich Winter Soldier Auf 1 Avengers 1 Auf 2 Und Age of Ultron Als nächstes Der hat mich Weil der Antagonist Nicht viel Profil hat Er ist kein Loki Der durch seine pure Präsenz Schon irgendwie Dich vereinbart Sondern er ist einfach Nur eine Maschine Und taucht auch Millionenfach auf Ja und dadurch hat man Auch gar nicht So den Kontakt zu ihm Ja du hast keine Du musst dich ja auch Du musst dich ja auch Irgendwie mit dem Identifizieren können Auch mit dem Böse Wicht in den Filmen Ansonsten funktioniert Es nicht richtig Und ich kann mich Mit dem nicht Identifizieren Aber es klappt Mit dem Terminator Ja weil der noch Menschliche Züge hat Ja Darf ich mal kurz Ja Ich bin raus Alles klar Tine Tine Nur eine Frage Oder Weil sowas gehört dazu Zum Podcast Deine Top 3 Dann müssen wir das Jetzt noch ganz schnell machen Unbedingt Sowas gehört dazu Deine Top 3 Marvel Filme Oh da muss ich mir Erstmal die Liste wieder auf Ich wünsche dir viel Spaß In der Zeit können wir weiterreden Ja Age of Ultron Wie gesagt Ich fand den schwächer Und ich fand auch Die Gegenspieler Diese zwei Diese Geschwister Die fand ich Unglaublich blass Sie fand ich Ganz gut Ihn Er stinkt halt mächtig ab Weil er der gleiche Charakter ist Wie auch schon Bei Days of Future Past X-Men Und weil er dort So richtig Grandios ist In seinen paar kurzen Szenen Und bei Avengers In seinen ganz vielen Szenen Einfach nur Ein klasse Irgendwer bleibt Ich fand Die waren nicht so böse Also die wurden ja auch Ich meine Die wechseln ja auch Die Seite hinterher Ey du Spoiler Wichser Echt ey Wann vergesst du mir das jetzt Ja und Ja und Ja das Ding ist Die Apfel Weißt du Die muss das nach Weihnachten gucken Ich hab nicht zugehört Sie hat mehr im Profil Weißt du Ja Ah scheiße Und deswegen Mich stört das auch gar nicht Dass er stirbt Weil ich fand Ich fand sowieso Ich hab schon wieder nicht gehört Bestimmt Ich fand halt Dass sie Mehr Charakter hat In dem Film Als er Das heißt Ihn hätte ich Eben drauf verzichten können Ich finde Was sie sehr gut gemacht haben Bei Age of Out Hawkeye hat viel mehr Profil Das find ich gut Mit der Familiengeschichte Im Hintergrund Obwohl ich mich frage Wenn die Tag und Nacht Zusammen sind Dann wissen die Alle nichts von seiner Kleinen Farm Also bitte Er ist auf dem Screen time gekommen Die sind ja nicht immer Ja aber Ich finde halt Im ersten Teil Wirkt er ein bisschen Nutzlos Er schießt halt Zwei, drei Aliens runter Und Im zweiten Teil Hat man halt Das Gefühl Dass auch wirklich Irgendeinen Zweck erfüllt Man erwünscht das Außer einfach nur dabei zu sein Nee Er war im ersten Nee Mach du es Scarlett Johans Rausnehmen Nein Nein Die ist so scharf Nein darf man nicht Darf die überhaupt nicht Da muss drin bleiben Klare Sache Aber Ich find die Die spielen Ungefähr auf dem gleichen Level Was so die Überhaupt nicht Überhaupt nicht Wenn du Bisschen was von dieser Infinity War Geschichte Kennst Dann weißt du dass Black Widow Noch eine Ganz Prägnante Ich hab's ja vorhin schon Glaub ich erzählt Aber die hat noch Eine ganz wichtige Rolle Was die Infinity Steine angeht Was man jetzt noch nicht weiß Dann ist mir das Nicht so bewusst geworden Oder Paco Korrigier mich Wenn ich da jetzt falsch liege Aber so hab ich's noch in Erinnerung Black Widow Wird noch eine wichtige Rolle spielen Das Ding ist ja Deswegen war ich am Anfang Auch so enttäuscht Black Widow Spielt eigentlich Eine große Rolle Und auch Auch spielt eine größere Rolle Als in Avengers 1 Normalerweise Deswegen war ich ja auch So enttäuscht Dass er so Ja klar Der ist halt da Dort vorbekommen ist Ja Und deswegen fand ich Das fand ich gut In Age of Ultron Dass er immer mehr Screentime bekommen hat Und auch teilweise Richtig gutes Zähnen Obwohl Hawkeye ja Im Endeffekt Ja nichts anderes ist Als ein Green Arrow Bei DC Oder halt ein Robin Hood Ja Es ist halt eigentlich Ein Green Arrow Der Nicht ganz so gut Mit seinem grünen Ventil Das stimmt Aber was du sagtest Du meintest Er wäre nicht so wichtig gewesen Im ersten Avengers Er wurde doch von Loki gesteuert Also er war schon wichtig Und damit Loki überhaupt An die Geheimnisse von Von S.H.I.E.L.D. Rankamen Und dahinter Also er war schon wichtig Aber eher auf der anderen Seite Ja Und das Ding ist Das Ding ist Da hat er dann seine Zwei, drei Szenen Auf der Bösen Seite bekommen Und später In der ganzen Schlacht Ja Da hat er halt So ein bisschen Sein Bösen Ja Aber ich glaube Da müssen Sein wirklich Eine große Rolle Man sieht ja nicht Wie er irgendwas Weltbewegen ist Na doch Er ist die Pätze Das Problem ist Du siehst im ersten Teil Nicht wer er ist Jeder kriegt seinen Screen Time Es wird Bei manchen Auch ein bisschen Mehr beleuchtet Und jeder hat So seine Momente Aber von allen Lernst du ein bisschen was Und von ihm eigentlich nur Ich wurde jetzt Konkumpiert Und jetzt schieß ich Ein bisschen mit Einen Bogen Und irgendwie Kenne ich das Gerade Wir ernsten Bei Jack Widow Schon ein paar Jahre Länger Wir sind befreundet Richtig Richtig Okay Jetzt wurde der Thor Aber auch schon Angespielt Also er wurde da Schon ein bisschen Vorgestellt Ja Aber der ist Bis zu Age of Ultron Finde ich immer ein bisschen Platz Aber die brauchten Erstmal die Superhelden Die bekannter sind Und die halt Power haben Ohne die Die menschlichen Also die menschlichen Wurden halt einfach Bisschen hinten angestellt Ja Die ziehen auch Niemals ins Kino Ne Absolut nicht Mich vielleicht Ja Ich würde mir Wahrscheinlich Nach Avengers Würde ich mir Ein Black Widow Film Oder ein Ja Black Widow Film Wünschst du dir Sowieso schon Seit Iron Man 2 Hab ich doch Hab ich doch gesagt Heidi Heider 2 Auf daheim Und auf der Heidi Man muss sich die noch einmal Anklicken Und schon willst du sagen Hey komm mach doch mal Einen eigenen Film Ist doch klar Aber das ist so eine scharfe Das ist so eine sexy Frau Dahinter Und 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 Ich finde die kann man sich Angucken Zumal 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 Nehmen Beigesagt Zumal die Rolle Ziemlich gut Was die Action Szenen angeht Und was auch die Charakter Szenen angeht Die deutsche Synchro Hat eine Mischung Aus sexy Und gelangweilt Was ich sehr sehr geil finde Ja das ist ja irgendwie Das ist ja Sie auch im Original Das weiß ich nicht Das weiß ich überhaupt nicht Aber finde ich super Ne Ich finde Ich habe auch dieses Im Original Von gelangweilt Über herablassend Äh Bis Bisschen zu verrucht Äh Kling in einem Satz Liegt vielleicht daran Weil sie Natascha Russen Die sind immer Ein bisschen Ander Ne das war gerade Kein russisch Ist egal Trina Hast du jetzt Deine drei Filme Ähm Mehr oder weniger Raus raus Also Guardians of the Galaxy Ganz klar mit dabei Fand ich halt auch Wirklich großartig Auf der drei ja Ne Es ist für mich Relativ schwierig Jetzt so eine richtige Reihenfolge reinzukriegen Aber sag ich mal Wenn ich jetzt so Auf den ersten drei Plätzen Besehen müsste Würde ich so rein Ich kenne ja eure Top Dinger hier mit Winter Soldier Kenn ich ja nicht Ne Das war jetzt gerade Einfach nur Nur bei diesen drei In Anführungszeichen Äh Avengers Filmen Weißt du Ja weil Captain America Winter Soldier Ist ein Avengers Film Ähm Dann finde ich halt Ähm X-Men Äh Der letzte Widerstand Fantastisch Äh Und Blade Eins Kann man wirklich Also ich Kann man nehmen Kann man nehmen Ja Ich wäre jetzt nicht Meine Meine Top 3 Aber es sind Alles drei Filme Die ich Subjektiv Ich bin Ich bin Auf jeden Fall Nicht Ghostwriter Unter der Top 3 Ich finde ihn gut Aber so weit Schafft das dann Aber Blade 1 Mit reinzunehmen Da Also dass Dass der 90er Jahre Dass der 90er Jahre Captain America Nicht dabei ist Wo David David Hassel of the McFury Spielt Oder Howard Zeduck Was ist los mit dir Ja oder Faltkristig vor Von 94 Oder was wir da hatten Vorhin Oder dass der Hassel of the McFury Spielt hat Da komme ich nicht drüber Einweg Seit ich das weiß Nein aber Gerade für die Für die Menschen Da draußen Die Trine ist noch zu haben Die ist zwar verheiratet Aber hey Da kann man noch Was dran ändern Die hat Blade gewählt In die Top 3 Überlegt es euch gut Das kommt immer gut Fürs Video Weißt du Kann ich dich In einem Titel Wie Was Schienchen sucht man So ungefähr Bei Parship Verlieben sich Singles Alle elf Minuten Bei diesem Podcast Alle drei Bei diesem Podcast Werden sie alle drei Minuten Wieder geschieden Bei Trine hat es jetzt Dauert 4 Stunden Und 55 Minuten Aber danach ist sie geschieden 56 Minuten Ich gehe jetzt Ins Bett zu meinem Mann Also Vielen Dank Dass du mitgemacht hast Bitte Tschüss Viel Spaß noch Bei Tschüss Natascha Das war ja Der letzte Oder Ja Fast Außer wir nehmen die Serien Ja ja Die kommt Dann Viel Spaß noch Tschüss Ciao Ciao So Das war die Trine Und wir sind bei Ant-Man Wir sind bei den letzten drei Punkten Und wir haben echt fast die fünf Stunden voll Ich hätte es nie gedacht Ich dachte wir sind hier Nach einer Stunde Unglaublich Ja und ich Ich dachte auch Ich steige um 10 Uhr ein Und dann ist es bald rum Aber man kann sich aber auch über dieses Thema Und wie man so hört Wir alle lieben die Filme Du noch mehr als wir Weil du bist halt dieser Dieser Aber egal um welches Thema es geht Paco ist der Typ Der immer alles weiß Der weiß die BH Größe Der Der zweiten Schwester Des Regisseurs Weiß ich nicht Sowas weiß der So was weiß ich So was weiß ich Mit Sicherheit nicht Ja und welcher Film Genau Findet Doris Das ist doch egal Wir sind bei Ant-Man Und Ant-Man ist auch halt Bei mir natürlich Der letzte Film Den ich gesehen habe Und auf den ich mich Sehr gefreut habe Aber es auch wieder Nicht ins Kino geschafft habe Wie ich vorhin sagte Ich auch nicht Ich fand es sehr gut Dass Michael Douglas Eine Rolle bekommen hat Ich fand das so genial Ich hab den Ich finde man hat Michael Douglas In so einer Rolle Nicht unbedingt auf dem Schirm So als Marvel Gut er spielt ja jetzt Ist ja kein Superheld Nee da bin ich bei neuneinhalb Wochen Wenn ich an Michael Douglas denke Eigentlich schon Eigentlich ist er ein Superheld Ja Ja er war Ant-Man Das Ding ist Ja stimmt Original Original Avenger Mitglied Hank Pym Den er jetzt spielt Als älteren Ant-Man Oder als früheren Ant-Man Ist eigentlich der Original Ant-Man Und jetzt der Den du im Film hast Ist der zweite Ant-Man Ja das wird dir auch so erklärt Klar Aber er spielt ihn halt nicht Er spielt ihn nicht mehr Und das ich finde Ich finde Ant-Man wirklich gut Ja also ich hatte viel Spaß In dem Film Ich hab ihn mir direkt geholt Als er rauskam Und hab ihn dann auch Jetzt schon zweimal gesehen Also einmal Einmal habe ich ihn geguckt Mit meiner Freundin Und dann nochmal mit meiner Freundin Weil sie nachher Einstattung Aber danach Dann mein Sohn Und ja und Ich finde ihn wirklich gut Aber ich hab ein riesen Problem mit der Ant-Man Welches? Dass eigentlich Ultron Von Hank Pym Entwickelt wurde Und nicht von Tony Stark Die hätten Ant-Man In der letzten Phase Einführen müssen Dann hätten sie die Kontinuität Inhalb des Universums Waren können Aber ist ja für die Fans Aber da kannte keiner Hank Pym Ja und das ist nie Ein großes Problem gewesen Soweit ich weiß Nein Ich mag Ant-Man Und ich finde das auch Jetzt bei Age of Ultron Gut gelöst Aber ich finde Es hätten in der letzten Phase Einführen sollen Dann hätte jeder Hank Pym gekannt Und dann hätten sie gewusst Wer Ultron Wirklich erfunden hat Und so konntest du Natürlich nicht bei Avengers hinstellen Und sagen Oh da ist irgendeiner Den ihr nicht kennt Aber der hat jetzt Ultron Das ist richtig Auf der anderen Seite Unterstreicht es Ein bisschen Tonis Charakter Also da kam ja wieder So ein bisschen Tony hier Iron Man 2 Arschloch durch Als er das durchgezogen hat Weil er einfach Von sich selbst überzeugt war Ja aber eigentlich Aber auch Aus den richtigen Beweggründen Aber das Falsche getan hat Er wollte die anderen retten Und damit hat er erst Das Übel heraufbeschworten Aber so passiert ja Viel Schlimmes Ja es ist ganz oft so Dass die Leute Mit dem Mit dem Wirklich mit richtigen Intentionen reingehen Und wenn sie zu sehr reinsteigen Werden sie selber Fanatiker Und das passiert dann Apple Ja Aber genauso wie bei der Reptilie Bei Spider-Man Ja genau Das ist ein ganz altes Motiv Auch Geschichten Theaterstücken Sagen Bibel Bibel Ja Da hat irgendein Idiot gedacht Ich schreibe jetzt bescheuerte Geschichten auf Vielleicht glaubt es mir Irgendwer Das hat funktionieren Nee aber du siehst mal Was draus geworden ist Ich meine die Seite Ähm Nee das Aber ich mag Enden sehr Ich finde das ist mal Eine ganz andere Perspektive Und cool gemacht ist er Ja Und ich bin sehr gespannt Wie es weiter geht Zumal jetzt In Den zwei Endsequenzen Eigentlich da konnte ich gar nicht sagen Noch ein neuer Avenger eingeführt wird Moment Moment Warte 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 Ich hab Ich hab glaube ich den ganzen Abspann gesehen Helf mir mal kurz Was ist die erste Abspannszene Ich muss grad ganz scharf überlegen Das ist die Abspannszene Mit dem Anzug Für Hank Pimps Tochter Richtig Genau Genau Die hab ich gesehen Die Abspannszene Ja Und normalerweise gehört zu Edmund immer Was Schon immer Ja Ja Die hängt immer bei dem um Das heißt Die wird wahrscheinlich dann Bei den nächsten Avengers auch dabei sein Okay Aber sie ist doch Wasp Ja sie ist Sie wird jetzt Wasp Sie ist es ja Früher war es ja ihre Mutter Genau Wie heißt sie Wasp Die Wespe Die Wespe Ja die hatte auch so einen Anzug Aber die hat auch Flügel Aber die hat auch Flügel Ah ok Was ist ein Quatsch Warum hat Ant-Man keine Flügel Was soll denn die Scheiße Weil es ja sonst Wasp-Man wäre Ja Aber es gibt auch fliegende Armeisen Ja aber die benutzt er ja Er reitet ja dann auf den Armeisen Das ist aber das coole Sie ist dann Wasp Sie kann fliegen Und er hat seine Armeisenarmee Ist eigentlich ganz cool Ist ein bisschen unterschiedlich Nichts Wo man da selber hält Ja Alles schön und gut Die wird ja eingeführt Und dann wird ja uns noch schön Der Winter Soldier Gespojert Im Abspann Und es wird auch angedeutet Dass vielleicht Ant-Man Im Winter Soldier Vorkommen können Hä Stopp mal Wann kommt das Das habe ich nicht gesehen Weiß ich nicht Na Ganz am Ende Ganz die Länderhinweise Kommt Verfickte Kacke Ich habe Ich habe es noch ein bisschen laufen gehabt Und habe es dann ausgemacht Alter ich muss Kann man ja nochmal machen Ja Bekommt ja nichts Ja und auf jeden Fall Da ist eine Szene Die auch im Winter Soldier Trailer Vorkommt Mit dem Winter Soldier Mit dem Falcon Und Captain America Und da geht es darum Irgendwie dass sie Hilfe brauchen werden Und dann meint der Falcon Also ich kenne da jemanden Ja doch das habe ich gesehen Mit gewissen Fähigkeiten Das heißt es könnte sein Dass beim Winter Soldier Auch Ant-Man Vorkommt Doch das habe ich gesehen Stimmt Und ich meine alleine schon Dieser Kampf zwischen Falcon Und Ant-Man Der deutet ja schon stark hin Auf den Auf Captain America Und natürlich auf Tony Stark Ich meine weil Die wollen ja was klauen Von Stark Enterprises Obwohl ja der Wie heißt der Doktor Du hast den Namen gesagt Hank Pimp Hank Pimp Der hält ja nicht viel Vielleicht Mal jetzt noch nicht spoilern Der ist halt auch ziemlich frisch Der ist nicht frisch Der ist schon seit Also vom Ja aber ich finde den schon Relativ frisch Auf Blu-ray ist er frisch Der kam glaube ich Am dritten Auf Dritten Dritten Dezember Auf Blu-ray oder so Er kam an dem Tag Bei mir jedenfalls an Ich hatte Pixels Und ich hatte Ant-Man Vorbestellt Und beide kamen Ein und demselben Tag Findest du Pixels gut Ich muss wirklich sagen Das ist seit ewig Zeiten Der Adam Sandler Film Bei dem ich am meisten gelacht habe Hast du mal Ridiculous 6 gesehen? Ich hatte immer so einen hoch Und unten runter Der macht ja manchmal echt geile Filme Und dann hat er auch ganz viele Filme Die irgendwie nix sind Richtig Was ist Ridiculous 6? Deutscher Name? Ridiculous 6 heißt der ja auch auf Netflix Das ist ein Western-Film Auch mit deinem Center Ah Netflix habe ich doch nicht Ja aber das lustige ist Der kommt in den USA im Kino Und gleichzeitig Wenn du Netflix hast Kannst du ihn schon in den USA Und in Deutschland gucken Nein Weil das ist nämlich ein Netflix-Film Das ist der Film mit den Indianern Wo er Ärger für gekriegt hat Weil er das indianische Volk Falsch darstellt Und die Darsteller sind vom Set abgehauen Ja ja Dabei ist es eigentlich Der macht das doch irgendwie Wie sehr anhört Ja nein Der verarscht ein bisschen Die indianische Kultur Oder sowas in dem Film Aber jetzt nur mal so Hier am Rande Ich habe hier aber jetzt mal Eine Liste Für Civil War Ja Captain America Iron Man Spider Man Black Widow Scarlet Witch Agent Carter Ant-Man Vision Hawkeye Winter Soldier Black Panther Black Panther Konfort Kaiser Thunderbolt Ross Konfort Der Falcon Konfort War Machine Konfort Steht Ihnen das Spider-Man drauf? Ja Spider-Man Konfort Ist das die Liste zum Film? Ja Okay Weil dann werden die mit Black Panther Wenn der kommt Dann kommt dieses Ominöse Ich weiß nicht wie es heißt Das ist ein afrikanisches Land Der Black Panther ist ja wirklich ein farbiger Der da In diesem afrikanischen Land Genau Eigentlich der einzige Marvel-Universum Da noch mehr Geld Als Tony Stark Hat Ist das Ja Aber halt über Afrika Da Also Es ist ein Pseudoland Das gibt es nicht wirklich Ja genau Das ist ein erfundenes Land Genau So wie Metropolis Oder sowas Und Stimmt Aber wie Kriegen Also Ich weiß das ganz ganz viel Vom Civil War Auf diesem afrikanischen Kontinent Da abgeht Aber ich kriege das alles Nicht mehr zusammen Das ist schon echt ein bisschen her Kriege ich das denn vorher Nochmal irgendwie Einen anderen Film Ein bisschen Als Erklärung Haben sie schon Black Panther hat Eine komplett eigene Serie Als Prinz von Bel Air Hey komm Der ging noch klar Oder Der ging noch Der kommt dann auch die Kohle her Weil man so viel Musik macht Mein Lieber Ja und auf jeden Fall Bin ich da sehr gespannt Bei der Black Panther Wird er dort eingeführt Und dann kriegt er auch noch Seinen eigenen Film Genau wie Doctor Strange Und Doctor Strange Da freue ich mich sehr drauf Weil Benedict Cumberbatch Einfach Ein super cooler Schauspieler ist Und da freue ich mich Sogar noch mehr drauf Haha Achtung Jetzt kommt wieder Gefährdichtes Nerdwissen Und zwar Ja Benedict Cumberbatch Sherlock Doctor Strange Und Sherlock Ja Und Star Trek Und Star Trek Und ja Aber darum geht es jetzt Und spricht den Smaug Im Hobbit Martin Freeman Der den Hobbit spielt Der den Dr. Watson spielt Ja Hat eine Rolle In Civil War Wozu noch nicht gesagt wurde Werner spielt Das heißt Es könnte gut sein Dass die beiden Im Marvel Universum Das dritte Mal Auch zusammenspielen Also Martin Freeman Und Benedict Cumberbatch Also aus Sherlock Aus Hobbit Und dann im Marvel Universum Bei Avengers Genau Martin Freeman spielt Nämlich beim Civil War Ist das fett Also ich mag den sehr Diesen Martin Freeman Und natürlich Klar Ähm Hier den Cumberbatch Finde ich auch großartig Obwohl ich seinen Film Auch die beiden Zusammenhalter Ähm Ich hab seinen Film nicht gesehen Über die Zweite Weltkriegsmaschine Die Enigma Mhm Hab ich das gesehen Aber der ist diesen Encodierer da, ne? Über Dekodierer Ja Ist das dieser deutsche Film? Ne Ne, ne Der neue deutsche Film Ist der von Tom Hanks Steven Spielberg Und noch irgendjemand macht mit Hier über DDR Und die Mauer Okay Der ist Hype in Babelsberg Glaube ich gedreht Aber Hype Wissen Ich halt die Fresse lieber Ja Ja aber das Deswegen finde ich es lustig Dass sie schon wieder zusammenarbeiten Ja aber ich kann mir vorstellen Dass wenn die merken Ein paar Schauspieler Und so Die funktionieren ganz gut zusammen Dann wollen die mit Sicherheit Auch oft Darauf hinarbeiten Dass sie dann wieder das Paar zusammen kriegen Damit sie einfach Sicher sind Da kommt irgendwas bei raus Ja und wer leidet drunter? Die Sherlock Fans Es kommt dieses Winterspecial Aber die vierte Staffel Sherlock Ist nicht angekündigt Die kommt schon noch irgendwann Ja aber es dauert alles so lange Und ich ertrage das nicht Weißt du das Ding ist Die Staffel Sherlock wird ja vom gleichen Mann produziert Der auch Dr. Who produziert Ja Und bis jetzt kamen die Sherlock Staffeln Immer in der Dr. Who Pause Aber Dr. Who hat gerade Pause Ja Dann kommst du vielleicht in der Nächste Weil das ist ja viel Ne ne Die waren ja beide sehr geschäftig Die waren aber sehr Die waren aber sehr geschäftig In Hollywood Die beiden Das ist richtig Was hast du gefragt, Merv? Ich würde das gerade so Ihr guckt viel Serien, oder? So Also in den letzten vier Wochen Habe ich der Devil Und Jessica Jones komplett geguckt Ich habe gestern Abend Supernatural Die zehnte Staffel abgeschlossen Davor Mr. Robert Bei Amazon Prime Und darf Ihr müsst ja überhaupt mal angeguckt Ein paar Folgen Hier sind doch nur zehn Kann man wirklich gucken? Ja, aber ich habe mir nicht alle angeguckt Ist trotzdem geil Hast du ja recht gehabt Alter, hast du diese Bummszene Von diesem Bösewicht gesehen? Die Homo-Bummszene? Ja! Alter, ich war schockiert Und danach fickt er seine schwangere Frau Jetzt habe ich es für alle gespoilert Da draußen ist mir scheißegal Aber da fickt er einen Typen in den Arsch Schon mal an das Handy ranzukommen Und danach muss er nach Hause Und Fifty Shades of Grey Mit seiner schwangeren Frau machen Hallo, geht's noch? Aber auch der Spruch danach Dass er da noch was dran hat Ja, du musst mal duschen Du bist doch dreckig, Alter Oh, nee Das hat mich fertig gemacht Ey, ich habe ja schon viel Scheiße Ich habe Serbien-Film geguckt Und danach denkst du Du hast alles gesehen Aber das war Das war strange Das war doch das strange Ja, natürlich hatte der Spaß Er hat den Arsch genagelt Ah, jetzt ist dieser Podcast auf 18 Ey, das ist ja auch schon 20 vor 2 Ja, und ich muss in 6 Stunden zur Arbeit Ich könnte kurz Ja, wir können ja langsam Ich hätte noch einen oder zwei Was ist das? Nein, Fantastic Four Fantastic Four Müssen wir darüber reden Weil Es soll doch der schlimmste Film aller Zeiten Aus dem Marvel-Universum sein Moment, Moment Ah, ich habe gar nicht genug Stinkefinger für den Film Also Habt ihr ihn beide gesehen? Ich habe ihn nach 20 Minuten als einzigen Marvel-Film ausgeschaltet Nein, ich habe ihn nicht gesehen Sogar den mit David Hassel auf dem Captain America habe ich komplett gesehen Und Howard the Duck habe ich komplett gesehen Howard the Duck habe ich auch irgendwann mal irgendwo komplett gesehen Ich weiß noch nicht mehr Fantastic Four Hast du den 94er-Film? Fantastic Four gesehen? Ja, aber ich könnte das auch nehmen anzielen Okay Das Ding ist, weißt du der neue Fantastic Four Unfertige Effekte mit unfertigem Drehbuch und unfertigem Plan vom Regisseur Was meinst du, was dabei rauskommt? Ein halber Film Aber ich finde das so strange, dass ganz viele sagen Ich meine, ich fand Fantastic Four auch scheiße Aber das ist ja eine Meinung, die ganz viele haben Das ist eine Beleidigung für einen Marvel-Comic dieser Film Das ist so hart Ich mag die Schauspieler alle Ich mag die Schauspieler, die mitspielen Der Ansatz ist gut, der Stil von Film ist gut Und in der Umsetzung selbst Der könnte nur noch schneller bei mir gesunken sein Wenn vor dem Vorsprang viel gekommen wäre, weißt du? Also da hätten sie mir noch drei Szenen gezeigt, bevor es Eis gibt Dann wäre ich direkt nach Hause gegangen Also ich werde ihn mir angucken Ich habe ihn, wie gesagt, immer noch nicht gesehen Mir geht es ähnlich wie Mav Fantastic Oder so habe ich das rausgehört Fantastic Four sind nicht meine absoluten Lieblinge aus dem Marvel-Universum Überhaupt nicht Und ich habe mit meiner Frau Marvel-Lego gespielt Und da muss man einen ganzen Abschnitt mit dem Fantastic Four spielen Ich fand es zum Kotzen Aber ich fand die Filme halt mit Jessica Alba Fand ich okay Das war ganz gut Ja, ja, keine Frage Obwohl ich habe da eine defekte DVD Die immer an ein und derselben Stelle Nämlich dann, wenn der Silversurfer aus dem Wald kommt Und dann runter geht und stehen bleibt Ist egal, anderes Thema Ja, aber den hast du, den fandest du gut, ne? Mit dem Silversurfer Ja, 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 mochte ich Aber ich habe Angst davor, den zu gucken Ich habe Angst, den zu sehen und zu sagen Ey, also ich weiß ja, dass er schlecht ist Aber Gott, das weiß ich von Uwe Bollfilmen auch Und trotzdem gucke ich sie mir an Ja, aber manchmal hat man auch Wenn man Fan von etwas ist Dann ist es doch scheißegal, ob der schlecht oder gut ist Dann guckt man einfach mal an, weil man gucken möchte Und wenn man selber die Reihe gut findet Mein Gott Ja, es gibt bei Fantastic Four Ein einziges Problem Dass die Rechte kurz davor waren An Marvel zurückzufallen Und das in Filme raushauen mussten Um die Rechte zu behalten Und ihr wisst ganz genau Du kannst so viele Millionen in die Hand nehmen Wie du willst Wenn in Hollywood du ein halbes Jahr Zeit hast Einen Film zu machen, den normal Zeit macht Dann läuft dann wieder das nix Das stimmt Ja, vielleicht hätte man es kleiner aufmachen sollen Das Schlimme ist ja noch Bevor der erste Fantastic Four jetzt rauskam Gab es schon einen Trailer zum zweiten Teil Ja, und der ist jetzt erstmal auf Eis Ja, also das habe ich über Und ich habe auch den Trailer zum zweiten Fantastic Four Also von den neuen Da habe ich erst den zweiten Trailer gesehen Und dachte, ey, das sieht ja eigentlich gar nicht so schlecht aus Aber Wieso ist der denn noch Eis? Ja, weil der so Weil das hier ein absolut Ich weiß es nicht Haben die nicht 300 Millionen Ne, 200 Ja, aber die können noch nicht einen Trailer machen Ja Und dann hinterher sagen Ja, das Ding ist Die haben ja von vornherein auf drei Filme geplant Das Problem ist, dass der erste Film Nicht nur bei den Kritikern Sondern auch bei den Zuschauern unten durchgerutscht ist Deswegen der hat auch nichts eingenommen Also der hat vielleicht sein Budget reinbekommen Und ich finde, der nur sein Budget reinbekommt Ist es stopp Ja, und er selber muss das Weil es Zeitverschweckung war Ich habe dein Gesicht gesehen Nein, ich will dir ja den Vortritt lassen Willst du? Ja, nein, nein, nein Ich habe gehört Ist doch nicht lange Ich habe gehört Dass man das Doppelte wieder einspielen muss Damit sich so ein Film rentiert Ja, das kommt inzwischen hin Also bei den größeren Filmen kommt das ganz gut hin Weil das Werbebudget etwas so hoch ist Wie das Produktionsbudget immer bei so einem Film Das heißt, du musst rechnen Wenn ein Film 200 Millionen kostet Ist das Werbebudget auch 200 Millionen Das heißt, du kostest 400, wenn du auf Null bist Ja Nicht nur das Es gibt sogar Filme Oder es ist dummerweise jetzt gang und gäbe Dass gerade bei den größeren Filmen, die es jetzt gibt Oder nimm mal Star Wars Star Wars, glaube ich, der erste Jetzt hat fast auch 400 Millionen gekostet Oder 360 Aber das Werbebudget ist darüber hinaus Ich glaube, um das Zweifache oder Dreifache sogar angestiegen Ich meine, die haben ja mit jedem Scheiß kooperiert Es gibt Käse von Star Wars Es gibt Babybel, Star Wars Edition Es gibt alles Ich habe, für Silvester habe ich jetzt schon Sohnemann Ein Apfel Robby Bubble Star Wars Darth Vader gekauft Silvester ist gerettet Ich meine, es ist Apfel Cassis Hallo Aber guck mal Da hast du übrigens noch eine Flasche Wenn du Käse hast von Star Wars Dann isst du den Käse auf Schmeißt die Verpackung weg Nee, beim Babybel machst du da draußen noch so einen Hut Wie bei Harry Potter Setzt ihn dir auf und sagst Sköseldorf oder Hufflepuff Das mache ich jedenfalls immer Okay, kommen wir also von Drecking Fantastic Four mal weg Achso, da wollte ich doch noch eine Sache sagen Nämlich, dass alleine schon im Vorfeld als klar war Dass es einen Farbigen Die Fackel gibt Sind die Leute auf die Barrikaden gegangen Weil das ist jetzt nun wirklich fernab Von der eigentlichen Geschichte Also unabhängig von Political Correctness Etc Da ist für viele einfach das Ding kaputt gegangen Schon mit Ja, es hat die Problematik Wie kann Johnny Storm Der Bruder von einer blonden Frau sein Und das weiß ich ja nicht Ich hab den Film ja nicht gesehen Das war ja auch die Frage Und dann tragen sie sich bis heute Wie es sein kann, dass ihre Eltern bei Beweisen Der ist schwarz Ist das wirklich so? Also wird das nicht aufgeklärt, warum er farbig ist? Äh, ich, wie gesagt Ich hab ihn nicht fertig gemacht Ja, in den nächsten Teil Fernsehproduktion von Mit Dolph Lundgren Als Johnny Storm So, und jetzt schließen Solange, solange Sky Jans mit der Preis ist mit der Gang Jetzt schließen wir einfach diesen wunderschönen Podcast ab Mit wahrscheinlich einem Monolog von Paco Weil Jessica Jones Mev, du hast es nicht gesehen Eine Folge, zwei Ich kenn nur den Trailer Kann mir nicht so viel zu sagen Jetzt weiß ich nicht Lange, lange Rede Kurzer Sinn Großartiger Cast Sehr Güster gehalten Avengers werden hier und da mal kurz Erwähnt Zum Beispiel Äh Geht's irgendwann, warum Ähm, warum Äh, das ist kein Fall für die Avengers wäre Und dann wird man nur mal so am Rande erwähnen Die sind gerade damit beschäftigt Äh, Städte am Abschnitzen zu sehen Spielt das also zur selben Zeit, ja? Ja, ähm Spielt entweder während Oder kurz nach Age of Ultron Okay Kann man das so festmachen? So stark? Also, ich hab zwei Folgen geguckt, oder was? Ja, äh, ich mein Die abstützende Stadt kommt ja in Age of Ultron vor Ja Also muss es ja zu der Zeit oder kurz danach gehen Okay Ist bei Shield übrigens nicht anders, ne? Also die nehmen die Ereignisse aus Avengers Dann aus Iron Man 3 Also die laufen in diesen ganzen 20, 24 Folgen Gibt es die Ereignisse von 3, 4 Filmen Die in der Serie aufgenommen werden Shield ist ja auch dafür da Dass die quasi die Verbindung zwischen den Filmen knüpfen Aber Shield ist nach Avengers im Arsch Shield ist eigentlich nach Captain America 2 Ja, ja, nach der Ja, natürlich auch der Winter Soldier Das darf man auch nicht vergessen Klar, da ist es auch im Arsch Vollkommen richtig Und, ähm, ja, auf jeden Fall Jessica Jones finde ich super Das ist eine chronisch-depressive, saufende Ehemalige Superhinde Mit einem super Bösewicht Der Purple Man für Comic-Fans Auch heißen dort natürlich Killgrave Also wird nicht der Purple Man genannt In den Comics ist der auch wirklich nieder Und kann Gedanken kontrollieren Wenn der was sagt, dann machst du das Ob das willst du denn nicht Und der stalkt sie quasi Und quält sie psychologisch Und das ist ein super Schauspieler Das ist David Tammons Das war der, ähm, für mich der Zehnte Dr. Who, glaube ich, oder was Aber auf jeden Fall Bis 2010 war der Dr. Who Deswegen fand ich ihn schon klasse Also als kleiner Nerd Und der spielt den Ast rein Den Bösewicht Sadistisch bis aufs Blut Sagt zum Beispiel Leuten Die ihm einfach nicht passen Sie sollen mit ihrem Kopf versuchen Diesen Holzbalken dort Zu zerschlagen an der Wand Und die hauen dann so lange Mit dem Kopf dagegen Bis sie umfallen werden Also hat die Sendung Auch einen angenehmen Gewaltgrad Ja, genauso wie der Da werden auch Leute Aufgeschlitzt, Knochen gebrochen Hast du nicht gesehen Jawoll Sind ja beide von Netflix Das sind sehr viel düsterer Und dann kommt auch schon Luke Cage vor Der ja auch Aus Marvel Comics ist Und dann gibt es bald noch Eine Serie von Iron Fist Und dann werden diese Serien Zusammengeführt Wie bei Avengers Als die Defenders Die es ja auch gibt Iron Fist Ich kenne da auch nur Ein Pornofilm Hört sich auch Auf jeden Fall Auf jeden Fall Wer die Serien Dann zu den Defenders Zusammengeführt Die es ja auch Ein Marvel Universum gibt Die sich größtenteils Da in Harry's Kitchen Formiert Das ist diese Mafia Scheiße Ne? Ja, 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 ja Jetzt, jetzt Dann hat wir da was Aber Jessica Jones Heißt doch als Superhelde Nicht Jessica Jones Gibt es denn da überhaupt eine Die, ich meine Wird das erklärt? Das will ich gerade fragen Wie heißt Das wird erklärt, dass sie sich Mal als Heldin versucht hat Und dann ist sie Diesem Purple Man begegnet Irgendwas hat jemanden Gefallen Und da hat er sich gezwungen Sachen zu tun, die sie nicht will Leute zu töten Etc Sex way Ja, auch das Das wird aber auch Nicht nur umschrieben Sondern das Das wird auch so richtig Auch so gesagt In der Serie Also die ist ja schon Ein bisschen Ein Erwachsenen Publikum gerichtet Sagen wir mal Die ganzen Avengers Sachen Und Ja, und seitdem ist Eine gebrochene Gebrochene Frau Die alkoholkrank ist Und Privatdetektivin Aber eigentlich unheimlich stark Sie kann ein Auto hochheben Einfach mal eine Tür Aus den anderen reißen Etc Ja, im Trailer sieht man Das ist ja auch so ein Gag Irgendwie Dass die Tür immer kaputt ist Ist ja auch so ein Running Gag Irgendwie, ne Die ist immer kaputt Die Tür Ja, später hat es auch Eine Scheibe in ihrer Haustür Ja, aber das mit dem Auto Im Trailer irgendwie Hält sie das Auto fest Und irgendein So ein schwarzer Kopf Oder sowas Sieht sie dabei Und er sagt Sie können ein Auto festhalten Nein, nein Das Auto ist sehr langsam gefahren Oder irgendwie sowas Ja, genau Die heißt dann Als Superheldin später Auch mit Es ist ein ziemlich düsterer Comic Nitrous heißt die Als Superhelden Und die ist dann halt immer noch Also die benutzt ständig das Wort Fuck Und ist nur am Saufen Und hasst Menschen eigentlich generell Aber versucht das Richtige zu tun Ist mir sympathisch Und ist relativ brutal Und so gute Serie Und der Devil Auch ein super, super Bösewicht Also mit Kingpin Diesmal als die weiße Version wieder Wie sie in Comics eigentlich ist Gespielt von Vincent D'Olofrio Also bekannt aus Full Metal Jacket Ja, ja, was du sagst, ja Oder aus The Cell spielt er den Serienmörder Oder wenn jemand Mit Jennifer Lopez, ne Mit dem zerteilten Fährte-Film, ja Genau Und oder wenn jemand jetzt Criminal Intent geguckt hat Das spielt ja diesen Psychopathisch, ne Mitleid Also der ist super Und kann man sich auch sehr gut angucken Weil das ist auch Überhaupt nicht glatt gelenkt Als der Devil Sondern auch ziemlich düster gehalten Ich hab vor kurzem Und sehr, sehr viel Ambivalenz Also da wird auch sehr viel Auf die ganzen Dämonen Die mit sich rumtragen eingegangen Ich hab vor kurzem ein Special gelesen Da ging es darum Warum schaffen es Serien Von Netflix und Amazon und so weiter Bösewiche zu erschaffen Die einfach grandios sind Und die Filme in der letzten Zeit Schaffen das einfach nicht mehr Ja, das ist ja das Witzige Sehen wir den Purple Man Bei Jessica Jones Der ist ein Sadist Aber eigentlich ist er gar kein Sadist Der hat nie Empathie empfangen Der weiß gar nicht, wie das geht Aber ich glaube, es ist bei Serien Auch besser zu bewerkstelligen Als bei Filmen Du hast viel mehr Zeit in der Serie Du kannst die Charakterentwicklung viel länger machen Keine Frage Aber es gibt doch wenig Bösewichte In der letzten Zeit Wo du sagst Boah, ist das ein Arsch aus dem Kinofilm Also dass du wirklich sagst Boah, ey, das ist echt ein Bösewicht Wo du sagst Geht gar nicht Hab ich nicht Kenn ich nicht Ganz, ganz, ganz selten Ja, Netflix kann es auch ganz gut Auch bei der Level der Kingpin Der versucht das Richtige zu tun Die wurden auch als Beispiel genannt Aber um jeden Preis Das heißt Er will das gleiche Wie der der will Eine bessere Stadt Aber er geht aber überleicht Okay Und langsam quasi Zu dem, was er eigentlich gehasst hat Sein Vater war Jemand, der seine Mutter Unterdrückt hat Und generell Leute unterdrückt hat Und das hat er früher gehasst Und weil er gegen so Leute Mit allen Mitteln vorgehen wollte Ist er dann irgendwann selber dazu geworden Also da steht richtig viel Ambivalenz Und hinterfragen dahinter Und das heißt Die haben richtig viel Charakter Die sind nicht nur böse Also ein Bösewicht Mit dem man sich identifizieren kann Eben, die sind nicht nur schwarz oder weiß Sondern da sind ganz viele Grauschattierungen Dazwischen Die haben mehrere Fasetten Ja, ja, nee Weiß sind sie in der Version jetzt Schwarz waren sie dann in der Version Weiß Bitte erklärt Woher Jessica Jones ihre Kräfte hat Die hat da so Bukake ins Gesicht gekriegt Und die ist dann runtergekleckert auf die Turtles Nein, es wird mal angekratzt Dass sie einen Unfall hatte Und dass aber komischerweise ihre Krankenhausrechnung Von irgend so einer Chemie-Arzneifirma bezahlt wurde Und sie dann wundersamerweise ganz schnell geheilt ist Und danach diese Kräfte hatte Das kann natürlich auch sein Das Experimente mit ihr gemacht wurden Aber das wird da nicht gesagt Sondern es wird nur angekratzt Dass diese Firma das gemacht hat In einer der letzten Folgen In der ersten Staffel Es gibt ja nur eine Und dann muss man sehen Wie es in der ersten Staffel Klingt logisch Klingt super Also kann ich als Marvel-Fan Wirklich empfehlen Wenn man mal nicht ganz so quietschbunt haben will Sondern es mal ein bisschen dunkler haben will Dann guckt man sich Jessica Jones Vielen Dank Wir sind durch mit unserer Liste Und wir haben sage und schreibe Fünfeinhalb Stunden hier Ich bin da so ziemlich durch Ich bin mega durch Aber ich würde gerne das an Was ich Trine gefragt habe An euch weitergeben Nämlich eure Top 3 Sie muss nicht chronologisch sein Es reicht einfach So drei Filme wo ihr sagt Das ist für mich Marvel Das zeichnet für mich Marvel aus Und das kann ich auch gerne immer wieder gucken Paco Days of Future Past Rogue Cuts Guardians of the Galaxy Und guter Sorte Alter Ich habe X-Men Aber das ist Metall ist das immer schwierig Ich würde sagen X-Men 1 ist erstmal Dann habe ich Captain America Und Spider-Man Verbünde ich am meisten mit Marvel Die erste Der erste Spider-Man Von der ersten Der erste Spider-Man Für mich ja Da sieht man wieder Dass wir Geschwister sind Denn bei mir ist es definitiv Blade 1 Also Blade 1 gehört für mich Auch so zu Das ist ein Film Den kann ich mir immer 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 wieder reinziehen Ja Den finde ich natürlich auch gut Aber den verbinde ich nicht so mit Marvel Das ist ja das was Merz sagte Damals wurde es nicht so groß Nicht so groß propagiert Dass es Marvel ist Natürlich ist es ein grandioser Film Besonders der erste Wobei den zweiten mag ich es Ich mag den zweiten gar nicht Ist egal Also es ist Ich mag den Stil von dem zweiten Ja der ist sehr düster Sehr russisch Ja Ne Sehr gut Ja Nicht meins Aber wo das Das mag Geschmack sein Absolut So und jetzt Jetzt habe ich echt ein Problem Weil ich glaube Dass es Avengers 1 ist Weil ich ihn am Ich glaube Mit am meisten gesehen habe Ich glaube den habe ich Um die 20 mal gesehen Blade 1 Avengers 1 Und Scheiße Spider-Man Es ist Spider-Man Ja es sind ja auch ein paar Titel Die da stehen Es ist auch schwer Ich habe gedacht so Oh ja da guckst du rüber Klar weißt du was du geil findest Ne Es ist schwer Ja und Ey wenn ich da jetzt dran denke Seit 98 gucke ich den scheiß Weil es war wirklich Blade 1 Und jetzt haben wir 2015 Das sind 17 Jahre Film Die ich gucke Das war jetzt bei mir auch nur eine Momentaufnahme Aber wenn ich mit einem Magen Das frage ich dann kann es vielleicht anders aus Ja das muss natürlich sein Aber Zumal die alle ziemlich neu sind Die ich jetzt genannt habe Ja Es kann sein dass die in zwei Jahren für mich einen anderen Stellenwert haben Als zum Beispiel Blade 1 es hat Und das dann auf einmal Blade in der List ist Weil der immer noch im Gedächtnis ist Und die drei auf einmal Ich kann Blade kann ich glaube ich blind mitsprechen Echt Also wenn der Film angeschmissen wird Ich kann den von vorne bis zum Schluss mitsprechen Deswegen Hätte ich nicht gewusst Also ich habe es vorher auch nicht gewusst Das Blade hiermit zugehört Ich weiß das Blade mit ins Marvel-Universum gehört Aber dass der hier auftaucht Klar wäre der mir nie eingefallen Aber da er hier steht Blade 1 definitiv Ne das habe ich jetzt schon mal wieder auch gerade gesagt Für mich sind so x Marvel-Filme Die Sache wo du genau weißt Da könnte dem ganzen Film durchgehend Bei Marvel drüber stehen Oder das Marvel-Logo Das passt da einfach drauf wie aufs Augen Das sind halt diese typischen Superhellen-Filme Die man halt kennt Ja aber wie ich auch schon sagte Blade kommt auch in der Zeichentrickserie von Spider-Man vor Also ich kann das schon verbinden Aber wenn du einen Blade-Film nimmst Das ist einfach erstmal ein geiler 18er Streifen Wo Vampire abgemetzelt werden Wie From Dusseldorn So weißt du Die werden schön So und das passt natürlich nicht in diese Welt an und für sich Aber irgendwie schon Was ich mir vorstellen kann Wenn du Blade und Punisher in eine Welt packen wirst Weil die sind beide sehr düster, sehr brutal Ja, absolut Da kannst du auch sogar Daredevil mit reinnehmen Und Jessica Jones Das würde auch noch gehen Oder auch Kick-Ass Kick-Ass Weil es nicht um wirkliche Superhelden geht Wobei da ist es ja noch schon wieder ein bisschen Satire Ja Man kann endlos lange drüber sprechen Wir haben echt 5,5 Stunden jetzt voll Wir haben 5,5 Stunden voll für den ersten Podcast Wahnsinn Ich möchte mich kurz noch bedanken Dass du da auch mit dabei wart Ich meine, dass wir alle zusammen uns zusammengesetzt haben Natürlich Ja, das ist das dynamische Trio sozusagen Wie früher fast Als wir noch gelenkig waren Aber da, wenn es jetzt Also jetzt könnte man natürlich noch ein Passauf machen Mit wem würde man gerne in die Kiste steigen Und da tut mir leid, da ist die Alte von dem Fantastic Four Ganz weit vorne Ganz weit vorne, weil die kann sich bewegen Ach nee, scheiße, das ist ja er Oh mein Gott, ich habe gar nichts gesagt Er kann sich ja bewegen Oh nein Das ist Pech Ist zu spät, ist zu spät Nein, der Gummifrau Ich dachte gerade, sie ist die Gummifrau Oh Gott, es ist zu spät, Leute Ist zu spät Ja Und auch schön, dass ein paar kommen möchten, dass ihr dabei wart, Storm und Chef Und dann noch das Mikrofon richten, das wäre Hammer Das nächste Mal, aber wie gesagt, ich habe die Webcam erstmal die Software noch unterladen Und die Webcam erstmal finden Aber es hat sich gelohnt, weil wir ganz genau wussten, wenn es kompetente Aussagen, also wenn wir die brauchen, dann kriegen wir die bei dir Paco Nee, schon der Mann für die Hintergründe zuständig Absolut, der Mann für die Hintergründe Deswegen geht es ja auch nächste Woche um die Magma-Filme Und hier der Mäffler, der weiß sofort Bescheid Single Magma-Filme, da bin ich dabei Hey, kein Problem Acht Fäuste für ein Halleluja Jawoll Okay Ja, ich bedanke mich auch fürs Zusehen Dieses Live-Ding hier wird es natürlich auch auf meinem Kanal geben Wenn das Homebase Und natürlich auch bei MathMX84 Nee, einfach Math Ich versau es immer, es tut mir leid Einfach Math Fast schon, fast schon Ach, das übersehe ich doch Aber man findet dich unter MathMX84 noch Ja, auch unter einfach Math Das ist ein Fluch, ich weiß Eben So Find einen Abschluss, MathMX84 Läuft über deinen Kanal Das ist gut Tschüssi Soll ich nachlesen? Ja, mach einen Abschluss So richtig so Sexy Tschüss In diesem Sinne Haut rein und bis der Ende Ciao, ciao Schönen Tag für's Ausschalten Ist schon Ist egal Ich hab ja noch die Desktop-Aufnahme Deswegen kann ich noch hier rumfuchteln Ich kann mich jetzt auch noch selber noch mal ins Bild stellen Weil ich so cool bin So reicht Um Gottes Willen Huh, wat'n Brett Gut Hab ich da